Liebe Freundinnen und Freunde, wir würden gerne anfangen und deswegen bitten wir euch, eure Plätze einzunehmen. Es dürfte eigentlich genug Platz sein für alle Delegierten, für alle Gäste. Wir haben eine ambitionierte Tagesordnung. Ich würde diejenigen bitten, die an der Tür stehen, die Tür einfach zuzumachen. Das ist immer ein ganz gutes Signal. Jetzt geht es los. So, wir freuen uns sehr, dass es endlich soweit ist. Dieser Parteitag hat wirklich ein sehr spannendes und breites Spektrum an Themen zu behandeln. Insofern freue ich mich auf einen geballten Tag an Diskussionen und begrüße zuallererst euch, liebe grüne Mitglieder, liebe Delegierte, die ja auch schon in ausreichender Zahl vorhanden seid, wie ich gerade gehört habe. Willkommen hier in der Jerusalemkirche. Willkommen und was ich mir nicht nehmen lasse, ist unseren Bundesvorstand zu begrüßen, der, wie ich glaube, so zahlreich zu einer Berliner LDK erschienen ist wie noch nie zuvor. Und ich meine damit nicht Bettina Jarasch, dich begrüße ich auch als Mitglied des Bundesvorstands. Ich meine auch, aber nicht nur Gesine, die ebenfalls da ist, sondern ich freue mich sehr, dass Simone Peter, unsere neue Bundesvorsitzende, heute zu uns gekommen ist. Und ich freue mich deswegen so sehr, weil Simone hier ins kalte Wasser springt. Ich glaube, das bringt das Amt der Bundesvorsitzenden ein bisschen mit sich. Und zwar müssen wir euch eine traurige Mitteilung machen. Reinhard Bütikofer, den wir eingeladen haben, der die europapolitische Rede heute halten sollte, ist erkrankt. Er ist nicht schwer erkrankt, es geht ihm auch schon wieder besser. Wir sagen auch von dieser Stelle aus, gute Genesung. Lieber Reinhard, wir brauchen dich in diesem Europawahlkampf, der uns bevorsteht. Aber umso glücklicher sind wir, dass Simone gestern ganz spontan, ich glaube, am späten Nachmittag gesagt hat, ich mache es, ich komme. Und dafür musste sie, glaube ich, gestern ein paar Stunden früher vom Bundespresseball gehen. Also so groß ist das Opfer. Ich begrüße aber natürlich auch unsere Berliner Bundestagsabgeordneten. Ich habe Renate Künast gesehen. Ich habe Özcan Mutlu gesehen. Lisa Paus wird mit Sicherheit noch kommen. Die ist Antragstellerin. Und Gleiches gilt für Christian Ströble. Ich begrüße die Mitglieder des Europäischen Parlaments. Michael Kramer, aber auch Ska Keller ist heute hier. Herzlich willkommen. Wir freuen uns wie immer über die vielen MDAs. Insbesondere begrüßen will ich natürlich unsere beiden Fraktionsvorsitzenden Ramona Popp und Antje Kappek. Und wir freuen uns über die vielen Bezirksamtsmitglieder. Monika Herrmann ist da, die Bürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg. Aber ich habe auch viele andere BA-Mitglieder gesehen. Schön, dass ihr da seid. Und bevor ich zu unseren auswärtigen Gästen komme, möchte ich noch die vielen grünen Babys begrüßen, die ich heute hier sehe. Wir freuen uns, dass eine ganze Reihe von Vertreterinnen und Vertretern dessen, was wir immer die Stadtgesellschaft nennen, Verbände und Organisationen, die unser Tun begleiten und auch stellenweise bereit sind, mit uns gemeinsam für gemeinsame Ziele zu streiten, heute hier sind. Ich begrüße Fuat Cengül, den Geschäftsführer des türkischen Bundes Berlin-Brandenburg. Dr. Martina Köppen, die Leiterin des Kommissariats der Bischöfe des katholischen Büros in Berlin-Brandenburg. Christian Hossbach, den stellvertretenden DGB-Vorsitzenden von Berlin-Brandenburg. Astrid Westhoff, Landesbezirksleiterin Verdi. Thorsten Hauschild, der Reinigendorfer BVV ist, aber eben auch der Vorsitzende des NABU Berlin. Und Tilman Häuser, den Geschäftsführer des BUND. Und ebenfalls als externe Gäste, die unsere Arbeit freiwillig oder auch unfreiwillig begleiten, möchte ich natürlich alle Journalistinnen und Journalisten, Vertreter der Presse begrüßen, die jetzt bereits hier sind. Sie kommen. Ja, wir wollen euch noch darauf hinweisen, es gibt mehrere Infostände draußen, unter anderem ein Infostand der Grünen Jugend, aber auch Gewerkschaftsgrün ist präsent. Und die LAG Europa, wir werden ja heute über Europa hier auch reden. Ihr wisst, wir als Grüne, und zwar nicht als Berliner Grüne oder als deutsche Grüne, sondern als europäische Grüne, wagen ein Experiment, wagen etwas Neues, und zwar eine Online-Abstimmung, Stichwort Green Primary. Ihr wisst, worum es geht. Und wer von euch noch nicht abgestimmt hat, der kann das heute tun. Die LAG ermöglicht euch das, mobil an dieser Online-Abstimmung teilzunehmen. Setzt euch in Kontakt, vielleicht in der kurzen Pause. Die stehen draußen mit einem Infostand. Dann möchte ich was nachholen. Ich habe gerade im Publikum gesehen, auch der Leiter des Berliner Büros der Hertie-Stiftung ist heute bei uns, Michael Knoll. Und die roten Schleifen tragen. Morgen ist der Welt-Aids-Tag und Aktive der LAG Queergrün sammeln Spenden für die Berliner Aids-Hilfe. Ihr seht sie hier am Eingang stehen. Ihr hört das Klappern, also hört den Ruf. Ja, dann vielleicht noch ein paar sachdienliche Hinweise, und zwar zum Thema Kinderbetreuung. Die gibt es. Ich hoffe, ihr habt alle den Weg dahin gefunden. Einige sind auch hier in dem Raum. Das freut uns auch, Anche. Und im Gebärdendolmetsching doch noch geklappt hat. Ich sage doch noch, wir haben uns da sehr gemüht. Aber unsere beiden Gebärdendolmetscherinnen mussten kurzfristig absagen. Und deswegen freuen wir uns ganz besonders, dass Christiane Lembke das heute übernimmt. Und da, glaube ich, einen harten Job hat über die ganze Zeit. Umso dankbarer sind wir, dass du da bist, Christiane. So, letzter Hinweis. Das Catering, das wir heute anbieten, entspricht selbstverständlich den strengen Richtlinien unseres LDK-Beschlusses, den Maike Berg höchstpersönlich wieder aus den Archiven gekramt hat. Und den wir jetzt nicht mehr ignorieren können. Ja, und dann würde ich sagen, wird es ernst. Wir wollen mit euch gemeinsam in die Tagesordnung eintreten. Denn dazu brauchen wir ein Präsidium. Und da haben wir auch einen Vorschlag. Wir schlagen für das Präsidium der heutigen LDK vor Stefanie Schreckenbach, Franziska Fackelday, Dietlind Osoba und Caroline Kilat, sowie Hinrich Westerkamp, Werner Graf, Alexander Kasseliers und Özhan Mutlu. Und ich bitte euch durch ein Kartenzeichen, diesem Vorschlag zuzustimmen. Danke sehr. Die Gegenprobe. Enthaltung. Wunderbar. Dann ist dieses Präsidium jetzt so bestätigt. Und dann würde ich die erste Präsidiumsgruppe bitten, hier vorne Platz zu nehmen und uns durch die Tagesordnung zu führen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, dann fangen wir mal langsam an mit ein paar Formalien. Ich schließe mich den Begrüßungsworten unseres Landesvorstands herzlichst an. Vor allem begrüße ich stellvertretend für alle Gäste auch unsere Bundesvorsitzende, die zum ersten Mal in dieser Funktion bei uns ist. Ihr dürft ruhig an dieser Stelle nochmal klatschen. Simone Peter, schön, dass du da bist. Ja, wir haben ein paar Formalien abzustimmen. Zunächst erstmal Beschlussfassung über die Protokollführung. Hier sind vorgeschlagen Lars Bütte und Britta Bizio. Und jetzt stimmen wir ab. Wer mit diesem Vorschlag einverstanden ist, erhebt die Karten. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Bei einer Enthaltung ist das so angenommen. Jetzt halten wir noch den Beschluss über die Antragskommission fest. Hier sind vorgeschlagen, wieder per Abstimmung per Handzeichen, Katrin Schmidberger, Nina Starr, Alexander Bartel, Carola Wüspür, nachgerückt für Anja Schilhanek. Wer stimmt diesem Vorschlag so zu? Gegenstimmen? Enthaltungen? Einstimmig beschlossen. Für die Mandatsprüfungskommission schlagen wir vor Giselle Olowski und Friederik Carpenter. Wer ist dafür? Wer stimmt dagegen? Enthaltungen? Auch einstimmig angenommen. Die Geschäftsordnung lag auf euren Tischen. Auch die müssen wir heute noch mal abstimmen, auch per Handzeichen. Wer stimmt der vorliegenden Geschäftsordnung zu? Der möge jetzt seine Hand heben. Gegenstimmen? Enthaltungen? Auch keine Gegenstimmen und keine Enthaltungen. Wieder einstimmig angenommen. Und bevor ich da weitermache und zu den Dringlichkeitsanträgen gehe, wollten wir hier vom Präsidium noch einen Vorschlag machen, nämlich das Antragsschluss für alle Anträge, die auf der Tagesordnung sind, das Ende von Top 3, also die politische Rede von unserer Bundesvorsitzenden ist. Wer dem so zustimmt, dass wir bis zur Rede oder bis zum Ende der Rede von Simone noch Anträge eingereicht werden können und danach nicht mehr, der möge jetzt die Hand heben. Gegenstimmen? Enthaltungen? Bei einer Enthaltung angenommen. Bevor wir die Tagesordnung abstimmen, möchte ich noch vorstellen, dass es zwei Dringlichkeitsanträge gibt. Ihr habt es wahrscheinlich in den Übersichten gesehen, die wir bei Top 7 dann später behandeln. Wir haben uns gedacht, dass die Antragstellerinnen für diese Dringlichkeitsanträge kurz ihre Anträge vorstellen. Und dann gegebenenfalls, wenn der Wunsch ist, kurz die Dringlichkeit vorstellen. Aber es geht um die Dringlichkeit, nicht um die Anträge. Bitte, das Missverständnis zu korrigieren. Also kurz die Dringlichkeit zu begründen und dann gegebenenfalls, wenn gewünscht, eine Gegenrede von maximal zwei Minuten. Ich rufe dann auf, F01, Caroline Kielert, Sexismus in der Werbung, bitte kurz die Dringlichkeit vorstellen. Liebe Freundinnen und Freunde, ihr findet den Antrag F01 gegen Sexismus in der Werbung als Dringlichkeitsantrag unter euren Anträgen. Der Antrag wurde ursprünglich auf der Frauenvollversammlung am 15.11.2013 gestellt und damit leider nach dem Antragsschluss für diese LDK. Leider haben wir dieses Jahr nicht die Beschlussfähigkeit auf der Frauenvollversammlung erreichen können. Die anwesenden 85 Frauen haben sich jedoch trotzdem entschlossen, den euch vorliegenden Antrag zu verabschieden. Und ich habe heute die Ehre, hier heute um eure Zustimmung zur Dringlichkeit für den Antrag F01 gegen Sexismus in der Werbung zu stimmen. Ich würde mich sehr über eure Zustimmung freuen. Dankeschön. Applaus Be Axel Bevor wir zur Abstimmung übergehen, möchte ich da formhalber fragen, ob es hier eine Gegenrede gibt. Ich sehe keine Hand, also können wir gleich zur Abstimmung schreiten. Wer stimmt diesem Antrag zu? Der Dringlichkeit. Der Dringlichkeit dieses Antrags zu, damit wir es bei Top 7 behandeln? – Damit ist die Dringlichkeit – Gegenstimmen. – Enthaltungen. – Bei vier Gegenstimmen und keinen Enthaltungen ist der Antrag angenommen. Dann gehen wir über zu dem nächsten Antrag, der dann bei Tagesordnungspunkt 7 behandelt wird. V08 – Berliner Schloss gegen Osten öffnen. Hier hat Matthias Dittmar, wie hier zu lesen ist, eine kurze Begründung über die Dringlichkeit des Antrags. Nicht inhaltlich, nur Dringlichkeit. – Ja, ihr findet den Antrag unter V08. Das dreht sich da um den Braunfels-Vorschlag für die Debatte zum Stadtschloss. Dieser Vorschlag hat eine neue Dynamik in die Debatte gebracht. Diese Dynamik hat Michael und mich auch erfasst. Wir meinen aber, dass der Landesverband nicht ausreichend Zeit hatte, diese Debatte in allen Gliederungen zu führen. Wir möchten den Dialog fortsetzen und zu gegebenen Zeitpunkt später diesen Antrag der LDK oder dem Landesausschuss wieder vorlegen, nachdem er ausführlich diskutiert ist in allen Gliederungen. Wir ziehen den Antrag heute zurück. Die letzten Worte von Matthias Wahn. Wir ziehen den Antrag zurück. Damit entfällt hier eine Abstimmung. Ich würde dann jetzt die gesamte Tagesordnung, die ergänzt ist um F01 bei Top 7, zur Abstimmung stellen. Wer stimmt der so jetzt neu vorliegenden Tagesordnung zu? Der möge die Hand heben. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Bei einer Gegenstimme ist... Wo ist die zweite? Okay, auch Mehrheit. Bei zwei Gegenstimmen ist die Tagesordnung in der vorliegenden Fassung ergänzt um F01 bei Top 7 angenommen. Angenommen. Damit können wir losschreiten zu unseren inhaltlichen Diskussionen. Und ich übergebe an die Klinde, die jetzt durch den Top 3 führen wird. Okay, und ich habe die wunderschöne Aufgabe, jetzt Simone Peter bitte auf die Bühne, aufs Podium zu bitten. Und ihr die Gelegenheit zu geben, die europapolitische Rede zu halten. Vielen Dank. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich freue mich sehr, heute zu euch sprechen zu können. In der Tat, die Nacht war etwas kurz und aber der Glücksfall doch eingetreten, dass ich erst nachher um 13.30 Uhr bei der Energiewende-Demo erwartet werde. Und deswegen fülle ich gerne diese Lücke und springe für Reinhard ein. Von mir aus und von dieser Stelle aus auch alles Gute an Reinhard, dass er schnell wieder genesen wird, um in den Europawahlkampf mit voller Kraft einsteigen zu können. Wir sind jetzt seit sechs Wochen ziemlich genau als neuer Bundesvorstand im Amt. Und ich muss sagen, mit den beiden Berlinerinnen, mit Gesine und mit Bettina macht das ein Heidenspaß. Das ist ein super Team. Wir waren schon gut unterwegs in den letzten sechs Wochen. Mir kommt es gefühlt schon wie einige Monate vor, was wir programmatisch, konzeptionell an Organisationsarbeit für die nächsten Wochen, aber auch für die nächsten Monate schon auf die Agenda gesetzt haben. Deswegen, ihr habt hier wirklich zwei klasse Frauen im Landesverband. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit euch. Eine der Rollen, die wir natürlich sofort in den Fokus genommen haben, war die Opposition gegen die Große Koalition. Ihr habt das alle diese Woche verfolgt. Der Koalitionsvertrag ist jetzt unter Dach und Fach. Hier wurde wochenlang mit maximaler Personalstärke jetzt ein Koalitionsvertrag geschlossen, der ein dünnes Eis bildet, meine ich, für eine Tragfähigkeit über vier Jahre. Es ist ein Sammelsurium an vielen Ideen. Er trägt die Überschrift, die Zukunft gestalten. Aber ernst gemeint scheint mir das nicht zu sein. Es ist eher ein visionsloses, ein mutloses Zukunft verwalten als Zukunft zu gestalten. Die großen Zukunftsaufgaben werden überhaupt nicht angegangen. Der Koalitionsvertrag lebt von der Substanz und auf Kosten der zukünftigen Generationen, zum Beispiel beim wichtigen Thema Umwelt- und Klimaschutz, zum Beispiel bei der Bildung und bei der Rente, aber auch bei den Staatsfinanzen. Konzepte für mehr Verteilungsgerechtigkeit, die ja auch die SPD im Wahlkampf immer wieder eingefordert hat, die die heutigen Generationen betreffen, fehlen auch. Das heißt, es ist sowohl eine Lücke für die heutigen Generationen da und auch keine Perspektive für die zukünftigen Generationen. Wir erkennen durchaus an, dass es einige gute und wichtige Ansätze gibt, wie zum Beispiel der flächendeckende Mindestlohn, wobei der flächendeckende Mindestlohn ja dann auch 2017 erst Realität wird. Vorher kann es Ausnahmenkompromisse geben. Auch die Frauenquote, aber auch die ist ja über die europäische Gesetzgebung jetzt vorgesehen und auch in einem größeren Maß, nicht nur 30 Prozent, sondern auch 40 Prozent. Also muss auch hier die Große Koalition noch nachlegen. Und auch die Mietpreisbremse kann in dem einen oder anderen Aspekt auch für Berlin sinnvoll sein. Aber auch da hätten wir uns sozialere Komponenten gewünscht, dass es besser ausgestaltet ist. Insgesamt bleibt es bei viel Klein-Klein, bei 132 Prüfaufträgen, die sehr viel Unverbindlichkeit versprechen. Und ich habe es eben schon gesagt, ob daraus wirklich ein tragfähiges Bündnis wird, eine Politik zu gestalten und Projekte voranzubringen, darauf sind wir gespannt. Wir meinen oder ich meine, die Große Koalition fängt mit sehr, sehr viel Müdigkeit an und kann auch in einigen Bereichen richtig großen Schaden anrichten. Ich möchte euch ein paar Beispiele nennen, zum Beispiel das Thema Bürgerrechte. Es ist schlimm genug, dass die neue Regierung, ähnlich wie die alte, keinerlei Initiativen entfaltet, um der massenhaften Ausspähung unserer Daten entgegenzustehen. Und da ist es ein fatales Signal, wenn in dem Koalitionsvertrag das Wort Vorratsdatenspeicherung auftaucht. Ich habe jetzt Hans-Christian noch nicht gesehen, aber es war eine klasse Aktion, Hans-Christian, dass du, wenn er nicht da ist, übermittelst ihm, aber ich habe es mir auch schon selber gesagt, nach Moskau gefahren bist und klar gemacht hast, wir wollen den wichtigsten Zeugen in dieser Ausspähaktion, wir wollen Edward Snowden nach Deutschland holen, wir wollen ihn in ein sicheres Land bringen, wir wollen, dass er hier Schutz und Aufenthalt gewährt bekommt, wir wollen, dass er hier als zentraler Zeuge aussagt und auch einen großflächigen Whistleblower-Schutz auf die Agenda setzen. Das ist das richtige Signal. Da haben die Alte wie die neue Bundesregierung auf ganzer Ebene versagt, liebe Freundinnen und Freunde. Wir werden weiter gegen die Ausspähung für den umfassenden Datenschutz kämpfen. Wir haben gute Leute auf der Ebene der Europafraktionen. Wir werden das in Parteienfraktionen natürlich im Bundestag und über unsere sechs, vielleicht auch bald sieben Bundesländer natürlich auch im Bundesrat auf die Agenda bringen, weil einige von diesen Bundesländern haben ja ein Nein zur Vorratsdatenspeicherung auch in ihren Verträgen mit der SPD auf Länderebene verankert. Zweites Beispiel, Zukunftsinvestitionen. Es fehlt an Mitteln für Infrastruktur, für Bildung und für Energieeffizienz. Diese großen Projekte, für die wir geworben haben, für die wir geworben haben, um den Subventionsabbau voranzutreiben, um mehr Steuern einzunehmen, um keine Schulden zulasten zukünftiger Generationen zu machen, die sind eklatant unterfinanziert. Der Großen Koalition fehlt der Mut, hier Investitionen im Milliardenbereich anzugehen. Das werdet ihr hier in Berlin besonders merken, wenn die Mittel für die Verkehrswege fehlen, wenn die Mittel für die Kitas fehlen, wenn die Mittel für die Gebäudesanierung fehlen. Auch hier ein Punkt Zukunftsvergessenheit der Großen Koalition. Die Politik sichert eher den Wohlstand der heutigen Generationen. Merkel hat es bei der Vorstellung der Großen Koalition, des Koalitionsvertrages gesagt. Sie will den Wohlstand sichern. Ich meine, sie sichert mit diesem Programm eher den Wohlstand der Wohlhabenden, gibt aber kein Signal, dass wir den Wohlstand auch für die zukünftigen Generationen sichern. Das Wenige, was im Vertrag steht oder was geplant ist für Investitionen, das sind ein paar Milliarden, auch die sind auf Sand gebaut. Ich habe es eben gesagt, es gibt kein Signal, die Subventionen abzubauen oder Steuern zu erhöhen. Das ist ein Prinzip Hoffnung auf die Konjunkturentwicklung weiterzusetzen. Hier fehlt eine klare und solide Gegenfinanzierung, die auch Mittel generiert für Zukunftsprojekte, für zukünftige Ideen. Besonders gravierend ist dieser Schaden, wie wir meinen, nicht nur für die finanzielle Entwicklung, sondern eben vor allen Dingen auch für den Klima- und Umweltschutz, dass heute keine Investitionen, heute keine Ziele und heute keine Programmatik aufgelegt wird, um die wichtigen Anliegen, die wir haben, die natürlichen Lebensgrundlagen für unsere Kinder und Kindeskinder zu sichern. in keinster Weise vollzogen werden. Hier bremst die Große Koalition die Energiewende aus. Hier wird der Klimaschutz ausgehebelt. Das Prinzip Nachhaltigkeit wird ausgebremst. Ein fatales Signal für die nachfolgenden Generationen, liebe Freundinnen und Freunde. Das haben wir im Wahlkampf gekämpft gegen die Strompreisdebatte. Wir haben immer wieder gesagt, wir brauchen Signale, dass die große pauschale Befreiung der Unternehmen zurückgenommen wird, um die Preise für den Strom zu stabilisieren. Kein Signal von Seiten der Großen Koalition. Auch hier nur ein Prüfauftrag, der auch Richtung EU geht. Das heißt, es wird passiv der Entscheidung des EU-Wettbewerbskommissars überlassen, wie sie damit umgeht. Wahrscheinlich wird diese Entscheidung sogar eher zu unseren Gunsten ausfallen, weil klar ist, diese massenweise Subventionierung von Unternehmen, die zu Lasten der Verbraucherinnen und Verbraucher gehen und zu Lasten der Energiewende gehen, die gehen in die falsche Richtung. Von daher hoffe ich mir, dass wenigstens hier die Europäische Kommission ein Signal gibt, dass wir von der großflächigen Subventionierung der Unternehmen auch ein Stück weit zurückgehen. Die Große Koalition verspricht eine neue Gründerzeit, wenn man das Wirtschaftskapitel anguckt. Aber wenn wir sehen, was für die erneuerbaren Energien formuliert wird, ein Zurücknehmen der Vergütungen für die Windkraft. Wahrscheinlich wird sich kaum ein Windrad südlich von Hannover lohnen. Die Baden-Württemberg haben schon ausgerechnet, 50 Prozent ihrer Projekte sind eigentlich auf Eis gestellt, wenn dieses Referenzertragsmodell für die Windkraft kommt. Die Zielsetzung kommt einer Ausbaubremse gleich. Ein Ausbaukorridor zu definieren ist alles andere, als in eine neue Gründerzeit zu gehen. Die Gründer, die neuen Gründer und Gründerinnen der erneuerbaren Energien, in deren Kontext jetzt fast 400.000 Arbeitsplätze entstanden sind, und die werden im Regen stehen gelassen von dieser Regierung. Auch hier ein fatales Signal Richtung Innovation und Investitionen. Die Kohle erhält Bestandsschutz. Die Reform des Emissionshandels auf europäischer Ebene wird abgelehnt. Die Koalition verabschiedet sich vom Klimaschutz. Ich war letzte Woche bei der Klimakonferenz in Warschau. Es ist ein fatales Signal an die Länder gewesen, die gekommen sind, um zu diskutieren, welche Finanzierungen, welche Ziele können verankert werden um den Klimawandel, der schon vor Ort in ihren Ländern stattfindet. Das Beispiel Philippinen ist eines. Die philippinische Delegation sagt, wir können nicht verstehen, dass die Deutschen als Industrieland ihre Vorreiterrolle einkassieren, dass wir keine Möglichkeiten haben in diesem Technologietransfer in Zukunft auf andere Technologien, auf besser ausgestattete Häuser und auf eine dezentrale Versorgung. Das sind No-Grid-Islands, also Inseln, die keine Stromversorgung über Kohle und Atom brauchen. Die können sich mit erneuerbaren Energien versorgen. Dass diese Signale ausbleiben. Letzte Woche sprach Klaus Töpfer von dem Taifun, der da über die Philippinen hereinbrach, von einer ökologischen Aggression. Und ich muss sagen, das teile ich und das teilen die Länder dort unbedingt. Die Art der Stürme wird immer gravierender, sie wird immer heftiger, sie wird immer häufiger. Wir müssen hier ein Signal setzen und hier die Große Koalition immer wieder auffordern, ihren ursprünglichen Zielsetzungen, die die Parteien auch hatten, vor allem die SPD, einzufordern, dass wir klare Signale für die Energiewende und für den Klimaschutz brauchen. Wir kämpfen auch heute für die Energiewende, für die erneuerbaren Energien. Ich habe es eben schon gesagt, nachher findet die Großdemo Energiewende retten am Kanzleramt statt. Wir wollen das Kanzleramt umzingeln mit den Verbänden, die wir auch wieder stärker an uns ranbinden wollen oder mit denen wir zusammen eine klare Union gegen den Abbau der Energiewende und des Klimaschutzes senden wollen, mit den Bürgerinnen und Bürgern, um das Signal zu senden, wir wollen kein Rollback bei der Energiewende, wir wollen kein Rollback beim Klimaschutz, wir wollen keine Kohle, kein Fracking, kein Atom, sondern wir setzen auf Wind und Sonne und das vor Ort mit den Bürgerinnen und Bürgern. Und ich bin mir auch ganz sicher, ihr habt ein starkes Signal bekommen hier für den Rückkauf der Netze. Das würde ich in keinster Weise kleinreden. Das waren viele, viele Stimmen. Ich bin mir ganz sicher, dass das Thema Energie in Bürgerinnen und Bürgerhand zurückkommt, dass wir es stärken müssen, dass auch die Zeit dafür kommen wird, dass Berlin eine von Bürgerinnen und Bürgern gestaltete Energiepolitik bekommen wird. Und dafür setzen wir uns auf Bundesebene, aber natürlich auch auf Europaebene ein. Wir wollen die Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen natürlich auch auf der europäischen Ebene ins Zentrum. Der Klimaschutz, die Energiewende sind zentrale Themen für die Europawahl. Wenn ihr in das Programm schaut, wir haben das ganz bewusst nach vorne gezogen. Die Frage ist, gelingt es uns, die Energiewende nach Europa zu tragen? Oder überlassen wir Europa und die Energiewende denen, die die Energiewende ausbremsen wollen, wie EU-Kommissar Oettinger, der sich offen immer wieder für die konventionellen Energieträger Kohle und Atom einsetzt und immer wieder offen gegen die Instrumente, die wir hier erfolgreich nach vorne gebracht haben, wie das Erneuerbare-Energien-Gesetz aushebeln will. Dem stehen wir entgegen. Wir brauchen ein Europa mit mehr Grün und weniger Oettinger. Wir wollen ein Europa der erneuerbaren Energien. Und wir wollen, dass Europa Antreiber wird für den Klimaschutz, für die ökologische Modernisierung der Wirtschaft, für die ökologische Transformation, für zukunftsfähige Produkte und zukunftsfähige Jobs. Das ist die Zukunft, die wir für Europa sehen, liebe Freundinnen und Freunde. Ich glaube, dass wir zu Recht den Titel gewählt haben, Europa grün erneuern. Uns geht es um ein solidarisches Europa, um einen stärkeren Zusammenhalt. Das betrifft vor allen Dingen auch die Krisenpolitik. Wir haben das in den letzten Monaten, Jahren immer wieder deutlich gemacht. Eine Krisenpolitik, die zu 60 Prozent Jugendarbeitslosigkeit geführt hat, ist kein Erfolg, liebe Freundinnen und Freunde. Steigende statt sinkende Schulden sind kein Erfolg. Und ein erstarkender Rechtspopulismus ist ein Alarmsignal, das wir hier wie in ganz Europa massiv ernst nehmen müssen. Und dem werden wir uns entgegenstellen. Wir stehen für ein offenes Europa. Wir wollen nicht zurück zu D-Mark oder enger Nationalstaatlichkeit. Merkel hält an ihrem fatalen Krisenmanagement fest. Wenn man den Koalitionsvertrag genau studiert, ist die SPD unter den Merkelschen Krisenschirm gekrochen, und setzt keine eigenen Akzente, die Haushaltskonsolidierung und der strukturelle Reform, die wir im Sinne der zukünftigen Generationen durchaus sehen, die werden nicht begleitet mit Investitionsprogrammen und mit den Maßnahmen, die wir im Rahmen der Finanzpolitik auch immer wieder formuliert haben. Sei es zum Beispiel die echte Europäische Bankenunion, sei es eine gemeinsame Wirtschafts- und Sozialpolitik, sei es eine schärfere Finanzmarktregulierung oder ein Altschuldentilgungsfonds, der den Ländern wieder Luft zum Atmen und zu investieren lässt. Hier wollen wir, das ist ein Thema, was wir vor einigen Jahren schon aufgegriffen haben, aber es ist nicht unaktueller geworden, auf den Green New Deal setzen, auf die Investitionen in Bildung, in Klimaschutz, in Infrastruktur. Das sind riesige Konjunkturprogramme. Wenn wir hier in Deutschland sehen, dass 1 Euro Förderung bis zu 8 bis 10 Euro Investitionen in der Wirtschaft auslösen, dann kann man sich ausrechnen, welche Milliardeninvestitionen europaweit möglich sind. Das ist die Chance für südliche Länder in erneuerbare Energien, in Energieeffizienz zu investieren. Von daher muss es Alternativen zu einer reinen Austeritätspolitik in Europa geben, liebe Freundinnen und Freunde. Lasst mich ein drittes zentrales Thema ansprechen, die Flüchtlingspolitik. Das K. ist hier, und ich weiß, ihr diskutiert das ja auch heute noch in der Debatte, in eurem Parteitag. Lampedusa, und das erlebt ihr hier in Berlin ganz konkret, ist ein Symbol für eine unmenschliche Flüchtlingspolitik, für eine Flüchtlingspolitik in Europa, die auf Abwehr setzt, die auf Abgrenzung setzt, die Humanität vermissen lässt, die auf Abschottung setzt, statt auf Aufnahme und Integration, die das Sterben vor den Küsten Europas weiter hinnimmt, statt ganz klare Akzente zu setzen und klare Programme, klare gesetzliche Vorgaben zu machen für eine humane Flüchtlingspolitik, um das Sterben vor den Küsten Europas und das Leid, was wir in allen Ländern gegenüber den Flüchtlingen ertragen müssen, dass wir das endlich beenden, liebe Freundinnen und Freunde. Das Gegenteil ist leider zu beobachten. Auf dem letzten EU-Gipfel wurde das Thema Flüchtlinge vertagt, und auch hier in der Großen Koalition ist das, was wir an einigen programmatischen Entwicklungen sehen, zum Beispiel beim Bleiberecht. Das sind kleine Trippelschrittchen. Es wird sehr starke Grüne brauchen, um das zu verändern, um die Festung Europas zu locken, um die Festungsmauern zu sprengen. Wir wollen Humanität und Hilfe, und wir wollen ein Europa, das die Flüchtlinge aufnimmt, das ein Bleiberecht ermöglicht, das ein Leben, ein menschengerechtes Leben, eine Teilhabe gewährleistet, dass die Menschen hier aktiv arbeiten können, bleiben können, ein Teil der Gesellschaft werden. Wir haben das immer als Bereicherung empfunden und werden uns auch weiter dafür einsetzen, liebe Freundinnen und Freunde. Ich habe eben schon mit Monika Herrmann gesprochen. Monika, von mir aus nochmal meinen ganz, ganz herzlichen Dank, dass du ein ganz starkes Signal hier in Berlin setzt, dass wir diese Flüchtlingspolitik nicht mittragen, dass wir Lösungen suchen, statt Flüchtlinge irgendwo in Sonderzonen unterzubringen. Im ganzen Land gibt es Flüchtlingsheime bzw. Flüchtlingslager. Ich kenne das selber aus dem saarländischen Kontext. Es ist uns nicht gelungen, es ist auch der SPD dort nicht gelungen, eine restriktive Innenpolitik zu entgegnen, die auf eine unmenschliche Unterbringung setzt, die auf Sachpakete statt auf Geldleistungen setzt, die keine Möglichkeiten sieht, das Bleiberecht zu liberalisieren und für Arbeit und Teilhabe zu gewährleisten. Ich bitte dich, mach weiter so, wir stehen hinter dir und wir werden auch da im europäischen Kontext für kämpfen. Applaus 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 Ich bin mir sicher, mit dem Fokus auf ein solidarisches, auf ein nachhaltiges, auf ein demokratisches Europa sind wir gut aufgestellt, um in den Europawahlkampf zu gehen. Wir wollen die Erfolgsgeschichte der europäischen Vereinigung fortführen. Wir wollen keine Kleinstaaterei, keinen engstirnigen Nationalismus. Wir stellen uns den nationalistischen, den rechtspopulistischen Parteien entgegen und ich muss sagen, da habe ich kein Verständnis dafür, dass Cameron sich gegen die Aufnahme von Bulgaren und Rumänen in Großbritannien weigert, dass die ungarischen Neonazis Jagd auf Sinti und Roma machen. Liebe Freundinnen und Freunde, wir haben auch hier in Deutschland immer wieder extreme Situationen, wo diese Interessen aufeinanderknallen, wo wir diese rechtsstaatlichen, diese rechtsnationalen, Entschuldigung, rechtsnationalen Tendenzen erleben, dass Flüchtlinge getrieben werden, dass wir keine Mehrstaatlichkeit akzeptieren, dass keine Mehrstaatlichkeit akzeptiert wird, dass Fremdenhass überhand nimmt. Dem setzen wir uns ganz konkret entgegen. Wir wollen ein Miteinander in Europa, dass alle Menschen in Europa zu Hause sind und dass wir die großen Zukunftsaufgaben in Europa gemeinsam lösen und nicht gegeneinander. Darum geht es heute auf eurer LDK. Ich bin froh, was ich gesehen habe an Anträgen, dass ihr viele Punkte davon heute diskutiert, die die Zukunftsfähigkeit in den Blick nehmen. Es geht darum, in den kommenden Monaten und Jahren, wir haben die Kommunalwahlen vor dem Auge, wir haben die Europawahl auf der Agenda, wir haben drei Landtagswahlen im Osten. Ich bin mir sicher, wir werden als Grüne wieder Vertrauen schaffen können, zurückgewinnen können. Wir setzen auf unsere Grundwerte, wir setzen auf das Thema Ökologie, auf die Gerechtigkeit, auf eine offene Gesellschaft, auf Selbstbestimmung. Wir suchen uns in der Gesellschaft Bündnispartner. Auch da bin ich mir sicher, dass es gelingen wird, wenn wir den Tendenzen, die ich eben beschrieben habe, in Europa entgegenstehen wollen. Wir wollen ein humanes, ein nachhaltiges Europa. Wir wollen, dass die Menschen eingebunden werden. Und genau deswegen finde ich es auch sehr wichtig, das eben schon angesprochen wurde, dass wir die Möglichkeit haben, dass die Menschen, die uns in Europa unterstützen wollen, auch jetzt ein Signal geben können, ein Votum abgeben können, wer für Europa, für uns ins Rennen geschickt wird. Nehmt an den Primaries teil, nehmt an den Veranstaltungen für die Primaries teil. Ich glaube, es ist ein gutes und wichtiges Signal. Es ist ein Experiment, was wir damit setzen, um die Mitglieder, die Menschen aktiv an den Prozessen beteiligen zu können. Ich sehe es als eine ganz wichtige und gute Möglichkeit. Und ich freue mich, mit Rebecca, mit Ska und mit all den anderen, die jetzt auf den Listen gewählt werden, beziehungsweise dann in der Februar-BDK auf eine Liste gestellt werden, in den Wahlkampf zu ziehen, mit euch auf die weiteren Diskussionen hier im Landesverband, in den anderen Landesverbänden. Ich wünsche euch in diesem Sinne eine erfolgreiche Landesmitglieder- Entschuldigung, Landesdelegiertenkonferenz habt ihr, keine Mitgliederversammlung, Landesdelegiertenkonferenz, keine mehr. Einen erfolgreichen Parteitag mit diesen zentralen Themen. Ich glaube, wir sind alle zusammen gut aufgestellt für die nächsten Wochen und Monate und ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Vielen Dank. Applaus 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 Vielen Dank noch einmal, Simone, für die schöne Rede und fürs Einspringen. Und ich gebe jetzt direkt weiter für Top 4 an Franziska Fraggei. Ja, vielen Dank. Wir kommen jetzt zu Top 4 der Resolution Lampedusa in Berlin. Wir würden euch jetzt gerne erst mal das Verfahren vorstellen und abstimmen. Maike Berg wird die Resolution einbringen aus dem Landesvorstand. Und ihr habt dann währenddessen die Möglichkeit, euch einzuwerfen für Redebeiträge. Es gibt drei gesetzte Redebeiträge von Ska Keller, Alexander Klose und Chanan Bayram. Und zwischen den gesetzten Beiträgen möchten wir euch vorschlagen, zwei geloste Rednerinnen zuzulassen. Wie gesagt, dort drüben findet ihr die Box für die Redebeiträge. Da könnt ihr euch dann einwerfen. Wir schlagen eine Redezeit von drei Minuten in der Debatte vor. Und bevor wir dann zur Abstimmung kommen, wird uns die Änderungsantragskommission das weitere Verfahren zur Abstimmung vorstellen. Wenn das für alle so in Ordnung ist, dann würde ich euch bitten, eure Karte zu heben und mit Ja zu stimmen, wenn ihr dafür seid. Gegenstimmen? Enthaltungen? Ich sehe vier Enthaltungen. Gut, dann ist das somit angenommen. Liebe Maike, dann würde ich dich bitten, die Resolution einzubringen. Vielen Dank. Liebe Freundinnen und Freunde, ich freue mich, dass heute mit der Resolution Wampedusa in Berlin ein wichtiges, aber vor allem aktuelles Thema auf der Tagesordnung steht. Aufgrund der Ereignisse der letzten Woche liegt euch nun der überarbeitete Antrag R01 neu vor. Die lange Suche nach einer Unterkunft für die Aktivistinnen auf dem Oranienplatz war in der vergangenen Woche erfolgreich. Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg hat dafür gekämpft, dass es ein Haus für den Winter gibt. Dass dies nicht leicht war, konnten alle mitverfolgen. Aber es wurde erreicht. Und wir möchten an dieser Stelle allen Beteiligten, insbesondere aber Monika Herrmann, für ihren Einsatz in diesem langen Prozess danken. Wir wissen, dass damit die Fluchtursachen nicht gelöst wurden. Dass tagtäglich Tausende von Menschen vor Bürgerkriegen, vor wirtschaftlicher Ausbeutung und vor Naturkatastrophen fliehen. Wir wissen auch, dass damit das deutsche Asylrecht nicht reformiert wurde. Dass weiterhin Residenzpflicht, Arbeitsverbot und drohende Abschiebung den Alltag der Flüchtlinge prägen. Aber wenn wir uns beispielsweise um eine Unterkunft bemühen, dann geht es dabei nicht darum, Almosen zu verteilen oder besonders nett zu sein. Sondern es geht um unsere Verantwortung in ihrem Kampf. Und sich dieser Verantwortung anzunehmen, muss eben auch bedeuten, menschenwürdige Lebensbedingungen zu schaffen. Eins ist aber auch klar. Wenn wir wirklich grundlegende Veränderungen in der Flüchtlingspolitik erreichen wollen, müssen wir gesellschaftliche Mehrheiten dafür schaffen. Den Menschen muss klar werden, dass auch wir Teil der europäischen Verantwortung sind. Und das bedeutet im Zweifel für jeden von uns, die eigenen Privilegien zu erkennen und sie infrage zu stellen. Dass das nicht leicht wird, merken wir an der alltäglichen rassistischen Ablehnung, mit der sich besonders Flüchtlinge konfrontiert sehen. Ob sogenannte Bürgerinitiativen, NPD-Demonstrationen oder Brandanschläge. Die Ereignisse der letzten Monate stehen nur beispielhaft für die zu oft erfolgreichen Versuche von Rechten, die Situation zu instrumentalisieren. Es gibt immer eine entschlossene Zivilgesellschaft, die sich ihnen in den Weg stellt. Aber trotzdem wissen wir, der alltägliche Rassismus hat noch viele andere Facetten und reicht an alle Strukturen unserer Gesellschaft. Das bedeutet für uns umso mehr, dass wir auch weiterhin auf allen Ebenen für eine menschenwürdige Flüchtlingspolitik streiten müssen. Um auch in den kommenden Jahren parlamentarische, aber vor allem auch gesellschaftliche Mehrheiten zu erreichen. Ich bedanke mich bei allen, die an der Resolution mitgearbeitet haben und wünsche uns nun eine produktive und vor allem mutige Debatte. Vielen Dank. Ja, vielen Dank Maike. Ich möchte nochmal besonders die Frauen unter uns ermuntern, sich für Redebeiträge zu melden und sich hier einzuwerfen. Dann möchte ich jetzt Ska Keller begrüßen. Vielen Dank, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für diesen Antrag, Maike. Vielen Dank, Monika, dass du dich hier so auf lokaler Ebene einsetzt. So einen Einsatz, den würden wir auch gerne mal auf europäischer Ebene beobachten. Den sehen wir da leider nicht so oft. Und ich muss es euch nicht erzählen, aber vor wenigen Wochen, da sind eben fast 400 Menschen ertrunken, kurz vor Lampedusa, auf dem Weg in die Europäische Union, auf dem Weg in das, was sie glaubten, ihnen Schutz und Sicherheit bietet. Sie waren auf dem Weg weg vor Verfolgung, Krieg, vor Armut. In Europa hätten sie dann einen Asylantrag stellen können. Aber was ist eigentlich dieses Asyl wert? Was sind all diese Asylrichtlinien, was sind all die Verordnungen wert, wenn man sich erst in Lebensgefahr begeben muss, um es beantragen zu dürfen? Was ist es wert, wenn Menschen erst Meere, Zäune, Stacheldraht und unnachgiebige Grenzbehörden überwinden müssen, damit sie hier erst mal ihren Antrag einreichen dürfen? Kurz, was ist ein Recht auf Asyl ohne den Zugang dazu? Und was ist Asyl wert, dass man nur in einem bestimmten Land beantragen darf? Und auch dann darf man nur Asyl beantragen, wenn alle wissen, dass es faktisch nicht möglich ist, dass es keinerlei Unterstützung bedeutet, dass es keinerlei Wert hat. Was ist es dann wert, dieses Asyl? Wer das Recht auf Asyl verteidigen will, der muss reguläre, ungefährliche Zugangsmöglichkeiten schaffen für Flüchtlinge. Und wer will, dass die UN-Flüchtlingskonvention mehr wert ist, als dass es nur ein Stück Papier ist, der muss auch die Dublin-Regelung abschaffen. Denn dieser unglaubliche Verschiebebahnhof, den wir uns momentan leisten, und es kostet einiges, der geht zulasten der europäischen Solidarität und er geht zulasten der Flüchtlinge. Die Abschottungspolitik von EU- und Mitgliedstaaten verschlimmert das Problem noch. In Spanien und Bulgarien werden gerade Zäune gebaut gegen Migrantinnen und Migranten, und zwar mit europäischen Mitteln. Pro Asyl berichtet gerade von menschenrechtsverachtenden und auch rechtswidigen Abdrängungsaktionen im Mittelmeer. Und was macht die Kommission? Sie sagt nicht, das ist illegal, Griechenland, wir machen ein Verfahren, wir eröffnen ein Verfahren, wir stellen euch vor den Gerichtshof. Nein, die Kommission sagt, ja, das müssen wir jetzt legalisieren. Und über diesen Gesetzentwurf, die Legalisierung von den sogenannten Pushbacks, werden wir in dieser Woche, der kommenden Woche auch abstimmen. Und ich sage, wir dürfen das nicht zulassen, wir versuchen alles im Europäischen Parlament, dass das nicht durchgeht. Und ich hoffe, ihr seid da mit uns. Bei der Abstimmung geht es übrigens auch darum, ob wir endlich verbindliche Regeln zur Seenotrettung bekommen. Ihr wisst, das Problem im Mittelmeer ist nicht so sehr die Überwachung, die da fehlen würde, sondern die Frage, wer hilft, wenn wir wissen, dass ein Schiff in Seenot ist. Und da hat die Kommission, das muss man auch zugestehen, endlich vorgeschlagen, es soll verbindliche Seenotrettungsregeln geben. Und die Mitgliedstaaten, allen voran auch die Große Koalition, werden die allerdings ablehnen. Die Große Koalition möchte, statt auf Seenotrettung zu setzen, lieber an teure und unnötige Überwachungstechnologien stecken, mit der sie alle Flüchtlinge diskriminieren. Wir brauchen in Europa endlich eine menschenrechtsbasierte Flüchtlingspolitik. Und die nächste Europawahl wird da entscheidend sein. Rechtsextremismus greift um sich, lokal, aber eben auch in Europa. Wir als Grüne müssen uns da ganz klar abgrenzen. Wir müssen ganz klar für die Rechte von Flüchtlingen eintreten, auch wenn das nicht immer bequem ist. Denn in Deutschland, in Europa und in Berlin brauchen wir endlich eine menschenrechtsbasierte Flüchtlingspolitik, ein Recht auf Asyl, das seinen Namen auch verdient. Vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank, Ska. Ich gucke mal. Ich kann den Namen schwer lesen. Ich versuche es mal. Ich glaube, ich lese Garcia Bevel. Ist das richtig? Ich sage. Garcia. Okay, gut. Und danach haben wir Monika Herrmann. Wir freuen uns natürlich über weitere Einwürfe von Frauen. Vielen Dank. Bitte schön. Danke. Wir als Grüne haben einen Grundkonsens und dieser Grundkonsens besagt, dass wir natürlich für die Menschenrechte, dass wir für die Menschenrechte einstehen wollen. Und zu den Menschenrechten gehört auch die Bewegungsfreiheit, das Recht, sich zu bewegen. Wir haben innerhalb der EU eine Freizügigkeit. Das bedeutet Schengraum, dass sich Menschen innerhalb der EU frei bewegen dürfen. Dieses Ziel wird seit kurzem, wie ihr alle wisst, auch angegriffen. Cameron in der UK sagt, man muss diese Freizügigkeit eingrenzen. Unser Bundesinnenminister sagt, wir müssen diese Freizügigkeit eingreifen. Es kann nicht sein, dass Leute aus Rumänien oder Bulgarien hier nach Deutschland kommen. Diese Freizügigkeit innerhalb der EU wird noch geschützt. Was ist aber zur weltweiten Freizügigkeit? Warum verbieten wir Leuten, nach Europa zu kommen? Gerade wir in Deutschland haben doch die Geschichte, dass wir als Deutsche in alle Welt hinausgehen, sei es jetzt zum Tourismus, sei es in der Vergangenheit, dass wir nach Amerika, nach Südamerika, nach Nordamerika ausgewandert sind aus den diversesten Gründen. Sei es nun, weil wir hier in Deutschland verfolgt wurden, sei es, dass wir hier keine Nahrung bekommen haben. Warum sprechen wir jetzt dieses Recht, Menschen in aller Welt ab, dorthin zu gehen, wo sie sich eine neue, bessere Zukunft aufbauen wollen? Hier in Deutschland gibt es sehr viele Flüchtlingsproteste, sehr viele Flüchtlingsbewegungen, teilweise sogar schon seit vielen Jahren, teilweise sogar Jahrzehnten. Seit Jahrzehnten kämpfen hier in Deutschland Flüchtlinge für ihre Rechte. Sind sie im allgemeinen Straßenbild präsent gewesen? Haben wir mitbekommen, dass es schon seit vielen, vielen, vielen Jahren diese Proteste gibt? Gab es dazu Zeitungsartikel? Es gab vielleicht dann und wann etwas, aber es waren sehr verschwindend wenige. Die Normalbevölkerung hat es, oftmals hat man diesen Eindruck, ganz einfach nicht gewusst, dass innerhalb der Gesellschaft an Stadtrenten, in Dörfern, mitten im Wald, in ehemaligen Kasernen, Leute leben. Aber seit kurzem, seit ungefähr einem Jahr, ist es, glaube ich, jedem in Deutschland aufgefallen, dass wir hier in Deutschland eine inhumane Flüchtlingspolitik haben. Dass Leute gezwungen werden, weit ab von der Gesellschaft zu leben, dass Leute nicht arbeiten dürfen, dass es ihnen verweigert wird, Deutsch zu sprechen oder Deutsch zu lernen. All das ist, glaube ich, mittlerweile jedem Deutschen klar geworden. Und woran liegt das? Es liegt unter anderem daran, dass seit ungefähr einem Jahr am Oranienplatz Flüchtlinge die Möglichkeit bekommen, ihre Forderungen nach außen zu tragen. Der Bezirk hat es ermöglicht, dass dort ein Protest sichtbar gemacht wird. Kommst du bitte langsam zum Ende, Gassier? Ja, noch ein, Gassierberg. Gassierberg. Und, jetzt muss ich es abkürzen, man sieht eins, wenn man sich anschaut, wie oft Asylanträge angenommen werden, wir alle wissen, dass es eine verschwindend geringe Anzahl ist. Wenn man sich dagegen anschaut von den Leuten, die für ihre Rechte einstehen, die für ihre Rechte kämpfen, sehen wir, dass die Leute, die protestieren, dass die Leute, die kämpfen, deutlich höhere Chancen haben, akzeptiert zu werden, als die Leute, die irgendwo sitzen und darauf warten, dass ihre Anträge angenommen werden. Und, dementsprechend kann ich nur plädieren, dass wir es eindeutig sagen, Leute, die lautstark protestieren, haben höhere Chancen, ihre Rechte wahrgenommen zu werden. Und deswegen müssen wir alles tun, damit diese Leute weiterhin lautstark protestieren können. Vielen Dank. Dankeschön. Monika, bitte. Und weiter der Werbeblock für Frauen, sich einzuwerfen und sich zu beteiligen. Liebe Freundinnen und Freunde, wir haben einen großen Erfolg errungen, letzte Woche. Es ist tatsächlich gelungen, 120 Menschen in Unterkünften gemeinsam mit dem Senat unterzubringen. Wir haben viele Wochen dafür gearbeitet und ich möchte mich bei allen bedanken, die im Umfeld uns mit unterstützt haben. Wir sprechen in der Regel von Flüchtlingen beim Oranienplatz, die über Lampedusa gekommen sind. Und dann guckt man schnell nach Europa. Das ist auch richtig. Aber ich möchte den Blick in die Bundesrepublik zurückführen. Viele Menschen, die hier sind und die sogenannte Residenzpflicht verletzen, kommen aus Bayern, Baden-Württemberg, neuen Bundesländern und anderen Bundesländern. Und sie kommen, um deutlich zu machen, dass die Unterkünfte, in denen sie untergebracht sind, nicht menschenwürdig sind. Und das ist etwas, da muss ich nicht bis nach Europa gucken. Wie die Unterkünfte gestaltet sind, welche Qualität dort herrscht, das ist Aufgabe der Bundesrepublik. Und von daher sollten wir uns weiterhin sehr stark dafür machen, dass die Unterkünfte einen Qualitätsstandard deutschlandweit bekommen, dass dieses erarbeitet wird und vor allen Dingen auch, dass es kontrolliert wird. Weil dann müssen die Menschen auch nicht mehr nach Berlin kommen, um hier zu protestieren, dass sie in Baden-Württemberg, Bayern und neuen Bundesländern wie Menschen auch behandelt werden. Das ist wichtig. Die Koalition hat im Koalitionsvertrag die Residenzpflicht ein wenig verändert. Unsere Forderung aber ist, und das muss sie auch bleiben, dass die Residenzpflicht aufgehoben wird. Dieses Land muss verstehen, dass es ein Land ist, wo immer mehr Flüchtlinge auch versuchen herzukommen. Weil die Umstände, in denen die Menschen leben, und keiner geht wirklich freiwillig aus seinem Heimatland raus. Die Umstände, in denen die Menschen leben, sind menschenunwürdig. Und wir müssen zumindest dafür sorgen, wenn sie hier sind, dass sie menschenwürdig auch aufgenommen werden. Und da muss ich nicht weit gucken. Und ich sage nochmal, das ist wichtig, dass wir hier auch die Bundesrepublik und die eventuelle Große Koalition sehr deutlich in die Pflicht nehmen. Ich will zur aktuellen Situation wenig sagen. Das könnt ihr jeden Tag in der Zeitung lesen, wie man es bewertet. Bitte langsam zum Ende. Und ich danke euch für eure Solidarität. Aber ich möchte auch nochmal meinen Landesverband bitten, sehr stark deutlich zu machen, dass wir den runden Tisch der Kirchen begrüßen. Dass wir ihn brauchen, weil wir brauchen in der Flüchtlingspolitik starke Partner. Und da ist weniger der Senat ein starker Partner. Aber die Kirchen, sowohl die katholische wie auch die evangelische, stehen an unserer Seite. Das haben sie mir gestern auf einer Veranstaltung mehrfach nochmal bestätigt. Wir sind nicht alleine. Sie kämpfen mit uns. Und von daher wollen wir diesen runden Tisch. Er ist bitter, bitter nötig, damit sich etwas verändert. Dankeschön. Dankeschön, Monika. Danke. 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 Alexander Klose, bitte. Liebe Freundinnen und Freunde, warum fliehen Menschen? Wie verzweifelt müssen Menschen sein, dass sie ihre Frauen, ihre Männer, ihre Kinder, ihre Freunde verlassen und sich auf die monatelange kostspielige und lebensgefährliche Reise nach Europa machen? Ich will ehrlich sein, ich kann, ich will es mir gar nicht vorstellen. Wie viel leichter fällt es da, abstrakte Begriffe aneinander zu reihen. Kriege, Diktaturen und Anarchie. Daran dachten die Mütter und Väter des Grundgesetzes, als sie politisch verfolgten Asyl versprachen. Ein Versprechen, das ihre Kinder und Enkel bekanntlich vor 20 Jahren dann weitgehend zurücknahm. Neueren Datums, aber nicht weniger bedeutsam, sind Umweltzerstörungen und die Folgen des Klimawandels. Schätzungen gehen davon aus, dass inzwischen mehr Menschen vor Wüstenbildung, Überschwemmung und Umweltverschmutzung fliehen als vor Kriegen. Und schließlich Armut. Das sind die Überlebensflüchtlinge, die gerne den echten, den politischen Flüchtlingen gegenübergestellt und als Wohlstandsflüchtlinge diffamiert werden. Gemeinsam haben diese Menschen, dass sie den Verheißungen der Friedensnobelpreisträgerin Europa gefolgt sind. Auf der Suche nach dem Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts. In diesem Raum verlangen sie Einlass. Und sie haben gute Gründe dafür. Denn hier, hinter den Mauern von Dublin I, II und III, leben diejenigen, die für die Gründe ihrer Flucht zumindest mitverantwortlich sind. Dies ist offenkundig, wenn es um die Folgen des Klimawandels geht. Besonders stark von Wetterextremen und einer Verschiebung der Klimazonen betroffen sind nicht die industrialisierten Länder des Nordens, sondern die Staaten des Südens, in denen die Landwirtschaft eine große Bedeutung hat. Überflüssig darauf hinzuweisen, dass gerade diese Länder heute und in der Vergangenheit besonders wenig zum Treibhauseffekt beigetragen haben. Doch nicht nur beim CO2-Ausstoß zahlen andere die Zeche. Während Europa sich mit Recht seiner hohen Umweltstandards rühmt, beuten europäische Unternehmen die Ressourcen des afrikanischen Kontinents ohne Rücksicht auf Verluste aus. Die Globalisierung beschert Deutschland märchenhafte Exportüberschüsse, hat aber große Teile der Weltbevölkerung ökonomisch ausgegrenzt und sie zu Verlierern gemacht. Weil internationale Fangflotten ihre Küsten leer fischen, weil Millionen Hektar Bauernland unterstützt von der Weltbank an internationale Agrarunternehmen verkauft werden, um für den Weltmarkt, nicht für den heimischen Markt zu produzieren. Und weil die Spekulation an den Börsen des Nordens dann diese Nahrungsmittel für die Menschen im Süden unbezahlbar macht. Und vergessen wir nicht, nicht nur der Klimawandel, auch die Globalisierung wurde und wird von Menschen gemacht. Aber wieder nicht von denen, die darunter leiden. Und wie steht es um Korruption, um Despotie und um Warlords? Es fehlt hier die Zeit, um auf die Folgen des europäischen Kolonialismus einzugehen, der die afrikanischen Gesellschaften erst zerstört, ausgebeutet, versklavt und dann sich selbst überlassen hat. Die Forderung der Flüchtlinge zu unterstützen, ist also kein bloßes Gebot von Menschlichkeit und Humanität. Es ist unsere historische, moralische und rechtliche Pflicht. Und es kann nur der Anfang sein. Klimagerechtigkeit, gerechte Wirtschaftsbeziehungen und eine Auseinandersetzung mit der kolonialen Erblast Europas müssen folgen. Vielen Dank. Dankeschön, Alexander. Bettina, ich möchte dich bitte nach vorne bitten. Und Werner Graf kann sich auch schon mal bereit halten. Liebe Freundinnen und Freunde, ich komme selber aus der Flüchtlingsarbeit und es gibt eine Erfahrung, die man da sehr, sehr schnell macht. Man kann bestenfalls einzelnen Menschen helfen. Man kann nichts daran ändern, dass wir nicht in der besten aller Welten leben, sozusagen. Und man kann sogar sehr froh sein, wenn man in Ausnahmefällen einem einzelnen Flüchtling und Asylbewerber ein Aufenthaltspapier oder ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht verschafft. Das ist etwas, was wir uns in dieser Debatte bei all den globalen Zusammenhängen, die wir eigentlich gerne verändern wollen, einfach immer wieder klar machen müssen. Ich finde, man hat es auch gemerkt in der Art, wie Monika Herrmann gerade geredet hat. Denn es ist tatsächlich so, wenn man die Menschen in seinem eigenen Bezirk hat, dann sind die, natürlich ist es nur eine Gruppe. Es ist nur eine Gruppe und es gibt tausende von anderen, die in der gleichen Situation sind. Und wenn der Bezirk sich krumm macht und Monate arbeitet und zum Glück mit Hilfe der Kirchen, und auch ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich nochmal der Caritas und der katholischen Kirche danken, dass sie das ermöglicht haben, wenn man mit Hilfe der Kirchen... Wenn man mit Hilfe der Zivilgesellschaft und auch, weil das Land Berlin sich doch zum Glück, und das muss ich auch anerkennen, für einen anderen Weg entschlossen hat, als der Hamburger Senat, der die Flüchtlinge mit Polizeirazzien durch die Stadt jagen lässt. Also auch darüber können wir durchaus froh sein. Wenn es aber dann gelungen ist, für diese 80 Menschen ein Haus zu finden, dann ist es doch völlig klar, dass es immer noch hunderte und vielleicht sogar tausende alleine dieser Stadt gibt, die in einer nicht besseren Lage sind. Viele kommen aus Lampedusa, andere leben ohne Aufenthalt hier, kommen nicht, kommen anderswo her, sind in einer ähnlichen Lage. Und das ist einfach etwas, was uns alle miteinander ein Stückchen, ja, fast auch bescheidener, und auch bescheidener werden lassen muss in dem, was wir wollen, und gleichzeitig uns dazu bringen muss, unsere Anstrengungen zu verdoppeln. Ich bin auch sehr, sehr froh über diesen Vorschlag eines runden Tisches, weil er eine Diskussion auf die richtige Ebene bringt. Dass weder das Land noch der Bezirk können dieses Problem lösen, und die Zivilgesellschaft allein kann es auch nicht. Wir können es alle nicht, die Rechtslage gibt es nicht her, die europäische Asylpolitik gibt es derzeit nicht her. Und selbst wenn die geändert wird, wird es immer noch Menschen geben, die fliehen, solange es Fluchtursachen gibt. Alexander Klose hat es gerade ausgeführt. Und wir wissen, dass wir das in unserer Lebenszeit nicht ändern werden. Ich finde es deswegen richtig, dass man auch durchaus mal sagt, wir helfen diesen Menschen und wir erkennen an, dass wir es nicht schaffen werden, allen anderen gleichzeitig zu helfen, aber wir strengen uns an. Ich möchte dafür plädieren, dass wir mit dieser Haltung in die nächsten Gespräche gehen. Und ich hoffe, dass auch der Berliner Senat sich dazu bekennt. Denn in Wirklichkeit lavieren wir alle und versuchen alle, der Senat genau wie der Bezirk zu tun, was zu tun ist. Und da helfen natürlich Trost-Szenarien nichts. Denn genau genommen geht es um eine Hilflosigkeit im Umgang. Und ich bin froh darüber, dass wir in Berlin immerhin versucht haben, mal einen anderen Weg zu gehen. Das ändert nichts daran, dass die großen Probleme nicht gelöst sind und dass das ein Land allein nicht machen kann. Vielen Dank. Danke, Martina. Werner. Danke, Werner. Liebe Freundinnen und Freunde, das letzte Jahr, aber auch die letzten Wochen und Monate haben für mich gezeigt, dass wir Grünen wirklich die Alternative sind und dass wir es anders machen. Denn wir haben gezeigt, dass wir eben den Flüchtlingen nicht bei Kälte und Einsätzen frieren, die Schlafsäcke, die Zelte oder ihre Wohnung unter den Händen wegziehen, sondern dass wir ihnen ein Haus organisieren, dass wir ihnen ein Dach über den Kopf geben und dass wir tatsächlich eine andere Flüchtlingspolitik machen können. Und ich bin froh, dass wir hier im Bezirk, im Friedrichshain-Kreuzberg, nicht einfach den einfachen Weg gegangen sind. Ich bin froh, dass wir da auf Kommunikation setzen, auch wenn das nicht immer der einfachste Weg ist, auch wenn das viele, viele Probleme immer mit sich bringt. Aber, und ich bin auch froh, dass wir nicht einfach auf die linken oder rechten Parolen gehört haben. Denn machen wir uns eines auch nicht vor. Sowohl die Parolen von links, die sagen Aufnahme von allen und Grenzen auf, als auch die Parolen von rechts, die sagen Räumen der Menschen irgendwo hin ins Nirgendwo. Das ist nichts mehr als reiner Populismus und bietet keine Lösung, keine Lösung für die Menschen vor Ort und keine Lösung für die Flüchtlinge. Denn das muss man auch einmal ehrlich sagen. Henkel hat bis heute noch immer nicht beantwortet, wenn er mal räumen will. Wohin er denn eigentlich räumen will? Will er die Flüchtlinge auf die andere Seite des O-Platz räumen? Will er die Flüchtlinge irgendwo unter Brücken räumen oder wieder zurück in die Nussschalen aufs Mittelmeer? Dazu sagt er nämlich nichts. Und, ich weiß, wir haben im Bezirk nicht viele Möglichkeiten. Wir sind eingeschränkt, aber ich finde, wir haben sehr viel erreicht bisher. Wir haben ein Haus organisiert. Und wir haben in den letzten Jahren für die Flüchtlinge auch organisiert, dass sie endlich mal eine Stimme bekommen, dass ihnen zugehört wird und dass sie nicht einfach mal so unter der Deckmantel verschwinden. Das ist auch ein sehr großer Erfolg. Ja, ja, wir baden im Bezirk die ganze inhumane, unverantwortliche Flüchtlingspolitik aus, die Europa und Deutschland betreibt. Und deshalb muss sich die auch endlich ändern. Es darf nicht sein, dass sich Europa weiter vor Flüchtlingen abschottet. Es darf nicht sein, dass Europa lieber die Flüchtlinge im Mittelmeer ertrinken lässt, als sie aufzunehmen. Und darum brauchen wir endlich ein humanitäres Visum an den Außengrenzen. Und wir brauchen eben kein Dublin-Reihe, sondern wir müssen diese Menschen fair und gerecht aufnehmen. Und wir brauchen auch in Deutschland weder Residenzpflicht, Arbeitsverbote oder irgendwelche Lagern. Aber was wir, wir im Bezirk tatsächlich endlich mal brauchen würden, wäre, dass dieser Bezirk, die hier lebenden Menschen und hier lebenden Flüchtlinge, sei es am O-Platz, sei es im Haus der Caritas oder in der Gerhard-Hauptmann-Schule, endlich aus humanitären Gründen hier aufnimmt. Und das kann der Bezirk tun. Denn das brauchen wir, um endlich auch die Verantwortung zu haben und diesen Menschen helfen zu können. Danke. Danke, Werner. Wir kommen jetzt zum nächsten Gesetzesredebeitrag von Scharnan. Ich lebe den Abend, zuhören. Liebe Freundinnen und Freunde, Als eure flüchtlingspolitische Sprecherin im Abgeordnetenhaus von Berlin habt ihr mir vor zweieinhalb Jahren den Auftrag gegeben, mich um die Flüchtlinge zu kümmern. Und wie vielfältig dieses aussehen kann, das habe ich erlebt. Am Pariser Platz, nun dieses Jahr beim zweiten Hungerstreik, der dann sogar in einen Durststreik ging. Und am Oranienplatz, um den ich mich seit März, als die Flüchtlinge angekommen sind, aus Bayern nach einem langen Marsch gekümmert habe. Dabei war für mich immer ganz klar, dass ich auch als Mensch und als Abgeordnete Respekt habe vor der Form des Protestes, die die Flüchtlinge sich aussuchen, liebe Freundinnen und Freunde. Die ganzen Redenbeiträge haben gezeigt, es sind viele Verantwortliche und wirklich lösen kann es schwer ein Einzelner. Aber das Problem ist ja noch nicht mal, dass die Verantwortung so auf vielen Schultern verteilt ist, sondern das Problem, was wir in der Landespolitik, aber auch in der Bezirkspolitik haben, ist, dass die Verantwortlichen ihre Verantwortlichkeit gar nicht wahrnehmen und sehen wollen. Natürlich können die Gesetze geändert werden auf der Bundesebene. Das kann abgeschafft werden, das Arbeitsverbot, die Residenzpflicht, die Lagerunterbringung und auch die Abschiebungen. Liebe Freundinnen und Freunde, das Land ist verantwortlich für die Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen. Wir als Abgeordnetenhausfraktion haben einen Antrag eingebracht und genau dargestellt, wie das Land, die Ausländerbehörde, die Innenverwaltung diese Verantwortung wahrnehmen kann. Wer es nachlesen möchte, in dem Stachel, der draußen ausliegt, habe ich was dazu geschrieben. Und statt als Innensenator diese Verantwortung anzunehmen oder auch seine Verantwortung anzunehmen, wie eine Versammlung, ein Flüchtlingsprotest durchgeführt werden kann, unterstützend fühlt sich der Innensenator des Landes Berlin nur für den Rasen auf dem Oranienplatz zuständig, liebe Freundinnen und Freunde. Jeder kann es im Tagesspiegel nachlesen, dass er zwei Seiten ausführt, warum er für den Flüchtlingsprotest nicht zuständig ist, und dann aber schreibt, dass er das Grünflächengesetz und Grünanlagengesetz einhalten will und den Bezirk auffordert, es einzuhalten. Andernfalls würde er bezirksaufsichtliche Maßnahmen einleiten. Ja, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, was ist das für ein Innensenator und was ist das für eine Politik der CDU und der SPD auf der Landesebene? Ich verstehe sie nicht. Unsere Art des Regierens und des Denkens ist es nicht. Kommst du bitte zum Ende? Und falsch ist es auch, liebe Freundinnen und Freunde, wenn so getan wird, dass die Grünen gescheitert seien oder dass irgendetwas von unserer Bezirksbürgermeisterin dort falsch gemacht wurde. Nein, der Bezirk ist an seine Grenzen gekommen und das haben wir auch eingestanden. Aber uns geht es eben nicht um den Rasen und die Pflege am O-Platz, liebe Freundinnen und Freunde. Uns geht es um Menschenrechte, Recht auf Arbeit, Bewegungsfreiheit, Wohnen und Zukunft. Nach wie vor gilt für uns Grüne. Refugee are welcome in the city of Berlin und in Kreuzberg sowieso. Danke, Shana. Wir haben jetzt noch eine Wortmeldung von Paula. Es können auch noch Leute aus anderen Bezirken reden, aber vielleicht ist es noch zu früh. Ja, ich habe auch gar keine große Rede vorbereitet, aber wir hatten am Mittwoch eine sehr einprägsame Sitzung unseres Bezirksparlaments und deswegen dachte ich, dass ich dazu vielleicht noch ein paar Worte verliere. Ihr habt es ja wahrscheinlich der Presse entnehmen können, was da passiert ist und das wird nun unterschiedlich bewertet. Von vielen Seiten, von unterschiedlichen Seiten wird jetzt gesagt, die Grünen sind irgendwie völlig unfähig oder haben alles falsch gemacht. Aber was eigentlich meine Erkenntnis dieses Mittwochs war, dass wir und ich glaube, das ist jetzt nicht nur unser Verdienst als Grüne, aber doch sehr stark, dass wir es in unserem kleinen Bezirksparlament geschafft haben, diese Diskussion zu ermöglichen. Und ich glaube, überall anders, in jedem anderen Bezirk oder auch in anderen Parlamenten wäre das nicht möglich gewesen, sondern da wäre entweder die Polizei gekommen und hätte das ganze Gebäude geräumt oder sie hätte es vorher abgesperrt, sodass keiner reingekommen wäre oder die Bezirksverordneten oder ParlamentarierInnen wären wieder nach Hause gegangen. Aber bei uns haben wir es geschafft, obwohl es schwierig war, diese Diskussion zu ermöglichen und da möchte ich, weil sie heute auch hier ist, auch nochmal unserer Bezirksvorsteherin Christine ganz herzlich danken, weil sie hat das wirklich super gemacht bei einer Diskussion, die über vier Stunden ging. Mit Übersetzung, also jeder Redebeitrag wurde ins Englische übersetzt, das hinzubekommen. Ich finde, das war aber auch ein Zeichen und das ist nicht nur in unserem Bezirk so, sondern bei dem Austausch, den wir mit den anderen Bezirken haben, merken wir, dass in jedem Bezirk in dieser Stadt die Bezirke die Anlaufstelle sind, wenn es darum geht, was passiert in Flüchtlingsunterkünften, was passiert hier und da bei unterschiedlichen Protests, dass wir uns darum kümmern müssen und wir beschließen die Forderung, wir stehen hinter den Forderungen, die die Flüchtlinge haben. Wir ignorieren die Menschen nicht, sondern wir nehmen uns dessen an und diskutieren mit ihnen und senden diese Forderungen weiter Richtung Senat, Richtung Bundestag, Richtung Europa, weil wir nun in den Bezirken weder die Residenzpflicht noch Arbeitsverbote noch Sonstiges ändern können. Und was mein Fazit des letzten Jahres vor allem ist, dass eben vom Senat leider sehr wenig zu hören ist. Auch wenn Chaya sich jetzt darum gekümmert hat, er hätte doch noch eine ganze Menge mehr machen können und auch der restliche Senat, das ist ja nicht nur Chaya, der für Flüchtlingspolitik zuständig ist. Zum einen die Unterkünfte, wie sieht es in Unterkünften in Berlin aus? Gerade die Spandauer und Spandauerinnen können da immer viel von erzählen. Kommst du bitte zum Ende, Paula? Ja, und auch der ganze Bereich der Aufnahme aus humanitären Gründen, wo unsere Abgeordnetenhausfraktion ja auch einiges gefordert hat in den letzten Wochen. Also hier hatte der Senat meines Erachtens im letzten Jahr genug Zeit zu handeln und es gibt da keine Ausreden. Nicht nur Bezirke, Innis und Kirchen können was für Flüchtlinge tun, sondern der Senat kann das auch tun. Ja, wir sehen jetzt keinen weiteren Redebeitrag. Dann würden wir jetzt die Rednerinnenliste schließen und uns langsam Richtung Abstimmungsverfahren bewegen. Dafür würden wir gerne die Änderungsantragskommission aufrufen. Nina, würdest du das... Achso, okay, Alexander, okay, gut, bitteschön. Ja, ihr Lieben, ich mache es kurz. Es gab drei Änderungsanträge. Der erste, E34, von der Grünen Jugend, ist vollständig übernommen worden. Der zweite von der Grünen Jugend, E37, ist modifiziert übernommen worden. Genauso wie der E77 von Tempelhof-Schöneberg. Wir haben also eine Endabstimmung. Gut, vielen Dank. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer dafür ist, die Resolution R019 zuzustimmen, den bitte ich um ein Handzeichen in der geänderten Fassung. Gut, wer ist dagegen? Wer enthält sich? Wow. Dann vielen Dank. Dann ist diese Resolution einstimmig angenommen. Ja, vielen Dank. Dann übergebe ich jetzt zum nächsten Tagesordnungspunkt an Hinrich. Ja, Mahlzeit. Fröhliches Guten Morgen von mir. Wir kommen jetzt zum Aufbruch nach 2016, dem Leitantrag. Wir schlagen euch an dieser Stelle von hier aus in Abstimmung mit Landesvorstand und Antragskommission folgendes Debattenverfahren vor. Vier gesetzte Redebeiträge und acht geloste Redebeiträge, quotiert. Je drei Minuten. Wer von euch mit diesem Verfahren einverstanden ist, den bitte ich jetzt um das Kartenzeichen. Vielen Dank. Gegenstimmen? Enthaltungen? Dann verfahren wir so. Vielen Dank. An gesetzten Redebeiträgen, dass ihr das schon mal sehen könnt, haben wir Ramona Popp, Notka Schweikart, Monika Herrmann und Bartosz Lotarewitsch. Ihr könnt euch ab sofort einschmeißen, bitte dort vorne. Wir hoffen auf rege Beteiligung, insbesondere auch von Frauen, um das gleich zu sagen. Und hiermit bitte ich Bettina Jarasch jetzt um die Einbringung des Leitantrags. Vielen Dank. Liebe Freundinnen und Freunde, Hannelore Kraft und Peter Altmaier als Verbündete gegen die Energiewende, das ist für mich das Bild, vielleicht auch für viele von euch, das den Beginn einer wahrscheinlichen schwarz-roten Koalition im Bund prägen wird. Und es ist kein schönes Bild. Es präsentiert sich, darüber hat Simone Peter vorhin schon sehr eindrücklich gesprochen, eine Koalition der Zukunftsvergessenheit. Ich glaube, Simone, das ist wirklich das richtige Wort. Zukunftsvergessenheit ist genau genommen der Gegenbegriff zu dem Nachhaltigkeitsding, das uns so wichtig ist. Und zwar im Bund wie in Berlin. Die größte Enttäuschung aus den Verhandlungen ist für uns sicherlich die ökologische Modernisierung. Die Tatsache, dass die Klimaschutzpolitik praktisch beendet und die Energiewende eher gebremst als beschleunigt wird. Aber was wir eben hier auch sehen, ist die Allianz von zwei strukturkonservativen Parteien, die sich zumindest in unserem Kernthema weniger unterscheiden, als wir das vielleicht glauben und als es uns lieb sein kann. Und dasselbe Schauspiel sehen wir eben auch in Berlin mit einer großen Koalition, die demnächst nämlich im Frühjahr ihre Halbzeitbilanz vorlegen wird. Keine eigenen Initiativen, um Berlin endlich vom letzten Platz in Sachen erneuerbare Energien wegzuholen. Stattdessen Tricks und Theaterdonner, um den Volksentscheid neue Energie auszubremsen. Natürlich sind 600.000 Stimmen für den Rückkauf der Stromnetze und für ein Klimastadtwerk ein überdeutliches Signal, dass sich viele Menschen in dieser Stadt erstens eine andere Mitsprache und vor allem eine andere Politik wünschen. Zukunftsvergessenheit finden wir aber auch in dieser Berliner Koalition in Finanzfragen. Auch das wiederum im Bund wie in Berlin. Im Bund bedienen sich die künftigen Koalitionspartner tief in der Rentenkasse, um ihre jeweilige Klientel zu bedienen und gefährden so die langfristige Stabilität der Systeme. Und in Berlin? Statt den wirtschaftlichen Aufschwung, die Zinslage, die Steuermehreinnahmen, die wir ja haben, zu nutzen für die dringend nötigen Zukunftsinvestitionen in diesem Land, brüstet sich der Senat mit Haushaltskonsolidierung. Aber in Wahrheit bürdet er die Schuldenaufnahme einfach den Landesunternehmen auf, den Wohnungsgesellschaften, den Wasserbetrieben und beziehungsweise er lässt sie wie der BVG mit ihrem chronischen Defizit allein. Das ist nicht nachhaltig und das alles ruft geradezu danach, dass wir mit unserem Alleinstellungsmerkmal, mit unseren grünen Grundwerten der Ökologie, dem Kampf gegen den Klimawandel, zu einer nachhaltigen Politik Alternativen bieten, die Zukunft eröffnen. Und dennoch, wir können die große Koalition kritisieren, aber wir sollten sie nicht unterschätzen, liebe Freundinnen und Freunde. Eine Koalition von zwei strukturkonservativen Volksparteien heißt nämlich auch, und das müssen wir ernst nehmen, das heißt, eine solche Koalition ist breit verankert in der Gesellschaft, wie in staatlichen Institutionen, wie in der Verwaltung. Es bedeutet auch, dass ein Großteil der Bevölkerung sich irgendwie vertreten fühlt, gefühlt zumindest irgendwie mitregiert. Gegen eine große Koalition Opposition zu machen, geht darum nicht unbedingt erfolgreich, indem wir wie der grüne Ritter ohne Furcht und Tadel anstürmen gegen alles, was ist. Es geht auch nicht, indem man alles schlecht macht, was vom Senat kommt. Denn die Berlinerinnen und Berliner warten nicht darauf, uns in die Regierungsverantwortung zu tragen. Sie erwarten zu Recht, dass wir echte Alternativen und konkrete Lösungen bieten, die nicht nur die Welt, sondern auch ganz konkret den Alltag der Menschen hier verbessern. Sie wollen nicht einfach hören, dass wir alles anders machen, sondern Sie wollen wissen, wo es mit uns Kontinuität und wo es Wandel gibt, was wir verändern und was wir womöglich sogar bewahren wollen, weil es gut ist. Aber dort, wo wir kritisieren, da müssen wir eben auch liefern und Konzepte vorlegen, die verdeutlichen, wie unsere Alternative aussehen und wie sie ganz konkret funktionieren könnte. Dazu hat unsere Fraktion im Abgeordnetenhaus schon einiges vorgelegt, in der Wohnungspolitik, beim Thema Zukunftsinvestitionen trotz Konsolidierung. Auch unsere Vorschläge zur Zukunft des Tempelhofer Feldes und für eine andere Verkehrspolitik gehen in diese Richtung. Aber um 2016 in diesem Sinne ein zugespitztes Programm vorzulegen, müssen wir frühzeitig anfangen. Und wir müssen alles wissen, das wir haben, alle Kontakte nutzen und bündeln, sowohl die auf Landes- wie auch die auf Bezirksebene. Und deshalb wollen wir mit diesem Leitantrag, der euch vorliegt, geben wir uns eine ganze Reihe von Hausaufgaben, ganz bewusst auch als Landesvorstand. Denn wir wollen in den nächsten Monaten viele intensive Gespräche mit euch, mit allen Gliederungen führen, um uns dann gemeinsam an die Arbeit zu machen. Im Bundestagswahlkampf wurden wir als selbstgerecht und bevormundend wahrgenommen. Wenn wir das ändern wollen, dann müssen wir auch unsere Haltung ändern, nicht nur den Ton. Und das hat mit dem Respekt vor unterschiedlichen Lebensweisen zu tun. Das heißt aber für uns Grüne eben auch die Anerkennung von Lebensweisen und von Entscheidungen, die Menschen treffen, die unseren grünen Vorstellungen erst mal widersprechen oder zu widersprechen scheinen. Erlaubt mir an dieser Stelle einen kurzen Vorgriff auf den Mobilitätsantrag, den wir nachher noch diskutieren werden. Wir bleiben natürlich dem Klimaschutz verpflichtet. Wir wollen die Menschen dazu bringen, dass sie aufs eigene Auto verzichten. Aber wir müssen einfach auch anerkennen, dass das nicht so einfach ist, wenn man Kinder hat oder in den Außenbezirken wohnt. Deshalb wollen wir Angebote machen, die grüne Ziele umsetzen helfen. Und wir bleiben bei unseren grünen Zielen. Aber es müssen auch Angebote sein, die den Menschen den Alltag erleichtern oder schlichtweg mehr Lebensqualität bringen. Und selbstverständlich wollen wir über diese Ziele mit allen reden, die wir überzeugen oder auch von denen wir lernen wollen. Und sei es nur, um ihre Gegenargumente kennenzulernen und nicht nur die, die sowieso schon immer dieselben Ziele haben wie wir. Bevormundend wirken unsere Programme aber womöglich, auch manchmal, das sage ich wirklich selbstkritisch, weil sie oft einfach bis ins kleinste Detail auflisten, auf welchem Weg und mit welchen Instrumenten genau wir unsere Ziele erreichen wollen. Mit solchen Maßnahmenkatalogen kann man Menschen eben auch erschlagen, aber man begeistert sie nicht so leicht. Und deshalb wollen wir versuchen, einen anderen Weg zu gehen. Im Dialog mit der Stadtgesellschaft, zentral und in den Bezirken, uns darauf verständigen, was die Vorhaben sind, die wir am dringendsten angehen sollen, was die Stadt braucht oder vielleicht auch nicht, was den Menschen auf den Nägeln brennt und wofür grüne Lösungen, aber ich betone schon, grüne Lösungen gefragt sind. Und dabei wollen wir die ganze Stadt im Blick behalten. Und das erfordert neben Dialog eben auch eine verstärkte Präsenz, gerade in den Stadtbereichen jenseits des S-Bahn-Rings. Und deswegen haben wir uns auch dort Hausaufgaben gegeben, nämlich zu überlegen, wie wir ganz gezielt unsere Kreisverbände in den Außenbezirken stärken können. Und wir müssen, glaube ich, die Arbeit in unseren Bezirksfraktionen stärker vernetzen mit unserer Parteiarbeit. Denn dorthin wenden sich die Berlinerinnen und Berliner mit ihren konkreten Anliegen und Nöten. Und wir wollen, und zwar... Kurze Unterbrechung. Wir wollen, und da möchte ich auch noch mal zur Klärung sagen, denn ich glaube, da gab es einige Missverständnisse bei unserem Antrag. Wir wollen nicht jetzt oder morgen oder 2014 ein Programm vorlegen. Wir wollen uns nur diesmal wirklich die Chance, dass wir jetzt erst mal nach dem Europawahlkampf keinen Wahlkampf mehr bestreiten müssen, dass wir Zeit haben, dass wir gut aufgestellt sind, dass wir jetzt endlich arbeiten können. Wir wollen diese Zeit einfach nur nicht verstreichen lassen, sondern nützen. Also wir wollen nicht, keine Sorge, jetzt im nächsten Jahr ein Programm vorlegen, aber wir wollen 2016 oder wann auch immer die Neuwahlen sind, ein Programm haben, das zugespitzt ist auf jene Lösungen, die stadtweit eine Bedeutung haben und echte Alternativen bietet und eben auch jene alternativen Projekte vorweisen können, an denen man uns unterscheiden und erkennen kann. Wir haben Respekt vor dieser Aufgabe. Und weil wir eben auch wissen, dass solche Lösungen nicht im und nicht kurz vor dem Wahlkampf, sondern nur mit einem langen Vorlauf entwickelt werden, deshalb wollen wir gerne jetzt schon gemeinsam mit euch anfangen. Und keine Sorge, über Plakate können wir 2016 noch lang genug streiten. Aber bis dahin ist eben viel anderes zu tun. Und deshalb bitte ich euch um die Zustimmung zum Antrag Aufbruch 2016, damit wir gemeinsam ein Startsignal setzen können. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank, Bettina. Wir warten immer noch auf eure Anmeldung von Redebeiträgen. Seid nicht scheu, wir brauchen jeden Redebeitrag hier. Und ich rufe jetzt auf als ersten Gesetzenrednerbeitrag Ramona Popp. Ja, liebe Freunde, liebe Freunde, wir fangen heute einen Prozess an, der natürlich in einem politischen Raum stattfindet. In einem politischen Raum, wo wir erleben, dass die Große Koalition sich auf Bundesebene jetzt dann doch festsetzen wird, obwohl die SPD noch so tut, als ob sie zicken würde. Und wir kennen das ja aus Berlin mit der Großen Koalition, die wir seit über zwei Jahren hier genießen dürfen als Berlinerinnen und Berliner. Und wir stellen fest, dass der große koalitionäre Kuhhandel meistens ziemlich viele blinder Flecken hat, wenn man sich Berlin vor allem anschaut. Ganz gleich, ob die Frage des Bonsai-Stadtwerks mit vielleicht fünf Windrädern, was die auf den Weg bringen, statt der dringend notwendigen energetischen Sanierung, die etwas mehr ist, eindeutig. Ob sie sich bei der Wohnungspolitik in halbgaren Kompromissen ergehen, bei der Zweckentfremdungsverbotsverordnung oder auch bei der Wohnungsbauförderung, wo sie bis heute streiten, ob Nussbaum oder Müller zuständig sind, weil es auch wirklich das Wichtigste ist, was die Stadt interessiert in der Frage. Oder was wir jetzt bei der Haushaltsberatung erleben, dass die Große Koalition das tut, was sie immer schon konnte, den Weg in die Schattenverschuldung zu gehen. Die Wohnungsbaugesellschaften, die BVG, die Wasserbetriebe, Milliardenkredite, Milliardenverschuldung. Aber man feiert sich dafür ab, dass der Haushalt gut aussieht. Na, so geht das aber, glaube ich, nicht an der Stelle. Und das ist die Große Koalition, die wir kennen und die wir auch nicht unbedingt wollen in dieser Stadt. Wir müssen es aber auch selbstkritisch fragen, haben wir Ihnen den Weg nicht vielleicht etwas zu leicht gemacht, in Berlin und auf dem Bund und auf der Bundesebene, sich in die Große Koalition zu bewegen. Und deswegen ist die Diskussion richtig, die wir hier führen. Und deswegen ist das Stichwort, obwohl es auch bei uns schon abgenutzt ist, ist trotzdem das richtige Schlagwort, zu sagen, die Eigenständigkeit. Das ist die, die wir als Grüne jetzt mal endlich auch für uns durch die Klinien durchbuchstabieren müssen. Wir müssen damit anfangen. Ihr macht das in eurem Antrag und ich will noch eins hinzufügen. Eigenständigkeit heißt für mich nicht Eigensinnigkeit. Ich glaube, das sollten wir uns auch ziemlich klar machen. Das ist auch nicht der richtige Weg. Sondern die Offenheit zu haben, sich anzuschauen, und auch nüchtern anzuschauen, was geht eigentlich wo und mit wem. Und ja, nüchtern muss ich tatsächlich feststellen, dass der natürliche Partner SPD, so wurde er bislang gesehen, hat sich ziemlich entgrünt in den letzten Jahren. In Fragen von Energiepolitik, von Klimaschutz, von Ökologie ist die SPD inzwischen offensichtlich auf Kohlekraft aus NRW angewiesen. Wir in Berlin haben einen Weg vor uns bis 2016. Das ist überhaupt keine Frage. Und wir sollten auch aus den Fehlern, die im Bund gemacht worden sind, auch lernen hier für Berlin. Wir sollten lernen, zuzuhören, statt immer vorzurechnen. Wir haben das Gesamtkonzept für alle. Und jetzt hört uns doch endlich zu. Vielleicht mal wieder zuhören. Und ich glaube, was wir gerade auch angefangen haben, in der Flüchtlingsdebatte zu sagen, Bündnisse suchen. Bündnisse in der ganzen Stadt zu suchen. Unkonventionelle Bündnisse für unsere Politik zu suchen, statt wieder alte Pfandbilder zu beschwören. Ich glaube, das bringt uns nicht weiter. Ganz gleich, ob es die Politik des Gehörtwerdens ist oder die andere Haltung, die Bettina gerade angemahnt hat. Ich glaube, es ist uns allen ziemlich klar, wir müssen noch offen sagen, wir sind natürlich nicht die besseren Menschen. Aber wir haben Ideen, wir haben Visionen, wir haben Werte, die gar keinen moralischen Hochmut benötigen. Und wir wollen mit den Menschen in der Stadt darüber diskutieren. Wir wollen mit ihnen reden. Wie wollen wir eigentlich zusammenleben in den nächsten 10, 15 Jahren? Wie verändert sich dieser Stadt eigentlich? Was ist unser Beitrag dazu, dass die Veränderung positiv ist und positiv auch bleibt in den nächsten Jahren? Kommst du bitte zum Ende? Ich glaube, wenn wir nach vorne schauen, wir haben Potenzial und wir haben große Chancen mit einer abgenutzten SPD, wo auf Klaus Wovereit, der ja auch eine Lehm-Dag ist, keiner so richtig folgen möchte, eine unauffällige CDU. Da ist ganz viel Platz, glaube ich, für starke Grüne. Lasst uns einfach in der nächsten Zeit auf die Menschen zugehen, daran arbeiten, dass wir 2016 tatsächlich mit ihnen gemeinsam die Stadt auch gestalten, gestalten wollen. Und lasst uns vor allem zeigen, dass wir nicht bis zum letzten Spiegelstrich recht haben wollen, sondern dass wir auch wirklich Mehrheiten für unsere Politik in dieser Stadt gewinnen wollen. Das müssen wir leisten und das werden wir auch leisten bis 2016. Da bin ich mir ganz sicher. Vielen Dank, Ramona. Dann rufe ich als ersten gelosten Redebeitrag Dirk Jordan von der LAG-Bildung auf. Und nochmal der Hinweis, wir wünschen uns weitere Redebeiträge, insbesondere von Frauen. Damit hatte ich nur nicht gerechnet, dass Sie gleich dran sind. Gerade eingeworfen. Dirk Jordan von der LAG-Bildung. Ich begrüße sehr, dass wir diesen Leitantrag in einer neuen Fassung hier vorliegen haben und in einer neuen Fassung ihn beraten. Ich denke, das war wichtig, all das, was hineingekommen ist. Insbesondere möchte ich ausdrücklich betonen, dass wir uns wieder daran erinnern, dass wir diesen Dialog mit der Stadtgesellschaft und auf Ihre Fragen sozusagen hören wollen. Das Zuhören bezieht sich ja darauf und nicht nur auf unsere kleinen internen Gruppen und Bereiche. Das ist etwas, was wir allerdings auch schon mal, sind zwei Jahre jetzt hier fast, schon mal beschlossen hatten nach der Abgeordnetenhauswahl. Erinnert euch noch an diesen Leitantrag damals. Auch damals haben wir uns das vorgenommen. Und ich möchte jetzt ganz ausdrücklich betonen, wenn wir uns das zum zweiten Mal vornehmen, dann muss das auch passieren. Weil sonst wird das unglaubwürdig. Also wir haben hier eine Verpflichtung, gehen wir mit ein. Und ich möchte uns alle sehr ermuntern, dass wir dieser Verpflichtung dann auch nachkommen. Und dazu wird es auch nötig sein, ein paar Dinge intern zu klären. Ich erinnere mich noch gut an einen guten Beitrag, so einen Kommentar von Daniel und Bettina zu der Frage, wie gehen wir mit dem Tempelhofer Feld und den dort verkrampften Positionen um. Und das war dann auch deutlich, dass allein mit dieser Position 100% grün auf dem Tempelhofer Feld das nicht unsere ist. Nun lese ich natürlich im Neuköllner Stachel heute, der Bezirksverband Neukölln unterstützt diese Initiative und findet das richtig. Also sehe ich doch einen Bedarf, dass wir miteinander darüber intern auch reden. Weil das ist dann auch keine gute Botschaft, dass die einen der Grünen das so sagen und die anderen dann so. Dann wird man schon uns miteinander auseinandersetzen müssen. Und ich sehe auch ein paar andere Bereiche, wo wir sozusagen Positionen beziehen und doch vielleicht auch intern noch nicht dabei zu Ende gekommen sind mit dem, was wir da diskutieren. Ich erinnere an die Diskussion jetzt gleich, die wir eben schon hatten. Wir haben eben über Lampedusa und die Außenweise, wie wir die Flüchtlinge hier sozusagen willkommen heißen und sie unterstützen. Wir haben begrüßt, dass die katholische und die evangelische Kirche und die Kirchengemeinden sich eingemischt haben in diese staatliche Angelegenheit. Und ein bisschen später wollen wir gerne eigentlich noch, glücklicherweise ist ja nur auch verändert worden, einen Beschluss fassen. Wir wollen die strikte Trennung von Kirche und Stadt. Das geht nicht. Das ist unglaubwürdig. Wir können nicht auf der einen Seite sagen, hier hilf uns mal und dann wollen wir. Also es gibt auch eine Reihe von Punkten, die wir intern bereden müssen, bevor wir uns mit der Stadtgesellschaft auseinandersetzen. Darauf wollte ich gerne noch mal darauf hinweisen. Ansonsten unterstütze ich sehr diesen neuen Antrag. Vielen Dank, Dirk. So, ihr Lieben, jetzt kommen wir früher als erwartet zu einer Frage, zu der wir kommen müssen, nämlich wir haben keine weiteren Frauenredemeldungen, würden aber eigentlich gerne auslosen. Es wirft sich gerade Lisa ein. Dann spielen wir das ja ganz entspannt und so wie Lisa sich eingeworfen hat, werden wir losen. Das Los der nächsten Rede ist auf Lisa Paus gefallen. Lisa, du hast das Wort. Ich wollte nur zwei spontane Anmerkungen machen. Das eine ist noch mal zu der Frage, mit wem wollen wir alles reden. Ich finde das sehr richtig, Dirk Jordan. Ich finde auch, wir sollten das stärker in die Tat umsetzen und wir sollten daraus auch einen organisierten Prozess machen. Das ist eben ja gar nicht so einfach, weil diese Stadt sehr vielfältig ist. Wir haben über 3,5 Millionen Einwohner. Wir haben zigtausend, wirklich, ich würde sagen, es geht zumindest in die hunderte Initiativen und wenn man mit denen vernünftig reden will, da braucht man Zeit, da braucht man auch einen organisierten Prozess. Das muss man machen. Und diese Arbeitsaufgabe, die sehe ich auch und da finde ich, da sollten wir uns alle einbringen und der Landesvorstand hat auch nur einen begrenzten Terminkalender, aber ich denke, da sind wir guter Dinge, dass das dann auch tatsächlich passiert. Ich möchte mich aber schon auch stärker mit denen unterhalten, die unsere Ziele tatsächlich teilen. Ich will mich auch gerne mit den anderen unterhalten und ich weiß einfach, in dieser Stadt teilen sehr viele unsere Ziele. Wir haben grundsätzlich, auch wenn wir jetzt miserable Ergebnisse hatten, aus guten Gründen, ist es nach wie vor so, dass über 30 Prozent der Menschen in der Stadt sich vorstellen können, grün zu wählen und dass in praktisch fast allen Themenfeldern wir Positionen vertreten, die nicht nur mehrheitsfähig sind, sondern die teilweise zwei Drittel mehrheitsfähig sind. Also von daher kann man in vielen Bereichen sagen, zwei Drittel der Stadtbevölkerung von Berlin teilt unsere Ziele. Und mit denen sollten wir uns zuerst beschäftigen. Mit den anderen sollten wir uns auch beschäftigen, aber wir sollten uns noch stärker damit beschäftigen, warum wir so schlechte Ergebnisse haben, wenn doch in etlichen Bereichen Mehrheiten, zwei Drittel Mehrheiten unsere Ziele teilen. Und das finde ich einen wichtigen Punkt bei diesem Prozess. Und zweiten wichtigen Punkt finde ich, dass tatsächlich bei der Frage Tempelhofer-Feld, wie bei allen anderen Bürgerentscheiden, Volksentscheiden, die in der Stadt laufen, sich die Frage stellt, ob es per se klar ist, dass es richtig ist, wie wir bisher damit verfahren haben, dass eine grüne Position das einzige Heilmittel ist. Wenn es tatsächlich so ist, dass es in unserer Partei da dauerhaft unterschiedliche Positionen dazu gibt, die nah an 50 Prozent sind, dann finde ich, dann steht es uns in diesen Fragen durchaus gut an, entsprechende Mehrheiten, wie sie eben auch in der Stadt vertreten sind, entsprechend auch nach außen zu kommunizieren. Ich habe nicht den Eindruck, dass die Leute sich da verschaukelt vorkommen, sondern ich finde, in diesen Fragen, wo es um Bürgerinitiativen geht, wo es um Volksentscheide geht, da ist mehr Pluralität in unserer Partei auch durchaus angemessen. Auch darüber würde ich mich freuen, wenn wir intensiver in die Debatte kommen, wie wir mit diesen neuen Instrumenten in der Stadt, die begeistert aufgenommen werden, als grüne Partei umgehen. Danke. Vielen Dank, Lisa. Dann rufe ich jetzt als nächsten Gesetzenredebeitrag auf Bartosz Lotharewitsch. Das ist deshalb so, weil ich euch leider mitteilen muss, dass Notgar erkrankt ist und deshalb heute hier nicht sein kann. Aber wir werden einen Ersatzsprecher für Notgar finden. Aber jetzt erst mal Bartosz als Nächster. Und wir haben immer noch Platz für weitere Frauenmeldungen. Ja, das ging ganz schnell. Liebe Freundinnen und Freunde, wir wollen heute mit dem Aufbruch 2016 beginnen. Dafür brauchen wir eben eine nüchterne Wahlkampfanalyse, aber auch strategische Überlegungen für die kommenden Jahre, und zwar für die gesamte Stadt. Deswegen wäre aus meiner Sicht auch der erste richtige Schritt, dass wir auch endlich aufhören zu betonen, wie schlecht das Ergebnis war. Und dass wir uns wirklich lieber damit befassen, wie wir dazu kommen, dass die Ergebnisse künftig besser werden und dass wir die Stadt endlich regieren können. Wie ihr alle wisst, liegen die Ergebnisse in den östlichen Teilen der Stadt noch weit hinter dem, was wir uns alle wünschen, aber auch hinter dem, was wir zum Regieren der Stadt brauchen. Ich habe im Wahlkampf an knapp 30 Podiumsdiskussionen in Lichtenberg teilgenommen und ich hatte sehr oft erlebt, dass die Leute uns mehr als aus Pflichtbewusstsein wählen wollten, als dass sie wirklich begeistert davon waren, welche Ziele und Visionen wir verfolgen wollen. Die Wahlkampferfahrungen zeigen mir aber auch ganz deutlich, dass wir nicht versuchen sollten, künftig die sozialen Themen, bei den sozialen Themen die SPD oder die Linke zu überholen, weil aus meiner Sicht ist das nicht möglich. Und zweitens, im Zweifelsfall, werden die Leute eh das Original wählen. Und uns, liebe Freundinnen und Freunde, wählen die Leute vor allem deswegen, weil wir grün sind und nicht, weil wir sozialer oder was auch immer sind als die anderen Parteien. Wir müssen die Menschen wieder bewegen. Wir müssen ihnen das gute Gefühl geben, dass es sich lohnt, uns zu wählen, dass sie sich wirklich wohl dabei fühlen, dass sie uns wählen. Und wie Bettina schon bereits gesagt hat, ich habe es mehrmals erlebt, dass die Leute ganz klar gesagt haben, wir wollen von euch nicht bevormundet werden. Und das waren nicht nur potenzielle Wählerinnen, sondern das waren auch ehemalige grüne Wählerinnen. Und deswegen, liebe Freunde und Freunde, künftig sollten da wirklich noch mal genauer hinschauen, wie wir das nach außen kommunizieren, weil die Leute wollen schlicht und ergreifend nicht von uns bevormundet werden. In Lichtenberg, aber auch in den anderen östlichen Bezirken erleben wir seit 2011 einen Aufbruch. Es wird bei uns fast an jeder Ecke gebaut, neue Menschen ziehen hinzu, wir müssen neue Kitas und neue Schulen bauen. Wir haben auch die ersten Gentrifizierungstendenzen. Und müssen knapp 300 Stellen im öffentlichen Dienst abbauen. Wir sind aber auch in allen drei östlichen Bezirken in C-Gemeinschaften mit der SPD und der CDU zusammen. Das hätten wir uns vor der Wahl auch nicht gedacht. Und ja, wir müssen auch unangenehme Entscheidungen treffen. Aber wir haben endlich die Chance, grüne Politik umzusetzen und sie nicht nur aus der Opposition zu kommentieren. Liebe Freundinnen und Freunde, wir müssen in den kommenden Jahren wieder den Menschen besser zuhören. Ihre Sorgen, Anregungen, aber auch Kritik ernst nehmen. Und wir müssen politische Ziele, aber auch Visionen für die ganze Stadt schaffen, die die Menschen mitnimmt. Wir müssen aber auch unsere Eigenständigkeit weiterleben und uns nicht erneut, sogar auch einseitig, an irgendeine Partei ketten. Wir müssen aber auch mehr in die Außenbezirke, um die grünen Potenziale dort zu stärken, aber vor allem auch eben die Erfahrungen, die es da gibt, noch mal stärker mit einzubeziehen. Liebe Freundinnen und Freunde, die Stadt ist einfach zu schön dafür, dass wir sie dauerhaft anderen Parteien überlassen. Deswegen lasst uns gemeinsam an dem Aufbruch arbeiten, dass wir uns künftig auf die Wahlergebnisse freuen können und dass wir 2016 wirklich die Erfolge feiern können. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, Bartosz. Wir haben jetzt zwei weitere Redewünsche von Männern, aber keine mehr von Frauen. Daher würde ich jetzt Caroline auf das Podium bitten, um uns mal vorzuschlagen, wie wir mit dieser Situation am besten umgehen. Und in diesem Zusammenhang möchte ich euch gleich sagen, dass wir dieses gerne für den Rest dieser Versammlung so tun würden. Caroline, bitte deinen Vorschlag. Hallo, ihr. Also, wie das Präsidium schon richtig gesagt hat, gibt es weniger Redewünsche von Frauen als von Männern. Das heißt, dass wir laut unserer Satzung und auch dem Bundesfrauenstatut darüber abstimmen müssen, ob diese männlichen oder die Redebeiträge von Männern zugelassen werden oder nicht. Vorab, bevor wir zu der Abstimmung kommen, möchte ich euch noch über zwei Dinge informieren. Wir wollen erstens, dass es die Möglichkeit eines Frauenvotums gibt. Das heißt, eine der weiblichen Delegierten kann per Handzeichen das Frauenvotum beantragen. Das heißt, dass nur alle weiblichen Delegierten an dieser Abstimmung teilnehmen können. Die Abstimmung ist trotzdem für die Versammlung bindend. Das zweite ist ein Vorschlag, wie ja gerade auch schon von Hinrich vorgetragen, des Präsidiums in Abstimmung mit der Bundesgeschäftsstelle, dass diese Abstimmung, egal ob von allen Delegierten oder nur den weiblichen Delegierten, für die restliche Versammlung gilt. Das heißt, wir stimmen jetzt einmal darüber ab, ob die männlichen Redebeiträge trotz fehlender weiblichen Redebeiträge zugelassen wird. Und das ist dann auch bindend für alle anderen weiteren Tagesordnungspunkte. Gut, da hinten gibt es jetzt schon ein Frauenvotum. Jetzt kommt eine sehr nette sportliche Betätigung, löst euch. Wir würden nämlich gerne euch bitten, dass alle weiblichen Delegierten für die Abstimmung aufstehen. Das hat nichts mit Anfängern zu tun, sondern einfach dazu, dass wir dann besser schauen können, dass tatsächlich auch nur Frauen an der Abstimmung teilnehmen können. Also bitte alle weiblichen Delegierten, erhebt euch. Sofern es körperlich möglich ist natürlich. So, jetzt noch mal zur Erinnerung. Wir stimmen jetzt einmal darüber ab, ob die männlichen Redebeiträge zugelassen werden. Und das gilt für den Rest der Veranstaltung. Alle Konzentrationen, alle, die dem zustimmen, dass jetzt männliche Redebeiträge zugelassen werden, auch wenn es keine weiblichen Redebeiträge gibt, hebe jetzt bitte die Hand bis zuweilen, hebe die Karte. Gegenstimmen? Enthaltungen? Mit einigen Gegenstimmen und einer Enthaltung sind die männlichen Redebeiträge zugelassen. Herzlichen Dank. Vielen Dank für euer Votum. Damit können wir jetzt zwei weitere Redebeiträge auslosen. Und als erster geloster Redner rufe ich auf Andreas Otto aus Pankow. Andreas? Andreas? Ah, das ist schon. Ja, jetzt habe ich Glück gehabt. Ich danke allen Frauen. Kann man ja mal sagen. Das ist unser erster Landesparteitag nach der Wahl. Insofern sei mir gestattet, gerade als jemand, der kandidiert hat, auch noch mal dazu, zwei Sätze zu verlieren. Diese Wahl, Niederlage, so haben wir es genannt, steckt uns vielleicht noch ein bisschen in den Knochen. Und natürlich habe ich, wie viele andere hier, auch darüber nachgedacht, wie ist das gekommen. Wir haben ja auf dem Bundesparteitag schon darüber diskutiert, dass wir möglicherweise den Menschen zu viel zugemutet haben. Dass wir irgendwann keine Umsetzungs-, keine Machtperspektive mehr hatten, weil einfach die Rot-Grün-Festlegung von den Prozenten das nicht mehr hergegeben hat. Andere Optionen waren nicht zu sehen und dann kam auch noch ein bisschen Pech dazu, dass wir vielleicht mit bestimmten Dingen, die wir vorgeschlagen, und manche haben wir ja auch gar nicht vorgeschlagen, ich sage mal das Nachtangelverbot, das gab es glaube ich gar nicht, dass wir mit solchen Dingen noch in eine Pressekampagne gekommen sind, wo dann nicht so viel übrig geblieben ist, außer den acht Prozent. Und jetzt ist die Frage, wie macht man das das nächste Mal anders und was meine Lehre daraus ist, zum einen muss man glaube ich sich freimachen von den Beschränkungen, man muss sich freimachen von den Beschränkungen vorher zu sagen, wir können nur mit denen oder mit denen oder mit denen nicht regieren. Ich weiß, das ist schon auf vielen Veranstaltungen diskutiert worden, das müssen wir aber glaube ich diskutieren, damit wir das 2016 auch noch wissen. Damit wir noch wissen, man legt sich nicht so doll fest vor einer Wahl auf irgendwelche Koalitionen, sondern man legt sich fest auf ein Programm. Man legt sich fest auf ein Programm und auf Ziele, die man umsetzen will. Ja, klatscht ruhig mal zwischendurch. Also man legt sich fest auf ein Programm und man muss auch davon ausgehen, dass man dieses Programm nicht zu 100 Prozent wird umsetzen können. Ich habe in den letzten Tagen viel gelesen, wie aus unseren Reihen die große Koalition und deren Vertrag bewertet wird. Da gibt es immer die Einschätzung, da ist ja von dem, was wir wollten, ganz wenig drin. Überraschung, wir waren nicht mit am Tisch. Und da ist ja auch von dem, was die SPD wollte, nicht alles drin. Überraschung, die mussten sich übrigens einigen mit der CDU. Und da ist von dem, von der CDU auch nicht so viel drin, weil die hatten gar nicht so viele Ziele. Und jetzt ist die Frage hier vorhin von unserer Bundesvorsitzenden ja aufgeworfen worden, ist das eigentlich eine Basis für eine Koalition? Für unsere Partei wäre das keine. Aber wir müssen zur Kenntnis nehmen, es gibt Parteien, für die ist sowas eine Basis. Und diese Parteien haben eine übergroße Mehrheit der Stimmen bei der letzten Bundestagswahl erhalten. Das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Und ich glaube, wenn wir das anders wollen, dann müssen wir bis 2016 daran arbeiten, dass wir auch den Leuten erklären, warum sie uns eigentlich wählen sollen. Und was für sie das Wichtige dabei ist. Kommst du bitte zum Ende? Komme ich. Wir müssen ihnen nicht nur die Zumutungen anbieten, so wie bei der Bundestagswahl, ich sage mal die Steuerpolitik, sondern wir müssen ihnen auch erklären, was heißt das positiv für dich. Und wir werden da mit moralischen Dingen nicht so sehr weit kommen, sondern das muss relativ handfest sein. Wir müssen denen sagen, wie wollen wir diese Stadt verändern. Und wir müssen uns vorher vergewissern, dass die das eigentlich auch wollen. Und da müssen wir in den Dialog drüber kommen und für den müssen wir die jetzt vor uns liegenden drei Jahre nutzen. Wir haben damit angefangen, Pankow, ich habe einen Aufruf gestartet, bitte meldet euch. Ich habe ein paar Rückmeldungen bekommen von Leuten, die uns nicht mehr wählen, die uns immer noch wählen und die uns vielleicht wählen wollen. Mit denen bin ich im Gespräch und das ist, glaube ich, das, was wir alle tun müssen, damit wir wirklich ein gutes Programm haben und die Ziele, die möglichst viele Berlinerinnen und Berliner teilen, dann noch aufschreiben und hier bei der LDK 2016 verabschieden. Dankeschön. Vielen Dank. Als nächstes hat das Wort Michael Schäfer aus Mitte. Also eigentlich gehe ich ja gerne zu LDKen, aber heute ist es mir sehr schwer gefallen. Deshalb seid bitte nett zu mir. Nicht, weil diese LDK irgendwie doof wäre, sondern weil es heute eine tolle Alternativveranstaltung gibt. Nämlich jetzt im Moment sammeln sich, ich hoffe, viele, viele tausend Menschen am Washingtonplatz vor dem Hauptbahnhof, um eine große Energiewende-Demo zu machen. Und ich denke, wir alle schicken Ihnen zusammen einen Gruß von hier und sagen Ihnen, zu unserem Aufbruch 2016 gehören Klimaschutz und Energiewende natürlich ganz zentral dabei. Wir haben ja nicht nur die Bundestagswahl hinter uns, sondern auch den Volksentscheid am 3.11. Und obwohl der Senat mit allen Mitteln versucht hat zu tricksen, den Termin verlegt hat auf sechs Wochen nach der Wahl, in der Hoffnung, da werden die Leute schon nicht kommen, muss man sich doch die Ergebnisse mal angucken. Bei der letzten Abgeordnetenhauswahl hatte die CDU 341.000 Stimmen, bei der letzten Abgeordnetenhauswahl hatte die SPD 413.000 Stimmen und am 3.11. hatte die Energiewende in Berlin 600.000 Stimmen. Das sollte man erstmal zur Kenntnis nehmen. Trotzdem müssen wir sagen, wir sind ganz knapp, 620.000 Stimmen wären nötig gewesen, ganz knapp am Quorum gescheitert. Aber man muss auch sagen, nicht knapp gescheitert ist der Senat. Er hat für seine Position, für seinen Aufruf, Nein zu stimmen, 4,9 Prozent der Wahlberechtigten mobilisieren können. Deshalb hat dieser Volksentscheid keine Verlierer, leider auch keine Gewinner. Aber klar ist, 600.000 Menschen hier in Berlin, das sind nur die Wahlberechtigten, wollen eine ökologische, soziale und demokratische Energiepolitik. Und ich denke, das ist für uns ganz klar ein Auftrag. Und ich denke, wir sollten ihn in zweierlei Weise verstehen. Einmal, wir haben jetzt drei Jahre Zeit, aus der Opposition raus durchaus auch in Kompromissen und mit Konsensversuchen da noch was rauszuholen. Das erste ist gelungen. Das Stadtwerk ist schon mal von 3 Millionen Mini-Beitrag, den es kriegen soll im Doppelhaushalt, auf 11 Millionen angestiegen, der Beitrag. Da kann man was draus machen und da werden wir der Koalition auch anbieten, darüber zu reden, wie soll dieses Stadtwerk aussehen. Und wir werden anbieten, lasst uns gemeinsam eine Enquete-Kommission machen, um diesem Stadtwerk ein Konzept zu geben, das wirklich funktionieren kann. Davon hat Berlin was und ich denke, diese Aufgabe werden wir uns stellen. Das zweite ist, der Volksentscheid hat gezeigt, die Energiewende kommt von unten. Und da denke ich, müssen wir ganz unbedingt diesen Druck weiter aufrechterhalten. Diesen 600.000 Menschen neue Angebote machen. Und ich denke, da ist die Bürgerenergie Berlin, die das Stromnetz übernehmen will, das eine, das wir jetzt unterstützen sollten. Aber wir sollten auch überlegen, kann man nicht den Braunkohleausstieg hier in Berlin, den Wartenfall versprochen hatte und das Versprechen gebrochen hatte, kann man den nicht auch aus der Opposition raus umsetzen. Und ich denke, wir haben hier in Berlin jetzt schon zwei Jahre Erfahrung mit großen Koalitionen und diese Erfahrung werden wir brauchen, auch auf Bundesebene. Und eine dieser Erfahrungen ist, die Energiewende funktioniert nur von unten gegen eine große Koalition. Lasst uns gemeinsam daran weiter arbeiten. Wir haben ja gezeigt, dass wir das mit einigem Erfolg können. Vielen Dank. Dann rufe ich jetzt auf als nächste gesetzte Rednerin Monika Herrmann. Liebe Freundinnen und Freunde, wir müssen aufhören mit den Textbausteinen. Bitte. Ich kann es kaum noch hören. Wir müssen wieder mehr zuhören. Wir müssen wieder mehr reden. Also ich kann aus Sicht der Bezirkspolitik sagen, und Christa wird mir zustimmen, ganz genau, und alle anderen Stadträte und Stadträtinnen und Stadträte auch. Grüne Stadträtinnen und Stadträte, inklusive einer Bürgermeisterin, sind genau da, wo die Basis ist. Und sie reden und sie haben Bürgerbeteiligung und es transparent. Und das ist grüne Politik in den Bezirken und das ist wichtig. Aber Berlin ist vielfältig und Berlin ist bunt. Das bedeutet natürlich auch, dass wir zwölf sehr unterschiedliche Bezirke haben, in denen auch sehr unterschiedlich die Uhr tickt. Ich habe ja vorhin gehört, unsere BVV in Friedrichsherr in Kreuzberg wäre in wahrscheinlich elf Bezirken von der Polizei geräumt worden. Das ist bei uns anders. Okay. Aber das ist auch eine Stärke und es ist auch eine Stärke von Grün, wenn wir uns die tatsächlichen Analysen der Bezirke und zwar aller Zwölf und Marzahn ist anders als Charlottenburg-Wilmersdorf zum Beispiel, genauer anschauen und auch rekapitulieren, was eigentlich ist im letzten Wahlkampf passiert, was genauer muss man in den Bezirken spezieller machen. Diese Einheitssoße, die wir auch rübergegossen haben im Wahlkampf, es gibt Plakate, die hätte ich in Kreuzberg gar nicht hängen dürfen und in Friedrichsherr auch nicht. Die hätten aber vielleicht in Marzahn-Hellersdorf gut ausgeschaut. Das heißt also, wir müssen die Individualität in den Bezirken stärker beachten, weil das ist unsere Stärke, um dann, so ein bisschen wie ein Mosaik, ein gemeinsames grünes Berliner Bild daraus zu entwickeln und auch ein bisschen zu basteln. Ich glaube, das ist wichtig. Wir Grünen sind immer stolzer darauf, dass wir eine basisorganisierte Partei sind. Und ich finde, grüne Politik in Berlin sollte genau diesen eigenen Ansatz, den wir für die Partei in Anspruch nehmen, auch auf die Politik anlegen. Das heißt, ihr kennt mich schon ein bisschen, ich sage immer, der Paradigmenwechsel muss stattfinden, die Stadt muss von unten regiert werden, bedeutet aber auch, dass wir von unten natürlich die Themen nach oben setzen. Und ich bin sehr froh, dass wir jetzt Zeit haben, in Ruhe das auch zu diskutieren. Und auch der Kreisverband Friedrichsherr in Kreuzberg wird erst in Klausur gehen und auch eine Analyse machen, um sich anzuschauen, ganz genau, was, wer, wie, wo tickt. Und ich wünsche mir, dass wir die Zeit haben, das gemeinsam auch zu machen, auch mit der Abgeordnetenhausfraktion, so, weil es muss sozusagen zusammen, sich zusammenfinden. Ich bin gleich fertig. Und ich glaube, da, nicht glaube, sondern das ist die Stärke und das ist der Unterschied zu allen anderen Parteien, und zwar zu allen anderen Parteien. Und das ist das sogenannte Alleinstellungsmerkmal, glaube ich, was wir stärker nochmal herausarbeiten sollen. Und jetzt sei mir noch eine Anmerkung erlaubt, lieber Dirk Jordan. Trennung von Kirche und Staat ist kein Widerspruch dazu, dass wir ein Bündnis mit den Kirchen suchen. Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Und darauf bestehe ich auch. Dankeschön. Vielen Dank, Monika. Da wir keine Redeanträge mehr in den Boxen haben, rufe ich jetzt als nächsten gesetzten Redner Wolfgang Remmers aus, der sich bereit erklärt hat, in die Bresche zu springen. Vielen Dank, Wolfgang. Ja, hallo. Erstmal von hier aus an Notgar herzlichste Genesungswünsche. Er kann es wahrscheinlich gebrauchen. Wir als LRG Wirtschaft und Finanzen, und ich glaube, ich kann das auch für die anderen LRG sagen, finden es gut, diesen Prozess jetzt hier zu beginnen. Und ich glaube, zum Thema Dialog mit der Stadt hat Lisa, glaube ich, schon das Wesentliche gesagt. Deswegen sage ich da jetzt mal nichts mehr zu. Deswegen sage ich jetzt hauptsächlich ein bisschen was zur internen Kommunikation. Im letzten Wahlkampf haben ja wir auch als LRG schon mal ein bisschen eingeübt, mit den Kreisverbänden zusammenzuarbeiten. Und das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Aber ich glaube, da ist auch noch viel mehr drin. Wir sollten die Zusammenarbeit stärken, vor allem auch zwischen den Fachpolitikern in den Bezirksverbänden und dem Abgeordnetenhaus und den LRG. Und ich finde, da gibt es einen ersten guten Ansatz, nämlich in Zusammenarbeit mit dem Kommunalpolitischen Forum, dass sozusagen eine Platzform, ein Netzwerk organisiert zum Thema Wirtschaftspolitik. Aber wenn wir hier über Netzwerke reden, dann muss man auch sagen, dass sowas eine institutionelle Unterstützung braucht. So ein Netzwerk und auch so ein Dialog über unterschiedliche Organisationsstrukturen hinweg, der passiert nicht von alleine. Da braucht es Menschen und da braucht es eine Unterstützung, auch die mehr trägt. Und ich würde mir wünschen, wenn wir in den nächsten drei Monaten, wo dieses neue Konzept erarbeitet wird, vielleicht auch an der Stelle neue Ideen und neue Konzepte uns ausdenken können, wie wir diesen überstrukturellen Dialog oder diese Netzwerkidee besser implementieren können in unsere Arbeit. Dankeschön. Vielen Dank, Wolfgang. Damit ist die Debatte zu diesem Antrag beendet und ich rufe jetzt die Antragskommission, Nina, auf, uns die Vorarbeiten in der Antragskommission zu diesem Antrag zu erklären. Ja, vielen Dank, Hinrich. Erstmal im Namen der Antragskommission herzlichen Dank nochmal an den LAFO und die Änderungsantragsteller. Das war ein wirklich sehr konstruktives Verfahren, ganz besonders, weil der LAFO uns sehr viel Arbeit vorher schon abgenommen hat bei den Antragstellern, die relativ frühzeitig eingereicht haben. Von daher für zukünftige LDK reicht eure Anträge frühzeitig ein, dann wird es für die Versammlung sehr viel einfacher. Ihr findet nämlich den L01 bereits in einer Neufassung in eurer Tischvorlage. Und da sind alle modifizierten Änderungen und modifizierten Übernahmen oder Übernahmen, die vom LAFO komplett übernommen wurden, schon eingearbeitet. Das heißt, wenn ihr jetzt in eure Antragsübersicht schaut, findet ihr in der Spalte Verfahren ganz oft Übernahme oder modifizierte Übernahme, siehe Zeile so und so. Das bedeutet, das bezieht sich auf die Zeilen dieses neuen Änderungsantrags. Ansonsten, wie es sonst auch üblich ist, habt ihr öfters modifizierte Übernahmen oder Übernahmen ganz normal in der Antragsübersicht. Ein Antrag würde zurückgezogen, aber es gibt in diesem Abschnitt zu L01 keine Abstimmung mehr, die wir machen müssen. Deswegen, wie gesagt, vielen Dank an alle, die daran beteiligt waren. Das war sehr konstruktiv. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr diesem Verfahren, was wir hier ausgearbeitet haben, zustimmen würdet. Danke. Vielen Dank, Nina. Also, ihr habt es gehört. Wir haben jetzt noch eine Abstimmung, und zwar die Abstimmung über den Gesamtantrag L01, neu wie ein Antragspaket, plus die entsprechenden Übernahmen, wie sie in eurer detaillierten Aufstellung vorhanden sind. Wer diesem Antrag jetzt zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Vielen Dank. Wer ist dagegen? Vielen Dank. Enthaltungen? Bei drei Enthaltungen ohne Gegenstimmen ist dieser Leitantrag angenommen. Vielen Dank. Vielen Dank. Da wir wissen, dass ihr alle eigentlich auch gerne bei der Umzingelung heute dabei gewesen werdet, bitte, kleine Änderung der Reihenfolge, Entschuldigung, ich würde Renate Giese jetzt aufs Podium bitten, sie hat eine kurze Ankündigung zu machen. Ja, hallo zusammen. Das Tempelhofer Feld ist ja vorhin schon erwähnt worden. Hier kommt jetzt die Aktion dazu, und zwar unter dem Motto Tempelhofer Feld, Lasst die Berlinerinnen und Berliner entscheiden, machen wir am Samstag, den 14. Dezember um 14 Uhr, also genau in zwei Wochen, am Eingang Herfurt, Ecke Oderstraße, eine gemeinsame Aktion und stecken dort gemeinsam die geplanten Baufelder ab, um die Planung da sichtbar zu machen. Warum machen wir das? Wir wollen ein Stoppsignal setzen gegen die Planungswillkür des Senats und wollen einen tragfähigen gesellschaftlichen Konsens übers Feld erreichen. Das hat auch Bedeutung für die ganze Stadt. Und deswegen möchte ich euch bitten, kommt alle und sagt es weiter und bringt Fahnen und Ballons mit. Nochmal der Termin, Samstag, 14. Dezember, 14 Uhr an der Oderstraße. Und wir sind nicht alleine, mit dabei sind die BI 100% Tempelhofer Feld selbstverständlich und der BUND Berlin wird die Aktion auch mit unterstützen. Wir hoffen, dass es eine machtvolle Geschichte wird und deswegen müsst ihr alle daran mitwirken. Vielen Dank. Vielen Dank und dann wechseln wir jetzt das Präsidium und bitten die andere Hälfte aufs Podium. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, liebe Freundinnen und Freunde, dann steigen wir jetzt ein in den Tagesordnungspunkt 6. Leitantrag umsteigen bitte. Grüne Mobilität für mehr Bewegungsfreiheit. Wir möchten euch das Verfahren vorstellen. Als erstes wird die Vorstellung des Leitantrages vom Landesvorstand übernommen. Das wird Daniel Wesener übernehmen. Wir haben vier gesetzte Redebeiträge. Das sind Antje Kappig, die Fraktionsvorsitzende unserer Fraktion im Abgeordnetenhaus. Michael Kramer, unseren Berliner Europaabgeordneten. Lisa Paus, unsere Abgeordnete im Bundestag. Und als Gast Tilman Häuser vom BUND. Des Weiteren würden wir euch bis zu acht geloste Redebeiträge vorschlagen und die Redebeiträge jeweils zu drei Minuten. Wer diesem Vorschlag Zustimmung erteilen würde, bitte ich jetzt um das Kartenzeichen. Gut, die Gegenprobe, wer ist dagegen? Das ist nicht der Fall. Enthaltungen? Das sehe ich auch nicht. Dann ist dieser Vorschlag so einstimmig angenommen worden. So, sonst wäre jetzt meines Erachtens Daniel Wesener mit der Einbringung da oder haben wir die Schalte? Die Live-Schalte haben wir jetzt erst. Kommt da was? Jawohl. Also, ich spreche dem Präsidium nie, aber eins konnten wir natürlich nicht stehen lassen, das endlose Leiden von Michael Schäfer und vielen anderen hier im Raum. Und deswegen machen wir jetzt in der Tat eine Live-Schaltung zum Washington-Platz. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Technik? Jawohl. Also, ich hoffe, das lindert eure Schmerzen. Hallo, Simone, nochmal, eben noch in der Jerusalem-Kirche, jetzt auf dem Washington-Platz. Hallo, Gesine, toll, dass ihr da seid. Und wir haben gerade gehört, die Energiewende muss von unten kommen. Wie sieht das aus mit der Energiewende von unten? Es sind ganz viele Leute hier, ein Meer von grünen Ballons und grünen Fahnen, aber insgesamt mehrere tausend Leute in der Superstimmung. Es regnet nicht mehr, die Sonne scheint zwischendurch. Und wir gehen hier für Wind, für Sonne, Regen, Tonnen, Atom- und Frecken auf die Straße und finden, das kann zu haben. Genau. Also, wir haben es ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Dafür haben wir verstanden, dass die Stimmung sehr, sehr gut ist, denn ihr wurdet durch lautes Johlen und Pfeifen und offenbar ganz, ganz viele Menschen unterbrochen. Vielleicht noch ein zweiter Versuch. Was schätzt ihr, wie viele sind da und wie lange lauft ihr, wohin lauft ihr? Denn wenn wir weiter so gut in der Zeit sind, dann können hoffentlich vielleicht noch viele von uns zu euch stoßen. Also, wir wissen nicht genau, wie viele da sind, aber es sind auf jeden Fall sehr, sehr viele, die hier gegen die Pläne der Großen Koalition demonstrieren, die erneuerbaren Energien abzuschalten, die erneuerbare Energien abzuschalten. Wir gehen jetzt gleich los und umsingeln das im Kanzlerinnenamt und lassen das stattdessen die Energien abzuschalten. So, dann würde ich sagen, senden wir einen herzlichen Gruß aus der Jerusalem-Kirche. Toll, dass ihr da seid, toll, dass wir gut vertreten sind, toll, dass so viele Menschen da sind und die Energienwende kommt von unten mit uns Grünen. Bis dann. Viel Erfolg euch noch. Okay, vielen Dank. Daniel, du hast das Wort. Liebe Freundinnen und Freunde, Grüne und Technik, aber Männer und Technik, danke Renate. Aber, um das vielleicht nur noch mal ganz kurz festzustellen, wir waren zuerst mit diesem Termin heute und dann kam die Energiewende-Demo, das ließ sich nicht mehr ändern. So haben wir wenigstens einen kleinen Eindruck bekommen können. So, aber jetzt zum nächsten Leitantrag. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, wir haben genau genommen eben ein ziemlich ambitioniertes Vorhaben beschlossen für die nächsten Jahre. Wir haben gesagt, wir wollen die Alleinstellungsmerkmale und Kernkompetenzen von uns Grünen wieder stärker herausarbeiten. Wir haben gesagt, wir wollen echte Alternativen zur Senatspolitik herstellen. Wir wollen unterscheidbar sein zu dieser Politik des Stillstands von Rot-Schwarz. Und wir wollen den Berlinerinnen und Berlinern ganz konkrete Lösungen anbieten. Wir wollen reden über grüne Grundwerte wie Klimaschutz, erweiterte Gerechtigkeit, emanzipatorische Freiheit und wir wollen diese Grundwerte überführen in ganz praktische Politik. Und ich glaube, da ist dann doch ganz schnell die Frage im Raum, wo geht das eigentlich besser als beim Thema Mobilität? Und wo ist das angesichts dieser rot-schwarzen Verkehrspolitik auch nötiger als beim Thema Mobilität? Die rot-schwarze Mobilitätspolitik, da könnte man, glaube ich, jetzt eine halbe Stunde drüber reden. Stefan und Harald auf jeden Fall. Ich begnüge mich mal mit zwei Beispielen, die relativ frisch sind aus der letzten Woche. In der letzten Woche kam zum einen die Hubsbotschaft, die Kanzler-U-Bahn wird nochmal 92 Millionen Euro teurer als geplant. Typisch rot-schwarz, teure Großprojekte, die kein Mensch braucht. Teure Großprojekte, die aus dem Ruder laufen und am Ende die Begründung dafür sind, dass kein Geld mehr für die Lösung der wirklichen Verkehrsprobleme in der Stadt da ist. Das zweite Beispiel, da war ich ehrlich gesagt erst mal ganz begeistert. In der letzten Woche ist nämlich ein Portal eingerichtet worden, Online-Beteiligung zur Radsicherheit in Berlin. Bis zum 10. Dezember können Berlinerinnen und Berliner, insbesondere natürlich die Radler unter uns, melden, wo es hakt, wo es gefährlich ist, wo man im wahrsten Sinne des Wortes unter die Geräte kommt. Ich dachte, klasse Idee. Schön, dass dieser Senat endlich mal die Menschen fragt. Ist ja was Neues. Ich habe mir da mal die Pressemitteilung der Senatsverwaltung der Stadtentwicklung angeguckt, weil ich natürlich wissen wollte, was wird eigentlich dann daraus? Und dort steht folgendes, Zitat, was geschieht mit den Beiträgen? Alle Beiträge werden nach der aktiven Dialogphase Mitte Dezember 2013 zusammengefasst und ausgewertet. Sie stellen den wichtigen Beitrag zum Erkennen von Problemen und Handlungsschwerpunkten und zur Ableitung von Maßnahmeprioritäten dar, auch wenn sicher nur an ausgewählten Punkten umgehend Maßnahmen umgesetzt werden können. Darüber hinaus werden die 20 Beiträge mit der meisten Unterstützung besonders intensiv geprüft. Was ist das? Das heißt doch übersetzt, wir gucken mal, was kommt und dann gucken wir nochmal drauf und dann überlegen wir, was wir eventuell vielleicht damit machen. Das heißt übersetzt bei der Verkehrssicherheit, wir prüfen im wahrsten Sinne des Wortes, bis der Arzt kommt. Auch das ist typisch rot-schwarz, auch das ist typisch rot-schwarze Verkehrspolitik. Liebe Berlinerinnen und Berliner, sagt uns, wo der Schuh drückt, aber wir ziehen ihn uns nicht an. Jetzt haben wir, glaube ich, gerade in diesem Antrag deutlich gemacht, dass es nicht reicht zu sagen, dass wir bessere Politik machen als rot-schwarz. Das mögen wir vielleicht denken, aber als die Chefkritikerin von rot-schwarz gewinnen wir weder einen Schönheitspreis, noch sind wir per se die bessere Alternative zu dieser Politik, sondern wir müssen selber diese Alternativen generieren, wir müssen selber deutlich machen, was wir denn anders wollen und dann auch anders machen als dieser Senat. Und damit komme ich zu unserem Antrag. Was will dieser Antrag? Der will dreierlei. Das Erste ist, er will eine Haltung zum Ausdruck bringen. Wir gehen aus von der Lebenswelt der Berlinerinnen und Berliner. Wir gucken dahin, wo der Schuh drückt. Wir gucken dahin, wo die Hürden liegen und unsere alltäglichen Mobilität. Und wir sagen, wir wollen das besser machen. Wir wollen mehr Bewegungsfreiheit in dieser Stadt haben. Wir wollen die Freiheit, sich in dieser Stadt besser zu bewegen. Und wir wollen die Freiheit von den ganzen Problemen, die Verkehr, wir alle wissen, das auch mit sich bringt. Und dazu braucht es keinen moralischen Zeigefinger, sondern dazu braucht es eine Verkehrspolitik, die die richtigen Anreize setzt, die die richtigen Angebote macht und die den Menschen überhaupt erst ermöglicht, umzusteigen. Zum Zweiten will er klar machen, wo unsere Prioritäten liegen. Unsere Prioritäten liegen eben nicht bei den Großprojekten und unsere Priorität ist auch mit Sicherheit nicht, einfach nur Probleme zu verschieben. Wir wissen, dass wir in Berlin verkehrspolitisch eigentlich eine gute Ausgangssituation haben. Wir wissen aber auch, dass die Rahmenbedingungen nicht die einfachsten sind mit Hinblick auf den Haushalt. Die Berlinerinnen und Berliner wollen aber keine 20 Jahre warten, bis sich erst mal was grundlegend verändert. Und sie wollen auch nicht erst mal 20 Milliarden dafür ausgeben, damit sich etwas ändert. Und deswegen sagen wir, unsere Priorität liegt da, wo wir glauben, dass man effektiv, kurzfristig und mit relativ geringen Mitteln viel bewegen kann für die Berlinerinnen und Berlinern. Und das ist das Thema der kombinierten Mobilität. Es geht uns nicht um irgendwelche verkehrspolitischen Heilsversprechungen. Es geht uns um Verbesserungen hier und jetzt. Und ich glaube, dieser Schwerpunkt, dieser Fokus, diese Priorität, die ist völlig richtig. Was wollen wir drittens? Wir wollen drittens schon mal erste konkrete Projekte benennen. Und ich will nur einige hier aufzählen. Wir wollen, dass Umsteigebahnhöfe endlich so ausgestaltet werden, dass sie das Umsteigen von Menschen ermöglichen. Und zwar nicht nur von einem Zug zum anderen, sondern zwischen den verschiedenen Verkehrsmitteln. Wir wollen die Außenbezirke und die Innenstadt besser anbinden, indem wir Verkehrsträger besser verzahnen, besser verschränken und auch denjenigen Alternativen zum Auto anbieten, die bislang gar keine Wahl haben. Wir wollen eine gerechtere Aufteilung des Straßenraums, mehr Sicherheit für Fußgängerinnen und Stellplätze dort, wo man sie braucht. Und bei Stellplätzen für Fahrräder sage ich auch dort, wo sie hingehören, nämlich auf die Straße und nicht auf den Gehweg. Wir wollen eine moderne Radinfrastruktur, ein funktionierendes Radstraßennetz und die Einführung von Radschnellwegen. Und ja, dafür wollen wir auch endlich das Geld in die Hand nehmen, was der boomende Fahrradverkehr in Berlin auch verdient hat. Wir wollen den ÖPNV attraktiver machen durch eine höhere Taktung und eine andere Preispolitik. Wir wollen zum Beispiel die Fahrradmitnahme für Besitzerinnen der BVG Umweltkarte kostenlos ermöglichen. Wir wollen die Chancen der Digitalisierung nutzen. Stichwort Mobilitätskarte und intermodaler Routenplaner. Die Digitalisierung revolutioniert unsere Lebenswelten. Sie kann auch die Mobilität revolutionieren mit Open Data etc. Da liegt eine riesige Chance. Und, liebe Freundinnen und Freunde aus den Bezirken, wir wollen die Verkehrslenkung Berlin abschaffen. Denn diese Verkehrslenkung Berlin als Sonderbehörde, als UFO, bringt die Verkehrswende in Berlin nicht voran. Sie behindert sie. Die Kompetenzen gehören dorthin, wo sie richtig angesiedelt sind. Entweder in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung oder eben in den Bezirken. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, ich komme zum Schluss. Die Energiewende, wir haben es gerade gehört, und die Verkehrswende haben eins gemeinsam. Man braucht dafür eine Vision und viele konkrete Instrumente und kleinteilige Maßnahmen. Uns Grün ist weder das eine zu groß, noch das andere zu anstrengend. Vielen Dank. Vielen Dank, Daniel. Als nächstes hat das Wort Antje Kappek. Und es können sich dann schon mal bereit machen Harald Moritz und darauf folgend Bernadette Kern. Kann man das Podium runterstellen? Ah, ist schon okay. Aber Daniel ist ein paar Zentimeter länger als ich. Liebe Freundinnen und Freunde, Berlin entwickelt sich gut. Aber mit dem Senat hat das herzlich wenig zu tun. Ein Satz, der in vielen Bereichen gilt, aber nirgendwo so sehr wie in der Verkehrspolitik. Und ich finde bezeichnend dafür ist, dass die meisten Berlinerinnen und Berliner nicht mal wissen, wer in dieser Stadt Verkehrssenator ist. Senator Müller, der Verkehrssenator, behandelt den ganzen Bereich Verkehr und seinem Superressort dann auch eigentlich gar nicht. Obwohl in Berlin seit Jahren die Zahl der Autos sinkt und der Radverkehr zunimmt, investiert er gerade mal in die A100. Das heißt in Beton. Und selbst das nur halbherzig. Denn obwohl immer weniger Autos fahren, ist die Reisezeit seit den 90er Jahren um bis zu 40 Prozent gestiegen. Und zwar nicht nur für Autofahrer, sondern auch für Busse, die im Stau stehen, auch für Trams und auch für Radfahrerinnen und Radfahrer, die mittlerweile das Phänomen Stau für sich entdeckt haben. Und was ist der Grund dafür? Der Grund ist, dieser Senat fährt seit Jahren die Berliner Infrastruktur konsequent auf Verschleiß. Und statt eines umfassenden Instandhaltungsmanagements, das ansetzt, bevor die Straßen kaputt gehen, gibt es nur Flickschusterei. Wir brauchen aber keine Sonderprogramme für Schlaglöcher, sondern wir brauchen eine solide Ausfinanzierung für den Erhalt und für die Sanierung unserer Infrastruktur. Und zwar sowohl im Land als auch und vor allem in den Bezirken. Liebe Freundinnen und Freunde, Mobilität ist kein Luxus. Mobilität ist ein Grundrecht. Und Mobilität muss für alle und muss überall in Berlin möglich sein. Und zwar auch für die, die sich kein Auto leisten können oder wollen. Leider bedenken auch wir Grünen viel zu selten, dass 70 Prozent der Berlinerinnen und Berliner außerhalb des S-Bahn-Rings leben und eben nicht in der Innenstadt. Und genau deshalb, finde ich, müssen wir die Außenbezirke in den Fokus stellen, wenn wir eine echte Wende in der Verkehrspolitik haben wollen. Und ja, dafür muss man das Rad nicht mal neu erfinden. Denn Städte wie Kopenhagen, wie Amsterdam und wie Wien machen es uns vor. In Kopenhagen führt zum Beispiel vom Stadtrand ins Zentrum eine Fahrradautobahn. Und wenn man den Verkehrssenator fragt, warum gibt es so etwas in Berlin nicht? Dann ist die traurige Antwort, das traue ich mich nicht. Ja, aber liebe Leute, ich kann nur sagen, wer in Berlin was verändern will, wer in Berlin was bewegen will, und das erwarte ich von Regierenden, der muss auch den Mut haben, hier was zu verändern. Und wenn nicht in Berlin, wo dann bitte sonst? Berlin hat vier Unis. Berlin hat eine riesige Kreativszene. Berlin ist Gründerhauptstadt. Lasst uns doch bitte dieses Riesenpotenzial, das wir in Berlin haben, nutzen und Berlin zur Hauptstadt einer innovativen Mobilität machen. Und deshalb glaube ich, wird es auf uns Grüne ankommen, nicht nur den Mut, sondern auch die Ideen zu haben, um eine Verkehrspolitik zu entwickeln, die für alle Menschen in Berlin gilt. Und ich glaube, der Ansatz der kombinierten Mobilität geht da genau den richtigen Weg, denn sie verbindet die Menschen in der Außenstadt mit denen in der Innenstadt und zeigt Alternativen zur reinen autogerechten Stadt auf. Vielen Dank. Danke, Antje. Als nächstes Wort das Wort Harald Moritz. Vielen Dank. Schwarz-Rot wird jetzt diese Pkw-Maut laut Koalitionsvertrag einführen, ist die Frage, ob es tatsächlich so kommt und wie. Die Finanzierungsprobleme werden aber dadurch keinesfalls gelöst. Denn trotz aller Sonntagsreden, Ramsauer hat ja auch immer betont, Erhaltung kommt vor, Neu- und Ausbau sieht überhaupt nicht so danach aus. Und ich lese den Koalitionsvertrag auch nicht so, als wenn sich da tatsächlich etwas ändern will. Wenn man sieht, was Bayern zum Bundesverkehrswegeplan anmeldet, bei jetziger Finanzierung reichen die Projekte 160 Jahre lang. Na, wenn da sich was geändert hat, weiß ich ja nicht. Berlin hat natürlich nicht so viele Projekte, aber exorbitant teure, wie eben der jetzt 16. Bauabschnitt für 500 Millionen. Und ich bin gespannt auf die Kostenschätzung für den 17. Bauabschnitt, der jetzt angemeldet wird. Ob der doppelt so hoch wird, wird man sehen, alleine bei der Kostenschätzung. Aber auch wir haben viele Projektwünsche, naturgemäß bei den Schienenprojekten. Stefan und ich, wir haben ja selbst ein Projekt zum Bundesverkehrswegeplan angemeldet. Mal sehen, welches Schicksal diese Anmeldung erleidet. Der Leitantrag kommt zum Glück ohne eine Projektwunschliste aus. Das ist gut und richtig. Wir müssen uns darauf konzentrieren, was machbar und jetzt notwendig ist. Die Stärkung des Umweltverbundes, also die Bedingungen für Bus, Bahn, Fahrer, zu Fuß gehen und auch das Carsharing verbessern. Wichtig dabei eben die sinnvolle Kombination der verschiedenen Verkehrsdreher und eine bessere Vernetzung. Das ist auch alles schon eben gesagt worden, damit wir mehr Mobilität ermöglichen und die Lebensqualität in der Stadt verbessern. Radverkehrsanteil ist ständig am steigen. Deswegen müssen wir die Fahrradinfrastruktur verbessern. Mehr und breitere Radstreifen, Abstellmöglichkeiten und das erwähnte Radwegenetz- und Radschnellwege von den Außenbereichen in die Innenstadt. Wir müssen die Bedingungen eben gerade verbessern beim Umsteigen in den Außenbereichen vom Auto in den Umweltverbund. Da haben wir eine ganze Menge zu tun und dadurch können wir auch letztendlich die Bewegungsfreiheit in der Innenstadt verbessern. In diesem Sinne, wir haben viel zu tun, machen wir uns auf den Weg. Bitte umsteigen. Danke, Harald. Wir haben bis jetzt in den Losboxen viele Einwürfe von Männern, aber kaum Frauen. Insofern möchte ich euch nochmal aufrufen, euch einzuwerfen, Redediskussionsbeiträge zu liefern. Als nächstes wäre dann jetzt dran Bernadette Kern und darauf folgend dann Tilman Häuser. Liebe Bündnisgrüne, liebe Gäste, keine große politische Rede. Ich möchte nur zwei, drei Punkte ganz deutlich betonen. Es muss uns als Bündnisgrün immer wieder und immer besser gelingen zu vermitteln, dass wir diese Dinge betreiben wegen einer Verbesserung der Lebensqualität für alle. Nicht 100 Prozent Radfahrer, weil das nun ein bündnisgrünes Dogma wäre, sondern dass das zusammenhängt mit Gesundheit, mit sozialer Teilhabe. Und das müssen wir nicht in diesem Raum vermitteln, sondern das müssen wir konkret auch mit Zahlen in Berlin bei den Leuten vermitteln, die 100 Prozent Auto fahren. Und das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, der uns auch immer wieder zu wenig gelingt. Genauso bin ich froh, dass ihr diesen Punkt drei, kombinierte Mobilität drinne habt. Ich kenne x Leute, die gerne auf ihr Auto verzichten würden, wenn es denn ginge. Und wir müssen ganz konkret an diesen Umstiegsmöglichkeiten, an den kombinierten Punkten, wo ich wirklich das Auto brauche, bis an eine Stelle, wo ich dann in die S-Bahn oder U-Bahn oder in den Bus oder in die Straßenbahn einsteigen kann. An diesen Dingen müssen wir ganz konkret arbeiten und das den Menschen auf den Tisch legen können. Ganz konkret. Und drittens dazu, es muss uns vor Ort zusammen mit den ganzen Vereinen von ADFC, von FUS e.V. und so weiter gelingen. Dort müssen wir ganz konkrete Arbeit reinsetzen. Und das ist natürlich Arbeit, das ist Zeit, aber dort lohnt es sich. Dort können wir die kleinen Erfolge auch wirklich dann, ich sage in Anführungsstrichen, feiern. Und dort kriegen wir auch Menschen, die sich sozusagen von Grünen nicht bevormunden lassen wollen, ganz zu Recht. Aber dort bekommen wir Menschen überzeugt und auch zum Umstieg bereit und zum Umsteigen. Danke. Wunderbar, danke. Als nächstes Tillmann, wir freuen uns, dass du heute hier bist. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, herzlichen Dank für die Einladung. Ich könnte es jetzt auch kurz machen, könnte sagen, das Positionspapier könnte auch vom BUND stammen. Also sehr gut, auch sehr gut formuliert. Und vor allem, was richtig gut daran ist, es geht aus der Defensive in die notwendige Offensive. Es besetzt nämlich endlich mal Mobilität als ein Thema für Menschen, für Stadt, für Natur und Umwelt und zeigt auf, was eigentlich Mobilitätspolitik eine gute für die Stadt und die Menschen bedeuten könnte. Und wie wir damit tatsächlich Lebensqualität in dieser Stadt schaffen können, und zwar auch für die Menschen. Und dass endlich sozusagen nicht der Kampf gegen die Windschutzscheibenperspektive geführt werden muss permanent, sondern tatsächlich, dass man aufzeigt, wie könnte es aussehen. Und ich sehe gute Chancen, deshalb sage ich auch Offensive dafür, dass tatsächlich diese Politikansätze in Zukunft auch eine größere Bedeutung bekommen. Wir haben derzeit zwei Entwicklungen in der Mobilitätspolitik. Das eine ist die Erhaltungskrise. Das zweite, dass sich tatsächlich bei den Menschen auch neue, also dass wir neue Mobilitätsangebote, neue Möglichkeiten haben, Stichwort kombinierte Mobilität. Erhaltungskrise sieht es so aus, dass wir jahrzehntelang die ganzen Prestigeprojekte im Straßenbau, aber auch teilweise im Schienenbau kritisiert haben. A100 ist ja eins der prominenten Beispiele. Wir haben jetzt die Situation, dass alle 16 Landesverkehrsminister gesagt haben, Stopp, wir müssen das Geld konzentrieren auf den Erhalt. Dass jetzt die Bundespolitik insbesondere das zwar mal mit aufgegriffen hat, jetzt aber versucht eine Pkw-Maut für nicht im Inland zugelassene Kraftfahrzeuge einzuführen, das ist natürlich peinlich. Wir wissen, dass da kaum was rauskommt. Konsequent wäre es, wenn es die Politik ernst meint, dass Projekte wie die A100, wie Stuttgart 21 gestoppt werden und tatsächlich konsequent in die bestehende Infrastruktur, die nämlich zerbröselt, seien es Brücken, seien es U-Bahn etc., endlich investiert werden. Ich glaube, das kommt ja auch mit zum Ausdruck und hier besteht die Chance. Und der zweite Punkt, und deshalb, wir standen bisher immer in der Defensive gegen sozusagen Autos und Windschutzscheibenperspektive und Wirtschaftsfaktor Auto. Wir haben fundamentale Änderungen in der Mobilität der Menschen. Obwohl wir eine schlechte Radinfrastruktur in Berlin haben, fahren immer mehr Menschen mit dem Fahrrad. Es wurde schon ein Jahr darauf hingewiesen, wir haben abdehmende Kfz-Zahlen und wir haben ganz neue Chancen in dieser vernetzten Mobilität. Als wir vor elf Jahren die Mobilcard vorgestellt hatten als Schlüssel zur nachhaltigen Mobilität, also wirklich Kombination Schiene und öffentlicher Nahverkehr und Radverkehr und Carsharing, da hieß es dann in Diskussionen immer, geht nicht und wird immer Nischenthema bleiben. Berlin zeigt, dass hier unheimlich viel möglich ist und hierfür brauchen wir gemeinsam Ansätze, weil auch viele Fragen noch offen sind. Die sind zum Teil im Antrag formuliert. Wie kann es denn tatsächlich ausgestaltet werden? Wie sieht es mit einem Datenschutz aus? Wie sieht es tatsächlich auch mit Angeboten aus für Menschen, die kein Smartphone besitzen? Meins wird gerade geklaut. Deshalb weiß ich, wie man plötzlich blöd dasteht. Und wo man jetzt aber auch aufzeigen kann, es kann funktionieren. Wir können gemeinsam Mobilitätskonzepte für diese Stadt nicht nur entwickeln und diskutieren, wir können sie umsetzen. Das nützt eben den Berlinerinnen und Berlinern, das nützt der gesamten Stadt und es nützt dann nicht zuletzt auch Umwelt und Klima. Vielen Dank, deshalb nochmal große Unterstützung für den Antrag. Danke, Timon. So, wir haben keine Einwürfe von Frauen weiterhin. Deswegen wäre jetzt Henning dran, danach Lisa und dann kann sich schon bereithalten Martin Kastantowitsch. Henning, du hast das Wort. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, viele sind in Berlin schon ohne Auto mobil. Das haben wir schon gehört. Das ist kein Erfolg der Politik, das ist ein Erfolg der Leute, die einfach Fahrrad fahren wollen in dieser Stadt. Und man hat eigentlich das Gefühl, wenn unser Senat irgendwie was Verkehrspolitisches macht, sei es die Tram durch die Invalidenstraße, dann muss man eigentlich zurückschicken und denken, oh Gott, jetzt geht hier erstmal fünf Jahre nichts mehr. Das ist eigentlich immer, wenn der Senat irgendein Projekt ankündigt, dann weiß man, da geht erstmal fünf Jahre nichts mehr. Und ich glaube, das ist der Punkt, den wir verändern müssen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir Projekte durchführen, wo man weiß, wenn wir uns da ran machen, dann wird es besser und erstmal nicht schlechter. Und diese Tatsache, dass immer mehr Menschen einfach mit anderen Verkehrsmitteln unterwegs sind als mit dem Auto, ist für uns ein Grund zur Freude, aber ist auch eine Herausforderung, weil das heißt, wir müssen unsere Verkehrsinfrastruktur umstellen. Das ist ein großer Aufwand, den wir da treiben müssen, weil die bisherige Infrastruktur einfach nicht diesen Ansturm gewachsen ist. Also wer mal irgendwo an großen U- und S-Bahnhöfen versucht hat, sein Fahrrad sinnvoll anzuschließen, der wird verzweifeln. Das geht schlichtweg nicht mehr, weil es keine Infrastruktur dafür gibt. Stattdessen bauen wir für 54 Millionen eine U-Bahn neben der S-Bahn-Linie. Also für 54 Millionen mehr oder 92 Millionen mehr. Wir müssen Mobilität künftig einfach anders denken und da bin ich sehr dankbar über diesen Begriff kombinierte Mobilität, weil bei uns in der Fachwelt, ich studiere Verkehrswesen, da ist es immer so schön, Multimodalität und Intermodalität. Das versteht kein Mensch. Diese Verkehrsmittel zu kombinieren und flexibler zu werden, das ist einfach ultra wichtig in einer Zeit, wo es für die Menschen super wichtig ist, flexibel zu sein. Mit dem Smartphone, Tillmann hat es gerade schon angedeutet, viele Leute sind einfach heute unterwegs und gucken ständig auf ihr Smartphone und verändern ihre Wege. Das bedeutet aber auch, dass wir wie früher diese ganz klassischen Wegeketten und dieses klassische Denken wie Verkehr und Mobilität funktioniert, das können wir vergessen. Und ich glaube, das müssen wir in Zukunft noch viel mehr denken und uns da mehr hinterklemmen, diese Leuten, die einfach anders mobil sein wollen, da unsere Unterstützung anzubieten und darauf hinzudeuten, dass die Infrastruktur und alles drumherum einfach dafür fit wird. Danke. Danke, Henning. Jetzt hat das Wort unsere Bundesstaatsabgeordnete Lisa Paus. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, eins werden wir auch mit diesem Antrag nicht schaffen, sicherzustellen, dass der Flughafen Schönefeld sicher bis 2016 ans Netz geht. Die Große Koalition hat in ihrem Regierungsprogramm tatsächlich das auch noch mal verankert. Sie hat das jetzt zur Glaubensfrage erklärt. Sie hat gesagt, sie bekennt sich zum Bau des Flughafens Schönefeld. Ich hätte es besser gefunden, sie hätte sich dazu bekannt, dass er fertiggestellt wird. Aber auch dazu hat sich die Große Koalition nicht durchringen können. Was wir mit diesem Antrag machen, ist tatsächlich etwas sehr, sehr Gutes. Und deswegen freue ich mich auch, dass wir dieses Papier heute da haben. Da kann ich mich nur eins zu eins dem anschließen, was jetzt alle schon gesagt haben. Wir haben auch insbesondere Tilman Häuser. Ich erlebe das eben tatsächlich auch so, dass die Zeit der großen ideologischen Auseinandersetzung in der Verkehrspolitik in Berlin, die ist einfach von gestern. Das erlebt man schlichtweg daran, dass die jungen Leute von heute eben nicht, auch nachdem die Mauer weg ist in West-Berlin, eben nicht als erstes einen Führerschein haben müssen und ein Auto, sondern das ist nicht mehr das zentrale Statussymbol für junge Leute. Ein Statussymbol ist eher das Handy, sind eher andere Dinge, jedenfalls ist es nicht das Auto. Und das ist das zentrale Zeichen dafür, dass diese alte Ideologie tatsächlich von gestern ist und dass wir damit uns nicht mehr auseinandersetzen müssen, auch wenn für mich gefühlt viel zu viele SUVs in dieser Stadt rumfahren und man die alle so nicht braucht. Das ist schon alles richtig. Aber es geht tatsächlich darum, heute die konkreten Verkehrsprobleme, die konkreten Mobilitätseinforderungen der Menschen abzubilden. Und da haben wir einfach für eine moderne Großstadt die besten Konzepte. Und wenn ich mir zum Beispiel Bürgerinitiativen anschaue in diesem Land, zum Beispiel in Charlottenburg-Wilmersdorf am Bundesplatz, dann sind das nicht irgendwelche Fundigrünen, die da unbedingt den Tunnel wieder zuschütten wollen, sondern dann sind das ganz normale Autofahrer, die eben sagen, dass was wir da haben an Verkehrspolitik, an Verkehrsplanung der 70er Jahre, das zerstört einfach unsere Lebensqualität heute und das wollen wir weg haben. Wir wollen eine andere Politik. Und deswegen haben wir dafür sehr, sehr viele Bündnispartner. Und ich wünsche mir eben, und das schaffen wir mit diesem Antrag tatsächlich offensiv für eine neue Mobilitätspolitik in der Stadt. Es geht aber nicht nur darum, dass wir beste Konzepte haben. Damit haben wir einen guten, wichtigen Schritt getan. Ich finde, es geht jetzt auch darum, und ich komme zum Schluss, es geht jetzt auch darum, tatsächlich mit den Leuten vor Ort darüber zu reden. Wir haben jetzt eine ganze Menge Anknüpfungspunkte. Wir haben auch deutlich gemacht, das ist soweit finanzierbar. Aber tatsächlich, die meisten Leute wollen einfach, dass die S-Bahn fährt, dass sie pünktlich fährt, dass die BVG nicht permanent Baustellen hat, dass man auf den Radfahrwegen fahren kann. Und in dieser Art und Weise mit den Leuten darüber zu reden, was die drängendsten Mobilitätsthemen sind. Ich glaube, hiermit haben wir ein gutes Angebot, ein gutes, modernes Konzept. Aber mit diesem Konzept auch zu den Leuten zu gehen, das denke ich, ist der weitere wichtige Schritt. Und dazu werden wir sicherlich die nächsten drei Jahre nutzen. Danke. Danke, Lisa. Als nächstes hat das Wort Martin Kastantowitsch. Und dann kann sich schon bereit halten Michael Kramer. Liebe Freundinnen und Freunde, Berlin wächst um 25.000 Menschen pro Jahr in den nächsten Jahren. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das sind nicht nur 25.000 Menschen, die hinzuziehen, das sind netto 25.000 Menschen mehr. Und da reicht es nicht, hier noch einen Fahrradstreifen und da noch irgendeine Ampel aufzubauen. Da brauchen wir strukturelle Veränderungen. Wenn Tillmann sagt, das hätte auch vom B&D kommen können, dann kann ich mir eigentlich weitere inhaltliche Konkretisierungen sparen. Ich möchte aber mal überlegen, inwieweit dieser Antrag Lehren aus der letzten Bundestagswahl zieht. Und ich habe mir da ein paar Punkte aufgeschrieben. Als erstes war, wir müssen ein Ziel nennen, nicht den Weg. Ich glaube, da wird der Antrag sehr gerecht. Es geht um mehr Lebensqualität, mehr Bewegungsfreiheit und nachhaltig verantwortliche ökologische Stadtentwicklung. Ein Gegenwurf wäre gewesen, eine detaillierte Aufzählung von Dingen, die wir machen, das interessiert keinen Menschen. Zweiter Punkt, Konzentration auf Kernthemen. Das finde ich die wichtigste Stärke dieses Antrags. Er beschränkt sich auf den Leitgedanken kombinierter Mobilität. Ein Gegenentwurf wäre gewesen, ein Kompendium aus allen grünen Ideen, die wir haben. Wo jeder sich wiederfindet, wo aber nichts hängen bleibt. Dritter Punkt, raus aus dem Lagerdenken. Der Antrag respektiert die Bedürfnisse und Probleme aller Menschen und bietet dann soziale Lösungen an. Und zwar genau in dieser Reihenfolge. Vierter Punkt, keine Bevormundung. Der Antrag legt den Fokus auf Attraktivität, Effizienz und Sicherheit. Statt Verzichts-, Lyrik- und Verbotsmantra. Ich sage nur Tempo 30. Begeistern statt Belehren. Der Antrag legt Wert auf eine lebenswerte Stadt, auf einfache und niedrigschwellige Mobilität für alle. Statt eine Drohkulisse, Klimawandel aufzubauen oder trotzige Thematisierung von Dingen zu machen, die wir zwar wollen, deren Benennung aber alleine bereits angstreflexisch hervorruft. Ich sage nur Shared Space. Mein großes Lieblingsthema. Sechstens, die Ökologie in den Mittelpunkt zu stellen, ist wichtig, reicht aber nicht. Ich glaube, das ist selbsterklärend. Ein Gegenentwurf wäre gewesen, ein Leitantrag, der sich ausschließlich aus ökologischen Zielen ableitet. Das ist wichtig, reicht aber wirklich nicht. Mein Fazit. Der Antrag nimmt sich die Lehren aus der Bundestagwahl sehr zu Herzen. Er ist fachlich sinnvoll. Und meine Bitte, bewertet den Antrag nicht für die vielen Sachen, die scheinbar fehlen, sondern für die Konzentration auf ein klares, sinnvolles und verständliches Ziel. Und als Sprecher der LHG Mobilität kann ich euch nur empfehlen, stimmt dem Antrag zu. Vielen Dank. Danke. Michael, du hast das Wort. Liebe Freundinnen und Freunde, ich bedanke mich beim Landesvorstand, dass er das Thema Mobilität hier auf dieser LDK zum Thema gemacht hat. Denn ohne eine Veränderung der Mobilität werden wir den Klimawandel nicht stoppen können. Wir müssen ihn aber stoppen, damit unsere Kinder und deren Kinder eine Perspektive haben, auf diesem Planeten zu leben. Warum ist das so? Der Verkehr in Europa ist für 30 Prozent aller CO2-Emissionen verantwortlich. Kommt direkt nach der Industrie. Und im Verkehr ist zu 71 Prozent der Straßenverkehr für die CO2-Emissionen verantwortlich. Das ist schon schlimm. Aber was schlimmer ist, seit 1990 ist es uns gelungen, in der Industrie zum Beispiel die CO2-Emissionen um 34 Prozent zu senken. Und im Verkehr sind sie im selben Zeitraum um 29 Prozent gestiegen. Das heißt, der Verkehr frisst all das auf, was mit Milliarden unserer Steuergelder in anderen Sektoren erreicht wurde. Deshalb brauchen wir eine Verkehrswende, um das Klima zu schützen. In der Stadt ist der Verkehr für 40 Prozent aller CO2-Emissionen verantwortlich. Und wenn ich alle klimaschädlichen Emissionen zusammen packe, dann ist der Verkehr in den Städten für 70 Prozent aller klimaschädlichen Emissionen verantwortlich. Das heißt, in der Stadt ist das große Problem, aber in der Stadt ist auch die große Lösung. Und da stehen wir in Berlin ja ganz gut da. Und das ist eine Zahl nicht von mir oder von den Grünen, sondern von Peter Ramsauer. In deutschen Städten sind 90 Prozent aller Autofahrten kürzer als sechs Kilometer. Das sind ideale Distanzen zum Umsteigen auf Bus, Bahn, Fahrrad und zu Fuß gehen. Und Berlin steht eben wunderbar da. In Berlin ist bereits jeder zweite Haushalt ohne Auto mobil. 90 Prozent der Haushalte sind nur fünf Gehminuten von der nächsten Haltestelle von Straßenbahn, U-Bahn oder S-Bahn entfernt. Wir haben eine dezentrale Stadtstruktur mit bezirklichen Zentren. Wir haben die Fahrrad, das Fahrrad natürlich, das hat sich enorm entwickelt. In zehn Jahren von sechs auf 15 Prozent. Es gibt kaum Städte, die solche Zahlen aufweisen können. Und zwar das ohne die Politik, muss man auch dazu sagen. Und wir können das Fahrrad im gesamten ÖPNV mitnehmen ohne Sperrzeiten. Und was macht aus diesen Situationen der Senat? Sie konzentrieren sich auf das Projekt A100, das in den 50er Jahren entwickelt wurde, als die autogerechte Stadt noch das zentrale Leitthema der Stadtpolitik war. Und auf eine U5, die in 30 Jahren das ganze Geld verschlingt, wovon wir noch nichts gemerkt haben, statt dafür für dasselbe Geld 120 Kilometer beispielsweise Autobahnen zu bauen. Letzter Punkt, es liegt nicht am Geld, Straßenbahnen zu bauen. Herr Freud lässt grüßen. Letzter Punkt, Fahrradverkehr. Und wir haben einen Finanzinorte Nussbaum, der kommt aus Bremen, wo es eine bessere Infrastruktur gibt. Und der hat nichts anderes im Sinn, als den Radverkehrsanteil zu kürzen. Und es gibt eine Studie in Helsinki, dass man für jeden investierten Euro in die Radinfrastruktur mal 8 Euro zurückbekommt, weil zum Beispiel Nichtradfahrer dreimal so oft krank sind wie Radfahrer. Deshalb sind in Finnland und in Skandinavien gerade die Krankenkassen sehr dafür, das Radverkehr zu fordern. Das heißt, es ist nicht nur ökonomisch, sondern auch ökologisch und gesundheitspolitisch sinnvoll. In diese Richtung sollten wir gehen. Dann werden wir nämlich das Klima schützen und die Mobilität sichern. Wir Grüne können beides. Und das muss unser Ziel sein, auch für die Zukunft. Danke, Michael. Last but not least haben wir gelost Stefan Gelbhauer. Liebe Freundinnen und liebe Freunde, wir haben es gehört, viele Chancen liegen in der Verkehrspolitik. Es gibt enorme Chancen und alle verbinden sich mit dem Wort oder mit dem Gedanken der kombinierten Mobilität. Das sind Chancen in Richtung mehr Klimaschutz, Chancen in Richtung mehr Mobilität für alle. Auch Chancen in Richtung einer Barrierefreiheit, einer echten Barrierefreiheit in der Mobilitätspolitik hier in Berlin. Und das ist gar nicht so einfach. Das ist ein Kampf in Details, aber den muss man angehen. Und dass wir hier heute so ein Signal dafür setzen, das finde ich gut, das finde ich richtig. Wir haben gerade auf Bundesebene einen Koalitionsvertrag vorzuliegen. Und mit Verlaub, ich habe es Ihnen kurz durchgeschaut, das liest sich für mich eher wie ein Worst-of in der Verkehrspolitik und mitnichten wie ein Best-of. Da sagen wir ganz klar, das wollen wir so nicht. Wir wollen die Verkehrswende. Applaus Ich möchte zu vier Punkten ganz kurz Stellung beziehen. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir es geschafft haben, aus dem Leitantrag zur Mobilität die Kampfradlerpassage wieder rauszustreichen. Das möchte ich hier nochmal erwähnen. Und stattdessen explizit aufzuführen, dass wir ein Netz aus Fahrradstraßen und Radschnellwegen fordern. Ich glaube, das ist die richtige Antwort auf den Nutzungskonflikt um den öffentlichen Raum, dass wir sagen, okay, wir haben eine sehr positive Entwicklung, was den Radverkehr in Berlin angeht. Und dann sagen wir, wir machen nicht nur Fahrradstreifen, nicht nur Fahrradwege, sondern wir überlegen uns auch, wie führen wir das zusammen, wie ermöglichen wir auch ein entspanntes Radfahren in der Stadt. Und da geben wir hier eine Antwort. Und ich finde, das ist besonders hervorhebenswert. Ich will den zweiten Punkt nochmal verstärken, den hat Daniel schon angesprochen. Das Thema Radsicherheit ist ein sehr wichtiges. Und ich finde, dass der Senat, was der da macht, das ist Augenwischerei. Das ist Salbe in die Augen wischen. Wir haben jetzt ein Portal radsicherheit.berlin.de, kann es jeder mal anschauen. Wir hatten schon ein Portal leises.berlin.de, da ging es um Lärm. Resultiert ist aus beiden bislang wenig bis nichts. Was allerdings bemerkenswert ist an diesem Portal ist, dass es schon über 4000 Einträge gibt in nur zwei Wochen. Das heißt, das Thema brennt den Berlinerinnen und Berlinern unter den Nägeln. Und ich glaube, dass das zumindest ein Zeichen ist, dass der Senat nicht überhören sollte. Ansonsten sollte er einfach mal seine Polizistinnen und Polizisten fragen. Die wissen jetzt schon, wo die gefährlichen Stellen für Radfahrerinnen und Radfahrer in der Stadt sind. Und das sollte erstmal abgearbeitet werden. Das kostet auch Geld, aber das ist gut investiertes Geld. Dritter Punkt, Verkehrslenkung Berlin. Wir haben in der Stadt 100.000 Baustellen. Und jeder, der diese Baustellen sieht, der weiß, es gibt einen Grund, warum in Berlin der Begriff der Schaustelle erfunden wurde. Von diesen 100.000 Baustellen liegen viele brach. Und das behindert Fahrer, Fahrer, Fußgänger, Autofahrer. Und das ist auch ein Versagen der Verkehrslenkung Berlin. Und deswegen finde ich es auch gut, dass wir uns in diesem Antrag sehr klar positionieren und ein ganz klares Signal an den Senat und an die Verkehrslenkung Berlin senden, dass wir das so nicht hinzunehmen bereit sind. Ich möchte noch einen letzten Punkt ansprechen. Und zwar das Thema, ihr wisst es, oder jeder, der mal M41 gefahren ist, der weiß es, aber es gibt viele andere Buslinien und Straßenbahnlinien. Viele unserer ÖPNV-Angebote sind übernutzt. Und auch dem müssen wir uns stellen. Da müssen wir uns überlegen, machen wir eine höhere Taktung oder ist es die Busbeschleunigung, die wir da ausbauen müssen. Das ist alles richtig. Auch der Gänsemarsch, immer wieder von Michael erwähnt, beim Einstieg, der ist abzuschaffen. Das ist ein kleines Thema, ein ganz kleines, aber es kann eine enorme Wirkung haben in der Annahme der kombinierten Mobilität. Weil es hilft nichts, wenn wir alles super kombinieren, wenn die Linien dann völlig überlastet sind und die Leute vor dem Bus stehen bleiben müssen und nicht mitkommen. Deswegen dieser Punkt auch ganz wichtig. Auch der kostet Geld, aber auch hier, es ist gut investiertes Geld, das sollten wir machen. Vielen Dank. Danke, Stefan. Damit ist die Redeliste für diesen Tagesordnungspunkt erschöpft. Und ich bitte jetzt die Antragskommission, uns das Verfahren vorzustellen für die Anträge, die noch möglicherweise offen sind. Und ich übergebe an meine Kollegin Stefanie für diesen Punkt. Okay. Auch hier hatten wir einige Änderungsanträge und eine sehr konstruktive Sitzung gestern, die allerdings nicht so geendet ist wie der erste Teil, dass wir gar keine Abstimmung mehr haben, sondern wir haben vier Abstimmungen, auf die möchte ich euch kurz hinweisen. Wir freuen uns total. So, und zwar, einiges ist auch zurückgezogen, übernommen, modifiziert übernommen. Ich glaube, das muss ich euch jetzt nicht alles erzählen, denn ich denke, das könnt ihr selber aus der Antragsübersicht erkennen. Die Abstimmungen haben wir bei Äh 219 minus 1. Das ist ein Antrag des KV Charlottenburg-Wilmersdorf. Dann haben wir eine Abstimmung bei Äh 340 minus 1. Dazu ist auch zu sagen, dass der Äh 341 minus 1 zugunsten dieses Antrags zurückgezogen wurde. Äh, des weiteren Abstimmungen bei 377 minus 1 und 377 minus 4. Das heißt, wir haben vier Abstimmungen, alles andere, wie gesagt, zurückgezogen oder modifiziert übernommen oder komplett übernommen. Dankeschön. Ja, Entschuldigung, minus 2, 377 minus 2, sorry. Danke, liebes Präsidium. Okay, vielen Dank, Nina. Ich mache jetzt einen kurzen Werbeblock für die Wahlkabinen, die draußen oder geradezu im Foyer stehen, wo man für die Primaries, die EU-Primaries abstimmen kann. Das heißt, wer das noch nicht getan hat, kann er gerne hingehen und das machen. Und dann machen wir jetzt weiter mit den vier Änderungsanträgen, die abgestimmt werden müssen und schlagen das Verfahren vor, dass wir den AntragsstellerInnen zwei Minuten zur Einbringung zur Verfügung stellen und dann zwei Minuten für eine Gegenrede. Und dann beginnen wir einfach mit dem Änderungsantrag 219 minus 1. Wer wird... Michael. Wie bitte? Ich muss abstimmen. Okay, Entschuldigung, alles klar, das machen wir. Wir stimmen jetzt über den Vorschlag ab, der da war, dass die AntragstellerInnen zwei Minuten Zeit haben zum Einbringen und dann eine zweiminütige Gegenrede erfolgen wird. Ja, das ist erfahren. Ja. Tobias, Sie haben sich auf die Rubine gebeten. Einen Moment bitte. Okay. So. Ich möchte es dir. So. Genau, okay. Willst du eine Gegenrede zu dem Verfahren halten? Ja, dann bitte. Matthias, lass mal. Leute, wir kommen jetzt an die Stellen, die umstritten sind, die kontrovers sind, wo es sich lohnt, genau zuzuhören, genau nachzudenken. Dafür ist das Minimum einer Einbringungsrede von je drei Minuten, die dann fairerweise auch in drei Minuten zu beantworten ist. Außerdem sollten wir an den Stellen, wo es sich während der Debatte ergibt, offen sein für alle Vorschläge, jeweils eine zweite Pro- und Konterrede zuzulassen. Ihr werdet sehen, diese Zeit lohnt sich. Ich beantrage also mindestens drei Minuten für die Pro- und Konterrede und Öffnung für Pro- und Konterreden, wenn das sich als sinnvoll erweist. So, da wir gut in der Zeit sind, würde das Präsidium vorschlagen, diesen Antrag zu übernehmen. Gibt es da Gegenstimmen gegen die Übernahme oder will jemand den alten Vorschlag aufrechterhalten? Da sehe ich keine Stimmen. Dann kommen wir zur Abstimmung des nun geänderten Verfahrens mit Pro- und Konterrede, die Einbringung und Konterrede jeweils drei Minuten und falls gewünscht noch mal ein zweites Pro-Kontra. Wer ist für dieses Verfahren? Bitte das Kartenzeichen. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Dann ist dieses Verfahren mit einer großen Mehrheit und einigen wenigen Gegenstimmen und ein paar Enthaltungen angenommen. Danke. Okay, alles klar. Dann fangen wir jetzt wirklich an mit dem Änderungsantrag 219-1. Wer wird den einbringen für uns? Michael will. Dann, Michael. Du hast drei Minuten. Liebe Freundinnen und Freunde, der KV Charlottenburg würde sich wünschen, dass wir als Grüne uns ausdrücklich auch zu versuchen mit dem Modell Shared Space bekennen. Und gerade in Berlin, in einer Großstadt, wo es damit eben noch nicht Erfahrungen gibt wie in kleineren Städten. Es gibt gerade in Berlin viele Stellen, wo Fußgänger, Rad- und Autoverkehr praktisch gleichwertig von der Menge her sind. Wo man also genauso viele Fußgänger, genauso viele Fahrräder und genauso viele Autos hat. Gerade da liegen aus unserer Sicht Lösungen nahe, wo man den verfügbaren Straßenraum auch gleichmäßig aufteilt. Und eben gerade nach dem Modell Shared Space, dass eben weniger Barrieren, weniger Regeln und eine gewisse Entschleunigung stattfindet. Damit im Wege der gegenseitigen Rücksichtnahme alle zu ihrem Recht kommen und nicht wie bisher die Autos dominieren und alle anderen buchstäblich an den Rand gedrängt werden. Solche Modelle haben sich auch schon in mittleren Städten, in Metz zum Beispiel, in Basel und in Bühl, in Baden, durchaus bewährt. Auch sogar mit Stellen, wo Straßenbahnen unterwegs sind. Der Senat hat zwar inzwischen sogenannte Begegnungszonen an zwei oder drei Stellen in die Planung aufgenommen. Das ist praktisch das Gleiche wie Shared Space mit kleineren Unterschieden, aber ist eigentlich das Gleiche, nur ein anderes Wort. Trotzdem sind wir der Meinung, wir sollten als Grüne in diesem Bereich weiter vorangehen und auch offensiv fordern, diese Experimente auszuweiten. Und eben aktiv auch zu untersuchen, ob es nicht auch an richtig wichtigen, großen Hauptverkehrsstraßen in der Stadt funktionieren kann. Zum Beispiel wird immer wieder genannt der Kuhdamm oder auch die Friedrichstraße, vielleicht auch der erste Teil des 17. Juni, wo eben der Nicht-Autoverkehr inzwischen fast schon dominant ist. Und gerade auf der Friedrichstraße kann man jetzt sogar mit Schlittschuhen unterwegs sein, wie wir in der Zeitung lesen durften. Ich denke, wir sollten uns dort dafür einsetzen, dass dieses Thema weiter auf der Tagesordnung bleibt und dass auch im Rahmen unseres Antrags zur kombinierten Mobilität zumindest erwähnt wird. Wir bitten deswegen um Aufnahme dieser kleinen Ergänzung. Vielen Dank. Vielen Dank, Michael. Wer hält die Gegenrede? Daniel. Ja, lieber Michael, liebe Charlottenburg-Wilmersdorferinnen und Charlottenburg-Wilmersdorfer, hier steht ein bekennender Fan von Shared Space. Ich habe selber als Kommunalpolitiker entsprechende Anträge eingebracht. Wir wollten das in Berlin, es gibt es noch nicht. Und dennoch habe ich mit diesem Antrag zwei Probleme. Das eine ist, er ist meines Erachtens sehr missverständlich. Denn ihr sagt dort, es gäbe inzwischen vielerorts sehr positive Erfahrungen mit Shared Space. In Berlin gibt es die nicht. Die gibt es vielleicht außerhalb. Da allerdings auch nur in Kleinstädten. Aber ich finde diese Formulierung mit den positiven Erfahrungen, gerade im Hinblick auf eine Metropole wie Berlin, schwierig. Das zweite Missverständnis wiegt aber meines Erachtens schwerer. Denn wenn man diese Zeile einfügt, dann heißt es danach, es wäre Zeit, dass wir solche Modelle an geeigneten Stellen auch in einzelnen Berliner Kiezen erproben. Nun haben wir in Berlin eine Probephase. Und das Stichwort ist auch schon gefallen, die Begegnungszonen. Was sind die Begegnungszonen? Das ist nicht Shared Space pur, aber es geht in die Richtung. Es kommt von der Senatsverwaltung und wir Grüne waren da auch durchaus kritisch. Aber in drei Bezirken haben sich meines Wissens auch Grüne darauf eingelassen und haben gesagt, ja, jawohl, das machen wir. Wir erproben diese Begegnungszonen. Und da muss ich euch wirklich sagen, finde ich es jetzt ein bisschen schwierig, mit Shared Space zu kommen. Das ist vielleicht wirklich der intrinsische Blick auf bestimmte Prozesse. Und ich habe auch überhaupt nichts dagegen, dass wir sagen, wir wollen nicht noch mehr Begegnungszonen, sondern wollen sie auch weiterentwickeln in Richtung Shared Space. Aber wie gesagt, hier kollidiert es eigentlich mit der Situation in den Berliner Bezirken, mit dem, was da verkehrspolitisch hoffentlich endlich mal vorangeht. Also die ersten Anträge zum Thema Shared Space bzw. Begegnungszonen, die liegen zwischenzeitlich viele, viele Jahre zurück. Und erst jetzt bequemt sich langsam die Senatsverwaltung, das mal umzusetzen. Aber wie gesagt, also ich glaube, diese beiden Missverständnisse, die sind in diesem Antrag nicht sonderlich gut aufgehoben. Insofern muss ich euch bitten, diesen Änderungsantrag abzulehnen. Vielen Dank, Daniel. Wir haben jetzt zwei Einwürfe von männlichen Personen. Und nach unserem Verständnis können wir die leider nicht zulassen. Noch mal ganz kurz zum Verfahren. Wir haben beschlossen mit den, bei der quotierten Redeliste, dass wir, wenn es mehr männliche Fragen oder mehr männliche Basisbeträge gibt, als Frauen diese männlichen zulassen, aber die nicht Extraplätze sind, sondern einfach dann die weiblichen Redeplätze wegfallen. Das bedeutet, natürlich müssen die Pro- und Contra-Reden in sich quotiert sein. Wenn es jetzt ein Interesse gibt, eine weitere Debatte zu machen, wie jetzt hier, weil sich weitere Leute eingemeldet haben für Pro, müsste das aber, weil zwei Männer bereits geredet haben, sowohl bei Pro- als auch bei Contra jeweils eine Frau sein. Das war nicht der Fall. Darum haben wir da keine besetzten Plätze. und kommen zur Abstimmung. Okay, dann stimmen wir jetzt ab über den Änderungsantrag 219-1. Entschuldigung, jetzt hört ihr mich besser? Ja, okay, dann stimmen wir jetzt ab über den Änderungsantrag 219-1. Wer dafür ist, hebe jetzt seine Karte. Okay, alles klar, dann wer ist dagegen? Okay, ich glaube, das müssen wir aussehen. Okay, dann noch einmal die Enthaltung, bitte. Alles klar, okay. Dann, um das jetzt auszuzählen, melden sich bitte noch einmal die Leute, die für den Änderungsantrag stimmen. Aufstehen. Aufstehen, genau, das wäre super. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Dann haben wir ausgezählt und der Antrag wurde abgelehnt. Wir hatten 38 Ja-Stimmen und über 40 Nein-Stimmen. Okay, dann kommen wir jetzt zum nächsten Änderungsantrag. Das ist der Änderungsantrag 340 – 1. Wer bringt den ein? Wieder mich. Super. KV Charlottenburg möchte, dass der ÖPNV für alle Menschen in der Stadt zur ersten Wahl wird und nicht weiter das Schmuddelkind bleibt oder zum Schmuddelkind unter den Verkehrsmitteln wird. Und das ist er leider in den Augen vieler Menschen, die eben lieber Auto fahren und das für schick halten. Um das zu erreichen, ist es nicht genug, das ÖPNV-Angebot qualitativ zu verbessern durch neue Fahrzeuge, durch mehr Sauberkeit, mehr Sicherheit, bessere Takte. Was es zusätzlich braucht, ist eben ein Bewusstseinswandel. Die Leute müssen merken, wie gut der ÖPNV ist, sie müssen merken, wie gut er funktioniert und wie einfach man damit seinen Alltag gestalten kann. Es darf eben kein sozialer Makel mehr sein, wenn man irgendwo bei einem Treffen, bei einer Feier, bei einer Veranstaltung mit dem Bus ankommt, statt mit dem eigenen Auto. Dieser Lernprozess sollte so früh wie möglich beginnen bei Kindern und Jugendlichen. Ideal wäre es natürlich, wenn bei ihnen gar nicht erst der Wunsch nach einem eigenen Auto aufkommt, um dadurch ein Mittel für die persönliche Bewegungsfreiheit zu bekommen, sondern dass sie sich von Anfang an frei fühlen, wenn sie mit Öffentlichen unterwegs sind. Deswegen unterstützen wir ganz nachdrücklich den Leitantrag, der die ÖPNV-Nutzung durch Kinder und Jugendliche fördern möchte, wie es jetzt schon heißt. Wir wünschen uns aber zusätzlich, dass diese Förderung noch konkreter benannt wird. Ideal wäre natürlich eine kostenlose Beförderung für alle. Das ist außer Frage, aber das ist natürlich finanziell und haushaltspolitisch ein Problem und lässt sich vermutlich nicht umsetzen. Deswegen diese vorgeschlagene Formulierung von uns, wonach möglichst stark verbilligte, vielleicht sogar kostenlose Angebote für Kinder und Jugendliche gefunden werden sollen. Das lässt Raum für eine ausgewogene Tariflösung für attraktive Angebote, die eben auch finanziell betragbar ist. Zusätzlich bitten wir dringend darum, den Einschub im Leitantrag an dieser Stelle wegzulassen, dass die Vergünstigungen insbesondere für sozial schwache sein sollen. Diese Forderungen nach sozialen Tarifänderungen sind an anderen Stellen im Leitantrag schon enthalten. Hier an dieser Stelle geht es um etwas anderes, denn ÖPNV soll eben für alle attraktiv werden und nicht nur das Verkehrsmittel für Arme bleiben oder werden. Genau diesen Eindruck wollen wir vermeiden, indem wir diese Formulierung streichen. Vielen Dank. Vielen Dank. Michael, die Gegenreder hat Stefan Geldhahn. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, der Landesvorstand hat mich gebeten, hier gegen diesen Antrag zu reden. Den möchte ich gerne nachkommen. Ich beginne mal damit, dass unser Wahlprogramm deutlich differenzierter schon das darstellt, was hier angesprochen ist und auch der Antrag, das Begehr, das der Antragsteller hier gerade geäußert hat, schon mit umfasst. Die Frage ist also, macht dieser Änderungsantrag einen erkennbaren Fortschritt? Bringt uns das programmatisch weiter? Bringt der uns irgendwo hier einen Erkenntnisfortschritt? Und das muss man leider verneinen. Er ist sehr unkonkret. Es ist nicht dargestellt, was jetzt unsere konkrete Forderung ist, wenn jetzt sich die Antragsteller des Änderungsantrags darauf verstiegen hätten, zu sagen, okay, wir fordern ein Sozialticket, was so und so viel günstiger ist. Oder wenn hier vorgestellt wäre, ein Konzept, wie man soziale Mobilität leichter erreicht oder besser erreicht, wie wir da einen Schritt nach vorne machen, dann würde uns das nach vorne bringen. So geht es über den Antrag des Landesvorstandes nicht hinaus. Das bringt uns keinen Punkt. Und es ist auch ein Widerspruch zu unserem Wahlprogramm, wo wir explizit gesagt haben, dass wir für Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren erstmal da auf die Suche gehen. Das geht hier weiter. Das ist auch alles nicht schlimm. Ich würde aber in der Tat hier lieber die Einladung aussprechen, dass wir zusammen mit der LAG Mobilität und den Antragstellern mal wirklich ein Konzept entwickeln, wie soziale Mobilität aussehen kann. Und dann diesen Antrag hier durchaus als Startpunkt nehmen, also den Leitantrag des Landesvorstandes. Und eben nicht sagen, für alle und hier quasi die Differenzierung überhaupt nicht mal andenken, sondern dann wirklich ein Konzept machen. Das wäre, glaube ich, der richtige Punkt. Und nicht den verengten Blick nur auf diese Passage zu stellen. Ja, ein Plädoy für das Wahlprogramm für den Leitantrag des Landesvorstandes. Vielen Dank. Es gab keine Einwürfe. Deswegen kommen wir jetzt direkt zur Abstimmung. Wer diesem Antrag 340 zustimmt, der hebe bitte jetzt seine Stimmkarte. Okay, vielen Dank. Wer ist dagegen? Und wer enthält sich? Okay, dann ist dieser Antrag abgelehnt. Dann kommen wir zum nächsten Antrag. Das ist der Änderungsantrag 377 minus 2 und der wird eingebracht von Matthias Ohmen. Okay, alles klar. So, kann man? Gut. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, woran geht es in diesem Antrag? In diesem Antrag geht es darum, dass wir zukünftig prüfen wollen, ob es nicht sinnvoll wäre, Bahnhof Zoologischen Garten Modernisierungsarbeiten und Sanierungsarbeiten zu vollziehen. Warum ist das notwendig? Ganz einfach deswegen, wir haben in den letzten 20 Jahren in den Knoten Berlin, also nicht nur an den Hauptbahnhofs, sondern auch in den Tiergartentunneln und so weiter, deutlich über 4 Milliarden Euro ausgegeben für Ertüchtigung, für Baumaßnahmen. Trotzdem ist es so, dass heute für wesentliche Teile von West-Berlin, also für das westliche Moabit, für Charlottenburg, für Wilmersdorf, für beide Teile von Schöneberg, die Fahrzeiten in Richtung Hannover, die Fahrzeiten in Richtung Magdeburg, 15 Prozent länger sind, als das noch 2002 der Fall war. Das könnte man ganz einfach dadurch beheben, indem man sagt, ja, man lässt Fernverkehrszüge in diese Richtung wieder am Bahnhof Zoo halten. Das ist aber im Moment gar nicht möglich, weil der Bahnhof Zoo schlicht und einfach nicht die Qualität mit sich bringt, die man von einem Fernverkehrshalt wirklich erwarten könnte. Das bedeutet aber auch, dass von einer Modernisierung, wenn sie denn möglich und sinnvoll wäre, eben auch Regionalbahn, auch S-Bahn profitieren würden. Das bedeutet, das wäre nicht nur eine Maßnahme, die hier den Fernverkehr unterstützt, sondern auch wirklich auch Berufspendler, auch Regionalreisende. Und deswegen wäre das mit Sicherheit ein Schritt in die richtige Richtung, um den Bahnhof Zoo, um die City West wieder aufzuwerten, weil man dann wieder neue Verkehrswerte schaffen könnte. Vielen Dank. Vielen Dank, Matthias. Die Gegenrede zu diesem Änderungsantrag kommt von Bettina. Ja, jetzt bin ich in der Situation, dass ich eine Gegenrede halten muss gegen etwas, was mir und natürlich uns allen sympathisch ist. Ich habe ein ganz anderes Problem mit diesem Antrag und ich muss sagen, ich tue es deswegen mit einem guten Gewissen, weil ich bei einem ähnlichen Antrag gestern Michael Kramer mit schwerem Herzen schweren Widerstand leisten musste, dass er einen Antrag zurückzieht. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, was wir mit diesem Antrag wollen. Wir wollen eine ganz bestimmte Haltung ausdrücken und einen ganz bestimmten Ansatz, nämlich diese Idee der kombinierten Mobilität, die mit wenig Geld und kurzfristigen Maßnahmen im Alltag sehr vielen Menschen das Umsteigen ermöglichen würde, das Umsteigen auf eine Mobilität ohne Auto ermöglichen würde. Das ist das, was wir mit diesem Antrag ausdrücken wollen. Und das Problem an Matthias Omens Änderungsantrag ist einfach, dass er systemfremd ist sozusagen. Also natürlich haben wir auch sehr viele Ideen zu Fernbahnzügen und zu Bahnstrecken. Micha Kramer ging es um eine Bahnstrecke genannt, der fliegende Schlesien nach Polen, die frecherweise jetzt langsamer ist als vor dem Ersten Weltkrieg. Das sind alles Dinge, die wir natürlich, die zu unserer Programmatik gehören und wir werden die sein, die auch immer für Verbesserungen von Fernbahnstrecken und so weiter kämpfen und Fernbahnbahnhöfen, nur es hat einfach nichts zu tun mit dem, was wir in diesem Antrag vorschlagen. Und die Tatsache, da steht ja ganz bewusst nicht alles drin, Harald hat schon gesagt, Projektliste, da steht nicht alles drin, was unsere grüne Verkehrspolitik ist, sondern es ist ein ganz bestimmtes Angebot, das wir den Menschen hier für ihren Berliner Alltag in der Stadt machen wollen. Und einfach aus diesem Grund möchte ich euch bitten, den Antrag abzulehnen, nicht weil er nicht Programmlage sein soll, sondern weil er in dem Antrag nichts zu suchen hat und die Botschaften einfach verwässern würde. Das ist der Grund. Danke. Vielen Dank Bettina. Es gab auch diesmal keine Einwürfe, deswegen kommen wir jetzt wieder direkt zur Abstimmung über diesen Änderungsantrag 377-2. Wer dafür ist, hebe bitte jetzt seine Karte. Okay. Wer ist dagegen? Und wer enthält sich? Alles klar, vielen Dank. Das war ziemlich deutlich. Auch dieser Antrag ist abgelehnt. Okay, dann kommen wir jetzt zu dem letzten Antrag, den wir abstimmen müssen. Das ist der Antrag 377-4 und der kommt von der Grünen Jugend, die ihn jetzt einbringen. Ja, vielen Dank, liebe Menschen. Ich freue mich, diesen Antrag zur Idee einer ökologischen und sozialen Mobilität einbringen zu dürfen und ich danke mich auch für den sehr schönen Grundantrag, dem wir grundsätzlich sehr positiv gegenüberstehen. Allerdings fehlt uns in dem Antrag ein Aspekt. Wir sind der Meinung, dass die Erfahrungen des Semestertickets an den Hochschulen gezeigt haben, dass solidarfinanzierte ÖPNV schon längst nicht mehr die Utopie ist, für die es häufig noch gehalten wird. Bei der Einführung war es damals noch ein Projekt linker Studierender. Es gewann aber schnell immer mehr Zustimmung. Durch das Semesterticket sind immer mehr und mehr Studierende in den öffentlichen Personenverkehr umgestiegen. Trotz steigender Kosten stellen mittlerweile nicht einmal mehr konservative oder liberale Hochschulgruppen dieses Konzept eines solidarfinanzierten ÖPNV infrage. Und wir denken, das sollte uns allen zu denken geben. Wir wollen, dass diese Entwicklung für alle zugänglich ist. Vom Schüler bis zur Autoliebhaberin. Und deswegen möchten wir ein Ideal formulieren, was wir langfristig erreichen wollen, nämlich den steuerfinanzierten, kostenlosen ÖPNV. In Berlin sind die meisten Ziele schon jetzt mit den Öffentlichen schneller zu erreichen als mit dem Auto. Und das nicht nur während des Berufsverkehrs. Als grüne Jugend wollen wir langfristig darauf hinarbeiten, diese Angebote allen Menschen zugänglich zu machen. Denn wie viel Geld steckt allein das Land Berlin jährlich in den Straßenbau oder die Sanierung von Straßen? Warum soll weiterhin derart massiv nur der Straßenverkehr subventioniert werden, wenn viele Menschen sich gar kein Auto leisten können oder aus ökologischen Gründen darauf verzichten wollen? Das Ziel unseres Antrags ist es, ein Ideal einer sozialen und ökologischen Mobilität in Berlin zu formulieren. Ein Ideal, das den Grundüberzeugungen unserer Partei entspricht. Ökologie und soziale Teilhabe für alle Menschen. Aber dieses Ziel erreichen wir nur, wenn wir keine Menschen durch finanzielle Hürden ausschließen. Wir wollen einen Prozess anstoßen, in dem wir gemeinsam ein nachhaltiges Konzept erarbeiten. Ausgangsbasis dafür kann beispielsweise ein Modell basierend auf den Erfahrungen des Semestertickets sein, das Schritt für Schritt eingeführt wird und somit es ermöglicht, auch die Taktung der Linien entsprechend der dann zu erwartenden erhöhten Nachfrage anzupassen. Lasst uns den Mut für Veränderungen haben, wo andere Parteien nur Stillstand versprechen. Lasst uns den Menschen eine echte ökologische und solidarische Alternative anbieten. Lasst uns eine ambitionierte ökologische Wende in der Berliner Verkehrspolitik streiten, die alle Menschen mitnimmt. Deshalb fordern wir langfristig das Ideal des steuerfinanzierten kostenlosen ÖPNV. Und deswegen bitten wir euch, unseren Änderungsantrag anzunehmen. Vielen Dank. Vielen Dank. Die Gegenrede kommt von Daniel. Ja, liebe Delegierte, liebe grüne Jugend. Also erstmal habe ich mich auf die Suche gemacht. Es heißt ja, wir verlieren langfristig unser Ideal nicht aus den Augen. Und ich habe dann geguckt, wo steht das, ja? Ist das sozusagen ein Gründungsmythos der AL? Steht das in irgendeinem Grundsatzprogramm etc. pp. Ich habe es nicht gefunden. Insofern gibt es dieses Ideal nicht. Ich finde es aber auch in Ordnung zu sagen, wir wollen dieses Ideal jetzt als solches benennen. Nur das sollte man auch offen und ehrlich sagen. Ich störe mich an was anderem. Wir haben eine Diskussion über kostenfreien ÖPNV im Land Berlin mal gehabt. Da gab es einen Antrag, da gab es auch ein Konzept. Das war das Konzept des Bürgerinnentickets. Und da haben wir lange und ausführlich gestritten über Details. Wir haben uns die Mühe gemacht, über Finanzierung zu reden. Auch über so knifflige Fragen. Wie ist das eigentlich mit dem Ticketing? Wie ist das mit Touristinnen und Touristen? Und so weiter und so fort. Ich weiß das deswegen so genau, weil ich diesen Antrag damals gestellt habe. Er ist abgelehnt worden. Er ist abgelehnt worden. Und daran merkt ihr, dieses Ideal, das ist mir sehr sympathisch. Aber ich finde, wir sollten auch mehr als Ideal in unser Programm beschreiben. Und das, was ich auch von der Grünen Jugend erwarte, das hast du gerade in der Rede gesagt. Ich erwarte ein Konzept. Wir haben uns damals die Mühe gemacht, so ein Konzept vorzulegen. Das hat keine Mehrheit gefunden. Das hatte vielleicht auch Schwächen. Aber wir können dann gerne sehr konkret darüber reden, ob wir Ideal und Realität übereinbringen. Mit welchen Maßnahmen, mit welchen Schritten wir das erreichen. Ob es überhaupt unser Ideal ist. Aber ob wir vor allem die Konkretion hinkriegen. Und insofern bitte ich euch, stimmt vielleicht nicht gegen die Idee, dass so ein Ja richtig ist. Stimmt auch nicht dagegen, dass wir uns als Grüne darüber unterhalten sollten, wie ein solches Konzept aussieht. Aber stimmt gegen diesen Antrag. Denn erstmal, glaube ich, sollte man sich da ehrlich machen und sagen, wie kann es aussehen, das diskutieren. Und dann verliere ich gerne wie letztes Mal ein zweites Mal. Vielen Dank, Daniel. Wir haben jetzt einen Einwurf, allerdings von einem Mann. Und es haben schon zwei Männer geredet. Und laut unserer Abstimmung darfst du deshalb nicht mehr reden. Zu dieser Interpretation möchte ich eine Gegenrede halten. Wir haben die Redeliste geöffnet, auch dann, wenn keine Frauen sich einwerfen für Männer, die reden wollen. Dies muss auch dann gelten, wenn zwei Männer geredet haben und dann immer noch keine Frau pro oder konter reden will. Das hatten wir beschlossen. Das ist unsere Beschlusslage. Wenn das Präsidium das ändern will, muss es einen anderen Beschluss herbeiführen. Es kann diesen Beschluss aber nicht einfach behaupten, denn er ist offensichtlich unwahr. Okay, dankeschön nochmal für deine Darlegung. Um noch mal in Erinnerung zu rufen. Wir haben vorher eine Abstimmung durchgeführt, das hast du richtig wiedergegeben. Und zwar darüber, ob die männlichen Redebeiträge zugelassen werden, auch wenn es keine weiblichen Redebeiträge gibt. Dem hat die Versammlung zugestimmt. Dabei geht es nicht darum, dass die weiblichen Redebeiträge und das heißt die zwei Plätze an Männer übergeben werden. Das heißt, wir haben vier Plätze, davon zwei männliche Redebeiträge, die beide reden durften. Das heißt aber nicht, dass die weiblichen Plätze, die weiblichen Redebeiträgen durch Männer besetzt werden. Das heißt, wir haben uns tatsächlich an eurem Beschluss gehalten. Wir als Präsidium können hier höchstens dem Vorschlag machen, dass du einen Rückholantrag dieser Abstimmung beantragst. Dafür brauchen wir aber eine Zweidrittelmehrheit der Versammlung. Möchtest du einen Rückholantrag dieser Abstimmung beantragen? Ich möchte dann jetzt eine Abstimmung darüber, welche Interpretation unserer vorigen Abstimmung die richtige ist. Und diese, bitte schön, unter gleichen Bedingungen. Nein. Eine Interpretation kann nicht abgestimmt werden. Eine Interpretation macht das Bundesschiedsgericht. Ja, oder das Landesschiedsgericht. Danke. So. Kannst du... Bitte. Bitte schön. Kannst du bitte das Podium verlassen und dann wird zur Abstimmung kommen? Nein, bitte schön. Dann stelle ich jetzt einen Antrag auf zur Geschäftsordnung. Ich beantrage, dass das Präsidium ausgewechselt wird, damit... Kannst du gerne machen. Dann nicht mehr als... ...unter gleichen Bedingungen darüber abstimmen können, ob jetzt tatsächlich nach zwei männlichen Pro- und Konterreden kein Mann mehr reden darf, wenn keine Frau sich einwirft. Das muss doch wohl möglich sein. Also, wir interpretieren diesen Antrag als Rückholantrag der Bestätigung des Präsidiums. Dafür brauchen wir eine Zweidrittelmehrheit. Wer stimmt... Nein, ist es ein formaler Antrag, daher gibt es keine Gegenrede, auch nicht aus Steglitz-Zehlendorf. Ähm... Echt, ey, ich kenne das. So, wir wollen das nicht völlig ins Lächerliche ziehen. Es gibt ja einen GO-Antrag, den wollen wir auch ernst nehmen. Der GO-Antrag zur Erinnerung heißt, dass wir den Tagesordnungspunkt Bestätigung des Präsidiums wieder aufrufen. Wir brauchen eine Zweidrittelmehrheit, um dem zuzustimmen. Wer stimmt zu, dass wir nochmal erneut über die Zusammensetzung des Präsidiums abstimmen? Der Hebel bitte die Hand. Zwei. Gegenstimmen. 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 Das Präsidium freut sich. Über Gegenstimmen. Enthaltungen? Das Präsidium freut sich sehr über die quasi erneute Bestätigung und daher müssten wir jetzt weiter fortfahren. Okay, dann können wir jetzt zur Abstimmung kommen über den Änderungsantrag 377 minus 4, eingebracht von der Grünen Jugend. Wer diesem Änderungsantrag zustimmt, der hebe bitte jetzt seine Karte. Dankeschön. Wer dagegen stimmt, hebe bitte jetzt seine Karte. Und wer sich enthält, hebe bitte jetzt seine Karte. Wir wollen lieber nochmal nachzählen. Also bitte all diejenigen, die dafür stimmen, aufstehen und die Karte hochhalten. Danke. Arm in die Höhe, deutlich, besonders die kleinen Menschen. Danke. 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 Vielen Dank. Okay, vielen Dank. Noch der Formhalber, wer enthält sich? Dankeschön. Wir konnten hier vorne leider kein eindeutiges Ergebnis feststellen und deshalb gibt es eine schriftliche Abstimmung. Wir bitten um die Stimmblöcke. Die Wahlkommission. Also die Wahlkommission, Leute, Leute, die Wahlkommission wird, die Orga wird jetzt die Stimmblöcke verteilen. Ja, ich hätte auch gerne einen. Danke sehr. Wird jetzt die Stimmblöcke verteilen. Bitte organisiert euch das. Und dann bräuchten wir jetzt Freiwillige für die Wahlkommission. Wir bräuchten noch kurz noch drei oder vier Freiwillige für die Wahlkommission. Bitte vor Dreh kommen. Wenn möglich auch Frauen. Super. Hier. Quotiert. Eine Frau für die Wahlkommission bitte noch. Super. Dann... Ja, wir haben... Lächst du mir die Wahlkommission vorzulegen? Ja. Die muss bestätigt werden. Lächst du mir die Wahlkommission vorzulegen? Danke. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Karte natürlich sowieso. Ohne Karte... Okay, wenn jetzt alle einen Stimmzettel mit der Nummer 1 haben, habt ihr folgende Möglichkeiten abzustimmen. Wenn ihr für diesen Änderungsantrag stimmt, dann schreibt bitte ein deutliches Ja drauf. Wenn ihr dagegen seid, ein deutlich lesbares Nein. Und wenn ihr euch enthaltet, einfach Enthaltung. Damit ist der Wahlgang jetzt eröffnet. Während ihr wählt, möchte ich darauf hinweisen, dass hier hinten ein Rucksack abgegeben wurde mit Laptop. Der oder diejenige, die einen Rucksack mit Laptop vermisst, melde sich bitte hier. Die Geheimfrage ist, was für eine Haribo-Tüte ist da drin. Wer mir das beantworten kann, dem gebe ich auch die Frage. Ja. 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 Vielen Dank. 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 Okay. Okay. Vielen Dank. 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 davon hat, was Humor ist und wo die Grenze liegt. Wir wollen, dass der Werberat aufhört, mit den Augen zu zwinkern und lieber mal genau hinsieht, was da eigentlich auf den Plakaten passiert und vor allen Dingen auch, wer diese jeden Tag zu sehen bekommt. Bei der Frauenvollversammlung haben wir auch darüber gesprochen, was Sexismus eigentlich bedeutet. Ist es schon sexistisch, wenn eine Frau bei der Hausarbeit gezeigt wird oder muss sie dafür erst mal leicht bekleidet sein? Weil wir dafür keine genaue Antwort finden konnten, ist die Suche nach einer Definition auch Teil dieses Antrags. Die Organisation Pings Dings zum Beispiel beschäftigt sich sehr ausgiebig mit diesem Thema. Die Aktivistinnen schreiben derzeit an einem Kriterienkatalog. Mit Hilfe dessen wollen wir auch versuchen, zumindest eine etwas genauere Definition zu finden, damit wir Sexismus in der Werbung besser feststellen und eindämmen können. Wir fordern den Landesverband jetzt auf, das Thema der sexistischen Werbung auf seine Agenda zu setzen. Er soll gemeinsam mit der Fraktion im Abgeordnetenhaus prüfen, inwieweit sexistische Werbung in Berlin rechtlich eingeschränkt werden kann. Da es auch positive Beispiele für gute Werbung gibt, soll eine Möglichkeit gefunden werden, diese auszuzeichnen. Wir wollen außerdem eine Beschwerdestelle einrichten, bei der Personen sexistische Werbung melden können. Es gibt dazu zum Beispiel schon sehr gute Beispiele aus Österreich und auch die Organisation Pings Dings macht schon etwas Ähnliches. Wir wollen, bis diese Beschwerdestelle eingerichtet ist, ein Onlineformular schaffen, bei der Menschen sexistische Werbung melden können, in und aus Berlin. Und diese sollen dann an den Werberat weitergeleitet werden vom Landesverband, damit der Werberat eine sogenannte Rüge einleiten kann. Zuletzt fordern wir vom Landesverband, dass er gemeinsam mit der Abgeordnetenhausfraktion das Gespräch mit dem Werberat sucht. Die Perspektive von Kindern und Jugendlichen soll im Kriterienkatalog des Werberats Einzug erhalten. Noch geht der Deutsche Werberat, wie gesagt, vom verständigen Durchschnittsverbraucher aus, wobei nicht klar ist, was das bedeutet. Uns geht das schlicht nicht weit genug. Die Frauenvollversammlung war leider nicht beschlussfähig. Der Antrag wurde jedoch von den Anwesenden einstimmig mit zwei Enthaltungen verabschiedet. Daher bitte ich jetzt euch um eure Unterstützung. Danke. Dankeschön, Julia, für die Einbringung. Momentan gibt es nur zwei Pro-Rede-Wünsche. Einmal von Tobias Barke. Gut. Dann, Tobias Barke will doch nicht reden, aber wir haben einen weiteren Redebeitrag von Friederike Schwebler. Bitte schön, du hast das Wort. Drei Minuten. Und dann hält sich bereit Anja Kofbinger. Hallo ihr. Am Montag, dem 25. November, war in diesem wie jedem Jahr der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Viele Menschen und viele Grüne haben an diesem Tag Flagge gezeigt. Solche Tage dürfen natürlich keine Pflichtübung sein. Jetzt fragen sich hier vielleicht einige, was hat das mit dem Antrag gegen sexistische Werbung zu tun? Nun ja, es gibt Kampagnen, die mit Bildern von oder Anspielungen auf häusliche Gewalt- oder Vergewaltigungsmythen arbeiten. Die dort gezeigten sexistischen und gewaltverherrlichenden Klischees werden dann von Werberinnen oder vom Deutschen Werberat als ironisch oder lustig abgetan. Gewalt an Frauen, Gewalt an allen Menschen kann die lustig oder komisch oder sonst irgendwas in die Richtung sein. Die Mythen, die damit produziert und reproduziert werden, werden am Leben erhalten und öffentlich legitimiert. Sexistische Werbung geht uns deshalb alle was an. Es geht dabei nicht um Geschmack, es geht nicht um Rocklängen oder wie viel Stoff irgendjemand auf so einem Werbeplakat anharrt. Deshalb bitten wir euch um eure Zustimmung zu diesem Antrag. Danke. Anja Kofbinger, du hast drei Minuten das Wort. Ja, also drei Minuten brauche ich nicht. Ich hatte mich bereit gehalten für den Fall, dass es einen hartnäckigen Widerstand gibt und sich der Landesverband Berlin explizit für sexistische Werbung ausspricht. Ich konnte es mir auch kaum vorstellen. Deshalb möchte ich euch kurz vielleicht was zum Antrag sagen. Da gibt es ja die berühmten Bullet Points. Eigentlich heißen die Kula, aber man sagt jetzt Bullet Points und in jedem Bullet Point, das ist mir natürlich gleich aufgefallen, kommt immer die zuständigen Abgeordneten der Abgeordnetenhausfraktion vor. Ich fürchte, das bin ich. Und deshalb habe ich schon mal einige Schritte eingeleitet, eure Zustimmung natürlich vorausgesetzt. Ich treffe mich am Mittwoch mit meiner zuständigen Mitarbeiterin im Abgeordnetenhaus und wir haben vorbereitet einen Antrag dazu und auch eine kleine Anfrage natürlich, um das alles abzuklären hier beziehungsweise da, wo wir auch schon wissen, was wir machen wollen. Eure Zustimmung natürlich immer vorausgesetzt. Werden wir auch noch vor Weihnachten, also am Mittwoch in Aktion treten. Das wollte ich euch nur androhen. Ja, auch wenn ihr nicht dafür seid, werden wir das machen. Es gibt es gibt aber Best Practice schon aus Bremen und aus Wuppertal. Und was die Schwebebahnfahrer können und Fahrerinnen und die alten Fischköpfe, das können wir auch. Und deshalb bitte ich euch, stimmt dafür. Danke schön, Anja. Nun bitte ich Carola Westbohr auf die Bühne, die für die Änderungskommission über die modifizierten Übernahmen, die zahlreichen von Stefan Gelbhaar informieren wird. Genau, vielen Dank. Also Carolina hat ja schon angekündigt, es gab Änderungsanträge von Stefan Gelbhaar, die von den Antragstellerinnen auch weitestgehend übernommen oder modifiziert übernommen wurden. Ihr findet den Antrag in der modifizierten Form im Änderungsmodus in der Tischvorlage 1, falls ihr nochmal gucken wollt. Da ist im Änderungsmodus sichtbar, was geändert wurde im Konsens zwischen Antragstellerinnen und dem Änderungsantragsteller. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Präzisierung und es konnte alles konsensual beigelegt werden. Das heißt, es gibt keine strittigen Änderungsanträge, die abgestimmt werden müssen, sondern wir können direkt zur Schlussabstimmung kommen. Das ist auf der letzten Seite der Tischvorlage 1. Dankeschön, Carola. Dann kommen wir nun zur Abstimmung. All diejenigen, die dem vorliegenden und modifizierten Antrag zustimmen, mögen, heben jetzt bitte Ihre Karte. Dankeschön. Gegenstimmen? Na, jetzt wirklich alle Gegenstimmen oben? Gut. Enthaltungen? Mit einigen Enthaltungen und vier Gegenstimmen wurde dieser Antrag angenommen. Recht herzlichen Dank. Somit kommen wir zum Antrag V01. Den wird Bettina Jarasch einbringen. Wer dazu eine Pro- oder Kontra-Rede halten will, den bitten wir, sich während der Rede von Bettina einzuschmeißen. Aber nur für V01, bitte. Bettina, du hast das Wort. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, wir wenden auf gewisse Weise nochmal den Blick zurück auf den Bundestagswahlkampf, aber eigentlich nicht auf den, sondern sehr viel, sehr viel weiter zurück. Es geht um den Antrag des Landesvorstands und anderer Antragstellerinnen und Antragsteller, pädophile Vergangenheit im Landesverband Berlin konsequent aufklären und aufarbeiten. Ihr wisst, wie sehr dieses Thema uns im Wahlkampf beschäftigt hat. Wir waren alle, wir haben, wir haben hundertmal Bedauern geäußert, wir waren entsetzt. In Berlin haben wir uns ein Stück weit damit getröstet, dass wir bei einer LDK im Jahr 2010 in einem Antrag, in dem es genau genommen um den Missbrauch in der katholischen Kirche ging, auch einen Absatz drin hatten, wo wir gesagt hatten, ja, wir haben auch in unserer eigenen Partei da Fehler gemacht und falsche Positionen aus falsch verstandener Toleranz zu lange mitgetragen oder geduldet. Aber wir haben festgestellt, jetzt, wo das Wahlkampfgetöse vorbei ist und wo auch die Medien und auch unsere politischen Gegner auf gerade das Interesse zu verloren haben scheinen, gerade jetzt sollten wir die Chance nutzen, um wirklich nochmal gründlich hinzuschauen und uns gründlich mit diesem Thema zu beschäftigen. Denn wir haben damals einen Absatz drin gehabt, aber wir haben in Wahrheit keine Auseinandersetzung geführt. Und ich glaube, wenn ich das auch an mir selber und meinem eigenen Empfinden sozusagen auch nachvollziehe, ich glaube, wir haben genau genommen, als diese Nachrichten kamen, was es da für grüne Positionen gab zu einer vermeintlich möglichen einvernehmlichen Sexualität zwischen Kindern, Erwachsenen und so weiter. Wir haben eigentlich von uns abgespalten, was das heißt. Und ich merke das an mir selber, weil ich Kinder habe, aber es war auch gerade bei vielen von unseren jungen Mitgliedern, für die das ganz, ganz weit weg ist, gerade auch bei queergrünen Debatten habe ich das gehört und die einfach entsetzt sind, dass ihnen da etwas plötzlich so nahe rückt in ihrer eigenen Partei sozusagen, wo sie sich auf einem ganz anderen und sicheren Boden gemeint haben zu fühlen. Und dass da plötzlich etwas so nahe kommt, mit dem man gar nichts zu tun haben will, aber sich irgendwie doch auseinandersetzen muss. Und da ist die erste Perspektive erstmal auch abschieben. Damit haben wir nichts zu tun, davon haben wir uns schon lange distanziert und das ist so und Punkt. Aber das genügt eben nicht. Denn was wir damals nicht getan haben, auch 2010 nicht getan haben, wir haben selbstkritisch über die Institutionen nachgedacht, also auch über die Grünen und wieso uns das passieren könnte, aber wir haben nicht die Opferperspektive eingenommen. Und wir wollen jetzt in diesem Antrag, wir wollen das nicht dem Herrn Walter alleine überlassen, aufzuklären. Wir wollen selber Anstrengungen unternehmen, alles was wir finden können, zu finden. Wir wollen Gespräche führen mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen. Das ist auch eine Chance übrigens für jene Feministinnen nochmal endlich zu Wort zu kommen, die auch damals schon heftig auch im Berliner Landesverband gegen solche Positionen gekämpft haben. Wir wollen, das ist eine Sache, die hätte bisher immer nur nach Rechtfertigung geklungen, aber jetzt ist es an der Zeit, dass solche Stimmen auch endlich mal zu Wort kommen und dann auch zu fragen, wieso aber hatten es die schwer, wieso haben die sich nicht sofort durchgesetzt? Woran lag das eigentlich bei uns, dass es dann doch eine Weile gedauert hat, bis wir uns eindeutig distanziert haben? Und wir wollen auch gemeinsam im Bundesverband, wir schauen, dass es eine geeignete Anlaufstelle für mögliche Opfer gibt, weil wir das nicht ausschließen können, dass es entweder welche gab, die wirklich direkt im grünen Umfeld missbraucht worden sind oder aber mindestens in einem gesellschaftlichen Klima, das wir mit beeinflusst haben und das Täter einfach begünstigt hat. So und deswegen wollen wir da nochmal in aller Ruhe jetzt neu rangehen und ich bin bitte euch um Zustimmung zu diesem Antrag. Danke. Danke Bettina, da wurde nur eine Pro-Rede eingeworfen und deshalb hat jetzt Thomas Böck das Wort. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich freue mich, dass jetzt auch diesmal die Medienvertreter hier sind, mit Vertreterinnen, denn letztes Mal, als wir dieses Thema 2010 debattiert hatten, haben wir das mehr so unter uns getan. Ich finde wichtig, dass wir das öffentlich machen, wie wir heute darüber diskutieren, denn spätestens dann der Bundestagswahlkampf treibt uns ja alle um, wie es dazu kommen konnte, dass in unserer westdeutschen, ich betone, das war eine westdeutsche und westberliner Gründungsgeschichte und in Berlin in Teilen, in der Partei sogar noch bis in die Mitte der 90er Jahre, die These erhoben wurde, es gäbe so etwas wie einvernehmliche Sexualität zwischen Kindern und Erwachsenen und diese müsse straffrei bleiben. Bettina hat es gesagt, die Jüngern unter uns schauen fassungslos auf solche Theorien und wir werden der Frage wirklich gründlich nachgehen müssen, wie es dazu kommen konnte und ich möchte dem nicht vorgreifen, aber eins ist sicher, unsere damaligen Thesen und Forderungen waren falsch und diesen Irrtum haben wir zu lange verdrängt und das nicht nur vielleicht mit dem Wahlergebnis bezahlt, sondern beides hat vor allem den betroffenen Menschen, nämlich den Kindern von damals geschadet und deswegen bitten wir in dem Antrag gleich mehrfach nicht nur die Öffentlichkeit, sondern eben vor allem die Menschen, die als Kinder Opfer von sexueller Gewalt wurden, um Entschuldigung. Und deswegen wollen wir eben diese geeignete Ansprechstelle schaffen für Menschen, die Opfer sexueller Gewalt durch Grüne geworden sind, denn es wäre absurd, diese zu dem Professor Walter zu schicken, um sich an ihn als Wissenschaftler zu wenden und wir gehen damit einen überfälligen Schritt in die richtige Richtung. Wir haben tatsächlich 2010 diesen Beschluss gefasst, wo es allgemein um die Missbrauchsdebatte, aber auch um unsere eigene Parteigeschichte ging, aber es fehlte eben dieser empathische Teil für die potenziellen Opfer, denn es war nicht nur eine theoretische Sexualstrafrechtsdebatte, die wir bis in die 90er in Berlin hineingeführt haben. Es gab aktive Parteimitglieder in den eigenen Reihen, die praktiziert haben, was sie politisch gefordert haben und mindestens einer davon wurde 1995 wegen Kindesmissbrauch verurteilt. Und wir müssen ja auch davon ausgehen, dass sich Menschen direkt oder unbewusst von unseren damaligen Forderungen ermutigt fühlten, Missbrauch gegen Kinder zu begehen. Es gab so etwas zum Beispiel 1980 wie eine Broschüre von der Partei herausgegeben, ein Herz für Sittensträuche. Und es gab ja auch diese groteske Debatte in den stacheligen Argumenten noch 89 und 94 zwischen den Befürwortern dieser These und den Gegnerinnen, die damals die Frauengruppe aus Kreuzberg war. Aber allein die Tatsache, dass noch 94 diese Debatte öffentlich in stacheligen Argumenten geführt wurde, muss uns heute zu denken geben. Und deswegen brauchen wir nicht nur die bundesweite Aufarbeitung, sondern eben diese Berliner Kommission, die die Daten, die wir dazu finden, sichtet, die die Menschen, die damals Parteimitglieder waren, befragt. Und ich bitte wirklich alle, ihre Verdrängungsmechanismen zu überwinden. Ich habe das auch bei mir selber getan und habe einiges zum Vorschein gebracht, wo ich selber nicht mehr wusste, dass ich zum Beispiel mal ein Papier mitformuliert habe, 1980 in Krefeld, da war ich noch nicht Parteimitglied, wo ich auch für eine homosexuelle Initiative in Krefeld die Straffreiheit für einvernehmliche Sexualität gefordert habe. Und ich wusste damals schon, was das bedeutet. Das heißt, insbesondere auch die Schwulenbewegung hat da einiges aufzuarbeiten. Im Zuge der Forderung nach Streichungsparagraf 175 sind leider auch viele in der Bewegung, in der Schwulenbewegung, in der Westdeutschen, da übers Ziel weit hinaus geschossen. Und deswegen denke ich, wir müssen diese Aufarbeitung wirklich betreiben. Wir müssen Ergebnisse vorlegen. Wir sollten auch Empfehlungen, wie wir damit umgehen, mit den Ergebnissen vorlegen. Und wir sind die Klärung dieser Fragen den Menschen schuldig und wir sind es uns selbst auch schuldig. Vielen Dank. Applaus Danke, Thomas. Dann bitten wir Katrin Schmidberger für die Antragskommission das weitere Verfahren. Ja, ihr könnt das ja auch in der Antragsübersicht Tischvorlage 2 selbst nochmal sehen. Wir hatten auch in dem Fall einen sehr leichten Job als Antragskommission. Es gab nämlich nur einen Änderungsantrag von Holger Michel aus dem Kreiswehrbahn Tempelhof-Schöneberg. Der wurde auch übernommen. Es ging darum, aus der Forderung Nummer 2 das Wort direkt zu streichen, um eben auch zu zeigen, dass wir keine Opfer zweiter Klasse haben. Das war es schon. Danke, Katrin. Wenn es gegen dieses Verfahren keinen Widerspruch gibt, kommen wir direkt zur Abstimmung des Antrages. In der modifizierten Form natürlich. Wer ist für diesen Antrag? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Damit ist der Antrag bei einer Gegenstimme angenommen. Danke. Wie vorhin darauf hingewiesen, überschieben wir den Antrag V02 etwas nach hinten und kommen nun zum Antrag V03, Diskriminierung beenden, Familienvertrag einführen von der Grünen Jugend. Als Hinweis, dieser V03-Antrag liegt in einer neuen Form vor. Ihr findet ihn vorne bei den ganzen anderen Unterlagen. Also bitte auf diesen zurückgreifen. Wir haben da vorn drüber abgestimmt, dass wir den mit den anderen Kirchen und Religionsanträgen zusammen behandeln wollen, weil es einfach einen inhaltlichen, ja, sorry, für meine sprachliche Ungenauigkeit, weil es einfach einen inhaltlichen, zusammenhängenden Block ergeben soll. Daher nochmal kommen wir jetzt zu der neuen Variante des V03 und bitten Kathi Bachnick für die Grünen Jugend, diesen Antrag vorzustellen. Kathi, auch du hast drei Minuten Zeit. Währenddessen können sich alle Pro- und Kontner, Rednerinnen und Redner bitte hier vorne einwerfen. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, 2013 im Bundestagswahlkampf und in vielen Ländern debattiert die Gesellschaft über die Gleichstellung von gleichgeschlechtlichen Paaren im Steuer- und Adoptionsrecht. 2013 die Gleichstellung von gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerinnenschaften durch das Bundesverfassungsgericht. Wir Grüne haben jahrzehntelang in Deutschland für mehr Gerechtigkeit gekämpft. Queere Politik ist für uns Grüne von Anfang an ein wichtiges Anliegen gewesen. Damals war die Öffnung der Ehe für viele Konservative vollkommen utopisch und absolut unvorstellbar. Heute haben selbst CDU-Politiker in Schwierigkeiten, sich gegen die Gleichstellung auszusprechen. Die Zeiten ändern sich. Die Ehe als privilegierte Form des Zusammenlebens zwischen einem Mann und einer Frau hat ausgedient. Für uns ist die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche PartnerInnen ein wichtiges Zwischenziel, aber zugleich auch nur der erste Schritt. Wir Grüne müssen uns weiterhin für Gleichberechtigung und gegen Diskriminierung einsetzen. Wir leben in einer Welt, in der monogame heterosexuelle Zweierbeziehungen immer noch die gesellschaftliche Norm sind. Diese sogenannte Heteronormativität diskriminiert nicht nur Homo-, Bi-, A-, Trans- und intersexuelle Menschen. Nein, sie diskriminiert auch Menschen, die nicht monogam lieben, Menschen, die zum Beispiel Polyamor, also mehrere Menschen gleichzeitig lieben. Diese Norm ist im Gesetz durch die Ehe gefestigt. Die heutige Lebensrealität von vielen Menschen ist inzwischen eine ganz andere. Es gibt eine Mehrheit in der Gesellschaft, die in der Norm der lebenslangen heterosexuellen monogamen Ehe nicht mehr leben kann und will. PartnerInnen schaftliche Lebensentwürfe gibt es in ihrer ganzen Vielfalt auch jenseits dieser Norm. Kinder haben heute oft nicht nur einen Vater und eine Mutter, sondern mehr als zwei Elternteile. Liebe und Verantwortung heißt Familie. Familie heißt Liebe und Verantwortung. Wir finden, es muss allen Menschen gleichermaßen ermöglicht sein, ihrer Liebe Ausdruck zu verleihen und füreinander Verantwortung zu übernehmen, auch wenn sie nicht monogam leben oder mehr als zwei Personen sind. Nun ist die Politik Anzug. Sie muss einen rechtlichen Rahmen für diese Vielfältigkeit der Lebensentwürfe setzen. Sie muss endlich aufhören durch große Privilegien für einige viele andere zu diskriminieren. Wir wollen, dass rechtlich auch mehr als zwei Personen als Eltern eines Kindes gelten können. Wir wollen die soziale Elternschaft. Wir wollen prüfen, wie wir eine vertragliche und institutionelle rechtliche Absicherung für Menschen jenseits der traditionellen Ehe- und Zweierbeziehung aussehen kann. Dazu wollen wir im Landesverband Berlin zusammen mit der LAG Quir ein Konzept des Familienvertrags entwickeln. Wir wollen dabei niemanden etwas wegnehmen. Wir wollen vielmehr das Konzept der Ehe auf alle Formen von Familien erweitern. Unabhängig davon, ob eine Beziehung sexuell ist, wie viele Menschen in der Beziehung leben, ob die Beziehung monogam ist oder ob sie lebenslang gelten soll oder ob Kinder vorhanden sind. Dazu wollen wir die Ehe langfristig durch einen Familienvertrag ersetzen. Ich freue mich, dass wir heute beginnen, diese Debatte in unserem Landesverband zu führen. Wir Grüne müssen nun zeigen, dass der Kampf gegen Diskriminierung noch lange nicht vorbei ist, dass wir weiterdenken als die Konservativen und mal wieder unserer Zeit voraus sind. Damit in einigen Jahren, wenn unsere Visionen dann Realität werden, wir sagen können, dass wir damals, also heute, uns auf den Weg gemacht haben und die Sache mutig in Angriff genommen haben. Dankeschön. Dankeschön, Kathi, für die Einbringung. Wir haben tatsächlich zwei Pro- und zwei Konterreden. Die sind auch ganz wunderbar quotiert. Das heißt, jetzt kriegt Sebastian Walter die Möglichkeit, eine Pro-Rede zu halten. Danach kann Katar, entschuldige bitte, wenn ich den Namen falsch ausspreche, Katar Cina Langenwitsch aus dem KV Mitte die Möglichkeit einer Konterrede. Danach würden wir fortfahren mit Leonie Barabas-Weil von der Grünen Jugend, die eine Pro-Rede halten wird. Und ganz zum Abschluss kriegen wir noch eine Konterrede von Rainer Rudolf. Sebastian, bitteschön, drei Minuten Redezeit. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, wir Grüne stehen für eine moderne Familienpolitik. Familie ist für uns da, wo Kinder sind. Familie ist da, wo Menschen füreinander einstehen und Verantwortung übernehmen. So haben wir es in unser Bundestagswahlprogramm geschrieben und den politischen Willen formuliert, alle Familienformen gleichzustellen. Egal ob homo oder hetero, egal ob verheiratet oder nicht, egal ob alleinerziehend, ob Regenbogenfamilie oder Patchwork. Ich bin deshalb dem Antrag der Grünen Jugend sehr dankbar, der diesen Auftrag ernst nimmt und fragt, wie wir diesen politischen Anspruch auch ganz konkret und praktisch umsetzen wollen. Der erste Schritt dazu ist die Öffnung der Ehe und das Adoptionsrecht für Lesben und Schwule. Das ist eine Forderung, die wir schon sehr lange vertreten und angesichts der Verhältnisse gerade auf Bundesebene mit der neuen Großen Koalition, für die wir weiter kämpfen müssen und wo das Bundesverfassungsgericht uns wieder helfen muss. Der zweite Schritt ist das Institut der elterlichen Mitverantwortung, mit dem wir die Beziehung von Kindern zu ihren sozialen Eltern neben den biologischen Eltern insbesondere in Patchwork und Regenbogenfamilien stärken wollen. Das ist übrigens eine Idee, die wir 2008 hier auf einer LDK beschlossen haben und weiterentwickelt haben und die auch 2013 da einen Eingang in unser Bundestagswahlprogramm gefunden hat. Der dritte Schritt muss aber die Frage sein, wie wir darüber hinaus Menschen rechtlich unterstützen können, die jenseits der Ehe Verantwortung füreinander übernehmen. Wie können wir da die Gleichstellung vorantreiben und wie können wir da Diskriminierung abbauen? Die grüne Jugend denkt da wahrscheinlich eher an polyamoröse Liebesbeziehungen. Ich denke ehrlich gesagt eher daran an Senioren-WGs, wo Menschen, die nicht miteinander verwandt sind, sozial und finanziell füreinander einstehen, aber keinen rechtlichen Schutz haben. Andere Länder sind da ehrlich gesagt schon viel weiter als wir hier in Deutschland. Wenn wir nach Frankreich gucken, wenn wir nach Belgien gucken, wenn wir nach Schweden gucken, sehen wir dort neue Partnerschaftsmodelle, die rechtlich abgesichert sind und über die wir diskutieren müssen. Wir als Grüne stehen hingegen bei dieser Diskussion ganz am Anfang. Es gibt Ideen eines Solidaritätsvertrags, der in Nordrhein-Westfalen diskutiert wurde. Es gibt jetzt eine neue Idee der grünen Jugend zu einem Familienvertrag. All das ist erstaunlich wenig. Deshalb sollten wir eine umfassende Debatte führen, die ergebnisoffen ist und hier im gesamten Landesverband mit den zuständigen Gremien. So weit, so gut. Es gibt aber ein Dissens zwischen den Änderungsantragstellerinnen und der grünen Jugend und das betrifft die Vorfestlegung. Wir als Änderungsantragstellerinnen wollen nicht, dass schon ein bestimmtes Modell favorisiert wird und wir wollen auch noch nicht die Ehe abschaffen, sondern das muss ergebnisoffen diskutiert werden. Deshalb bitte ich euch darum, jetzt bei dem Antrag, der jetzt kommt, zur Abschaffung der Ehe, das abzulehnen, aber dann den gesamten Antrag zuzustimmen, damit wir endlich diese Diskussion führen können. Und ich möchte da nur noch mal dran erinnern, wir haben 2011 in unser Landtagswahlprogramm reingeschrieben, den Satz der Diskussion um weitere Formen vertraglicher Partnerschaften, in denen die Partnerinnen füreinander einstehen wollen, geben wir Raum. Und diese Diskussion bitte ich, dass wir die zulassen und hier führen. Dankeschön. Dankeschön, Sebastian. Dann folgt nun eine Kontrarede von Katha Langenwitsch. Ich kürze es mal ab. Entschuldige bitte. Auch du hast drei Minuten Zeit. Also, ich gebe zu, ich habe mich eigentlich auf den ersten Entwurf hin vorbereitet. Das ist jetzt alles ein bisschen verändert worden, macht gar nichts. Zwei Punkte. Ich bin auf jeden Fall damit einverstanden, dass die Lebenspartnerschaft, wie es das noch heißt, zwischen homosexuellen Menschen, der Beziehung zwischen Mann und Frau gleichgestellt wird. Dazu braucht man einfach nun Unbenennung und Änderung eines einzigen Paragrafen im bürgerlichen Gesetzbuch. Ich glaube, 1369 oder so etwas. Man braucht nicht ein völlig neues Konzept. Es gibt seit Jahrzehnten ausgeklügelte System von Familienrecht, was die Möglichkeit anbietet, jetzt schon ohne etwas völlig Neues, Systemfremdes einzuführen, das im Hinblick auf Kinder, Umgangsrecht, Sorgerecht, ja, übergeben wird innerhalb einer Ehe. Der Konzept, jetzt weiß ich nicht, ob das noch aufrechterhalten wird, wie gesagt, das scheint ein neuer Vorschlag zu sein, dass mehr als zwei Personen für ein Kind rechtlich zuständig sind, halte ich für völlig falsch. Also, ich vermute auch, dass die Antragsteller so kombiniert haben, sich mit dem Familienrecht nicht wirklich befasst haben. Es hieße, dass mehr als zwei Personen dafür zuständig sind, rechtlich verbindlich zu entscheiden, ob ein Kind gesundheitlich behandelt wird, welche Schule es besucht, mit wem es Umgang pflegt. Ich mache Familienrecht. Und es gibt genug Probleme, wenn nur zwei Personen, Mann und Frau, beteiligt sind. Wenn da noch mehr Personen kommen, das ist eine wunderbare Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Anwälte, das will ich ja gar nicht abstreiten. Aber ich glaube nicht, dass dieses Forum sich jetzt damit befassen will. Darüber hinaus wäre das eine bundesrechtliche Angelegenheit. Da ist ein Landesverband einfach nicht richtig. So, ich glaube, ich habe alles gesagt. Also, aus meiner Sicht wäre zunächst dieser Antrag in drei zu teilen. Erstens, Gleichstellung, Partnerschaften mit der Ehe. Ich fühle mich d'accord, einfach Umbenennung. Zweitens, diese polyamorphe Beziehungen. Ich bin, na gut, okay. Jedenfalls, ich bin nicht polyamorphe, aber ich stelle mir so vor, dass diese Menschen sehr auf ihre Freiheit hin orientiert sind. Und ich glaube nicht, dass sie irgendwelche neue rechtlichen Konzepte brauchen. Die sind nicht darauf angewiesen. Die machen, was sie wollen und sollen es auch. Und das Zivilrecht und Familienrecht bietet genug Möglichkeiten, wie sie es gestalten wollen. Was Neues ist überflüssig. Und alles, was Kinder anbetrifft, sollen wir bitte so lassen, wie es ist. Ja, okay. Danke. Dankeschön. Dann kommen wir zum Redebeitrag von Leonie Barabas-Way von der Grünen Jugend. Bitte schön. Liebe Freundinnen und Freunde, in puncto offene Gesellschaft waren die Grünen seit jeher eine VorreiterInnen-Partei. Als die Grünen das erste Mal die gleichgeschlechtliche Ehe forderten, war dies kein Konsens in der Gesellschaft. Inzwischen sind drei Viertel der Deutschen laut einer Forsa-Umfrage im Februar diesen Jahres für die gleichgeschlechtliche Ehe. Wir gehen jetzt einen Schritt weiter. Denn die momentane Lage benachteiligt all jene, die sich nicht in monogamen, heterosexuellen Zweierbeziehungen befinden und fordern einen Familienvertrag, der keine Norm vorgibt, wie Menschen miteinander leben sollen und wollen. Uns ist es egal, in was für Beziehungen Menschen leben und mit wie vielen anderen. Wir möchten, dass alle Menschen die Verantwortung für ein Unternehmen übereinander nehmen wollen, dies auch tun können. Und das... Und das sind nun mal nicht immer Frau und Frau, Mann und Mann oder Mann und Frau, sondern Konstellationen aus mehr als zwei Beziehungen, äh zwei Menschen. Wir sagen, willkommen in der Zukunft. Und liebe Leute, wir wollen hier auch niemanden verweigern, in einer heterosexuellen, monogamen Zweierbeziehung zu leben. Wir wollen nur allen Beziehungskonzepten die gleichen Rechte geben. Denn wieso soll es bevorzugen, wie zum Beispiel im Steuer- und Erbrecht nur für bestimmte liebende Paare geben? Deswegen freuen wir uns darauf, wenn ihr den Antrag annehmt, gemeinsam mit den LRG Queer, Grünen, Soziales und Frauen- und Geschlechterpolitik ein geeignetes Konzept dafür auszuarbeiten. Und im Übrigen gibt es ja auch schon die Bundestagsfraktion, die auch für eine soziale Elternschaft ist. Also bitte stimmt diesem Antrag zu. Dankeschön, Leonie. Kommen wir nun zum Redebeitrag von Rainer Rudolf. Bitteschön. Ja, hallo zusammen. In diesem Antrag stehen ein paar sehr schöne Sachen drin, die eigentlich grüner Grundkonsens sind. Und mit dem kann ich mich auch sehr gut identifizieren. Leider stehen auch einige Sachen drin, die ich für ziemlich unverträglich halte und die mich dazu bringen, eigentlich zu empfehlen, diesen Antrag abzulehnen. Dazu gehören insbesondere zwei Sachen. Natürlich sollen Leute in ihrem Privatleben als Erwachsene Formen des Zusammenlebens finden, die sie selber glücklich machen, solange keiner weiter geschädigt wird. Aber wo ich mir wirklich Sorgen drum mache, ist, wenn Kinder ins Spiel kommen. Das muss mit allergrößter Sorgfältigkeit und Vorsicht behandelt werden. Das geht hier mit einem gewissen Juhu durch die Gegend, ich glaube, denen wir nicht folgen sollten. Auch solche Sachen, wie eben die viele Menschen eigentlich für Kinder verantwortlich sein sollen. Sicher gibt es da auch Gegenbeispiele. Ich sage nur mal Kibbutz früher, Israel. Alle Eltern sind die Eltern aller Kinder, die dort leben. Kann man machen in einer geschlossenen Gemeinschaft. Aber das bedeutet eben auch nicht nur Freiwilligkeit und das wird alles schön sortiert, sondern es bedeutet auch, dass je mehr verantwortlich ist, desto weniger ist jeder Einzelne verantwortlich. Wer sagt denn nicht, dass sich niemand dann plötzlich verantwortlich fühlt und dann alle weglaufen, wenn es nicht irgendwo mal ein bisschen auch definiert wird, wenn es hart auf hart kommt. Also deswegen finde ich diese Geschichte mit der sozialen Elternschaft äußerst schwierig in diesem Antrag und vielleicht könnte man das irgendwie extra behandeln. Das Zweite ist, langfristig die Ehe durch einen Familienvertrag ersetzen. Das sieht jetzt so aus, als ob damit ein Privatvertrag unabhängiger Individuen gemeint ist. Das ist wiederum sehr nett, solange es sich darum handelt, dass eben vielleicht, wenn man noch jung ist, an das Gute und Schöne im Menschen glaubt und die Welt noch heil ist. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass diese ganzen Geschichten mit Schutz der Ehe und auch diese gesetzlichen Regelungen sich nicht nur damit befassen, was eine Ehe bedeutet, sondern es sind auch Dinge, die Scheidung beinhalten. Und Scheidungsvorschriften sind im Wesentlichen Schutzvorschriften. Ob wir das jetzt so einfach zum Fenster rausschmeißen wollen, indem wir sagen, wir nehmen ein weißes Blatt Papier und dann die zwei, die zusammenleben wollen, regeln alles, wie sie es gerade sich vorstellen, ist für mich schon eine Idee, die eher grenzwertig ist. Schaut euch doch mal an, kennt wirklich jemand von euch, jeder von euch eine Beziehung, wo es einen stärkeren und einen schwächeren Teil geht, wo der schwächere Teil sehr viele Dinge tun würde, um dem stärkeren Teil zu gefallen? Auch Dinge unterschreiben, wie auf sämtliche Rechte verzichten und ähnliches? Gerade am Anfang, im großen Überschwank. Ich halte das für sehr gefährlich, eine langfristige Beziehung auf eine rein privatrechtliche Grundlage stellen zu wollen. Vielen Dank. Dankeschön, Rainer. Geben wir jetzt nun Carola das Wort von der Antragskommission, die uns das weitere Verfahren erklärt. Dankeschön. Genau, hier wird es jetzt das erste Mal ein bisschen kompliziert. Und zwar wurde das ja gerade schon angekündigt, es gibt eine Neufassung. Das liegt daran, dass es eine Globalalternative der LRG Queer gab zu dem grünen Jugendantrag. Die LRG Queer hatte verschiedene Probleme. Sie hatte zum Beispiel ein Problem mit der Überschrift und das findet sich auch im restlichen Text wieder, weil der ursprüngliche Antrag vor allem suggerierte, dass es bereits ein Konzept gäbe zum Familienvertrag, was einfach umsetzbar wäre. Das ist nicht der Fall. Das hat die grüne Jugend auch so gesehen. Deshalb haben sie sich auf einen gemeinsamen neuen Text geeinigt, wo vor allem der Auftrag auch gegeben wird, an die Partei so ein Konzept zu erarbeiten. Und nur das, was bisher schon eine Beschlusslage ist, als gemeinsame Forderungen enthalten sind. Das ist sozusagen Status von diesem Antrag. Übrig geblieben ist eine strittige Abstimmung zum Thema Schutz der Ehe im Grundgesetz. Da werden wir dann gleich noch gesondert drüber abstimmen. Ansonsten gibt es einen Konsens zwischen der grünen Jugend und den Änderungsantragstellerinnen. Und genau, das Ganze findet ihr auf der Extra-Vorlage beziehungsweise in der Antragsübersicht 2. Dankeschön, Carola. Ich hoffe, es konnten alle folgen. Also noch mal zur Zusammenfassung. Es geht um den Leitantrag V039. Es steht momentan ein Debattenpunkt zur Abstimmung, wo sich die Antragstellerinnen nicht einigen konnten. Und zwar findet ihr das auf dem V039. Auf der Rückseite kursiv steht dick zur Abstimmung drüber. Auch hier würde es, wenn ihr dem Verfahren so zustimmt, eine Pro-Eine-Kontra-Rede geben. Okay, also, entschuldige bitte, noch mal zurück. Beide Spiegelstriche, die ihr findet, werden einzeln zur Abstimmung gestellt? Nee, gemeinsam zur Abstimmung genommen. Gut, dann gibt es jeweils zwei Pro-Zwei-Kontra-Reden, wie wir auch vorhin verfahren haben, A3-Minuten. Wer möchte die Pro-Rede halten? Ronny, bitteschön. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich muss leider ein bisschen was klarstellen. Also, es gab einen Antrag der Grünen Jugend und es gab einen Änderungsantrag von Sebastian Walter und mir, nicht von der LRG Queergrün. Das wurde ich gerade gebeten, noch mal klarzustellen. Das war eine Privatinitiative. In diesem Prozess, den wir gestern über zweieinhalb Stunden lang geführt haben, haben wir eigentlich ein komplett neues Papier zusammen erstellt. Das ist mir wichtig, noch mal zu betonen, bei einem der Redebeiträge sich ja noch gegen das Originalpapier gerichtet haben, wo ich auch sehr schwere Bauchschmerzen hatte. Was wir jetzt haben, ist de facto, dass wir sagen, das, was die Partei schon beschlossen hat, die Bundespartei insbesondere schon beschlossen hat, das ist Konsens, das bekräftigen wir hier noch mal und alles andere diskutieren. Und alles andere diskutieren wir in einer Arbeitsgruppe, wo wir jetzt, ehrlich gesagt, einige LRG glaube ich gerade überfallen haben, die wir damit mitverhaften, wo das diskutiert werden soll, ergebnisoffen diskutiert werden soll. Das beschließen wir alles nicht. Das heißt, das, wogegen gerade sehr engagiert und mit richtigen Beiträgen geredet worden ist, soll jetzt hier nicht beschlossen werden, sondern wir wollen einen Diskussionsprozess beginnen. Ich glaube, dass das insofern in Ordnung geht, weil natürlich muss man darüber nachdenken, was ist denn eigentlich mit all den Paaren, die im Zweifelsfall die Ehe nicht wollen, aber trotzdem eine rechtliche Absicherung wünschen. Und das ist, was Sebastian vorhin sagt, das gibt es in anderen Ländern. Es ist der Pakt Zivil in Frankreich, es gibt in Schweden ein Modell, wo es um Wohnungen geht, wo es darum geht, was ist denn bei Wohnungsauflösung von nicht verhaften Paaren. Da geht es auch darum, was ist denn mit Kindern aus solchen Beziehungen, wo eben bis vor kurzem zumindest nicht klar war, dass zum Beispiel der Vater auch tatsächlich sorgeberechtigt ist, wo es heute eine andere Lösung ist, aber das geht viel zu weit. Ich möchte eigentlich ja gegen den Antrag, also ich möchte dafür sprechen, dass wir die beiden strittigen Sachen nicht übernehmen, weil das ein Ziel vorgibt, das ich nicht teile. Ich möchte nicht, ich möchte nicht, dass der Landesverband das Ziel hat, den Schutz der Ehe aus dem Grundgesetz zu streichen und die Ehe langfristig abzuschaffen und durch einen Familienvertrag zu ersetzen. Ich könnte es mir jetzt einfach machen und einfach sagen, schaut ins Grundgesetz, das ist Artikel 6, das schaffen wir sowieso nicht. Ich halte es aber auch inhaltlich für falsch. Ich mag es nicht, wenn man sich hinter dem Grundgesetz einfach versteckt. Es gibt Gründe dafür, dass es im Bürgerrechtsteil und im Grundrechtsteil steht. Rainer hat davon einiges eben schon gesagt. Die Ehe ist eine über Jahrtausende gewachsene Institution, die tief in der Gesellschaft verankert ist. Die grüne Jugend argumentiert, dass damit auch die patriarchale und heteronormative Gesellschaft vorgegeben sei. Ich halte das für falsch. Wenn wir jetzt, wir sind kurz davor, die Ehe für Schwule und Lesben öffnen, dann ist sie nicht mehr heteronormativ. Wenn wir, wie in diesem Antrag, wenn wir, wie in diesem Antrag beabsichtigt, weitere Institute neben die Ehe stellen, die auf ein geringeres Schutzniveau abstellen, dann ist sie auch nicht mehr prägend dafür, was eine gute Partnerschaft in der Gesellschaft ist, weil dann gibt es mehrere Modelle, unter denen man wählen kann. Bezüglich des Patriarchats muss man zur Kenntnis nehmen, dass die Ehe heute nicht mehr die von vor 50 Jahren ist. Der Ehemann kann heute nicht mehr darüber bestimmen, ob seine Frau arbeitet oder nicht. Er kann nicht mehr darüber bestimmen, ob sie ein Konto eröffnet oder nicht. Er hat nicht mehr die Verfügungsgewalt alleine über die Kinder. Alles diese Fragen sind doch sozusagen längst abgegessen. Das Einzige, was noch übrig ist und wo man intensiv auch in der Partei diskutieren wird und diskutieren muss, ist natürlich das Ehegattensbiet. Kommst du bitte zum Ende? Ja. Also, die Ehe des 21. Jahrhunderts ist eine andere als die der 15. Jahre aus dem letzten Jahrhundert. Deswegen bin ich dafür, dass wir das nicht jetzt einfach sozusagen per Spiegelstrich abschaffen, sondern dass wir die Ehe als eine Form, eine Lebensform anerkennen. Sie ist gut, sie schützt die Schwächeren. Das wurde eben bereits ausgeführt, deswegen mache ich es etwas kürzer. Es geht darum, dass der Staat auch eine Vorgabe macht, was sind denn gute Regelungen in einer Partnerschaft und dass die Menschen nicht jedes Mal, wenn sie frisch verliebt sind, erst zum Anwalt oder zum Notar rennen müssen, um sich sozusagen zu... Ende heißt Ende. Ja, um sich zu überlegen, was für sie gut ist, sondern dass es ein Regelkonzept gibt und das kann die Ehe sein, das finde ich richtig und deswegen sollte sie erhalten bleiben und daneben stellen wir nach der Diskussion vielleicht anderes. Dankeschön, Ronny. Nun folgt Robin Völker von der Grünen Jugend mit der Gegenrede. Liebe Leute, der Geist dieses Antrags wird geleitet von einem zentralen Gedanken und zwar die gleichberechtigte Teilhabe und Wertschätzung aller Menschen, egal welches Geschlecht, welches sexuelle oder geschlechtliche Identität sie haben oder welche Art von Beziehung sie leben. Und ich glaube, eines sollte doch klar sein, solange ein Familienvertrag oder wie auch immer wir diese neue Rechtsinstitution dann nennen, nur neben der Ehe existiert, ist das immer eine institutionalisierte und strukturelle Diskriminierung von Lebensformen abseits der traditionellen Ehe, ob sie nun geöffnet ist für Homosexuelle oder nicht. Und deswegen finden wir es wichtig, dass es in diesem Antrag das langfristige und ich betone das langfristige Ziel klar und deutlich formuliert ist. Und zu denjenigen unter euch, die jetzt beim Gedanken an Abschaffung der Ehe schon anfangen, Schweißbaden zu hyperventilieren, soll noch mal gesagt werden, es geht nicht darum, irgendjemanden etwas wegzunehmen, sondern wir wollen die Institutionen der Ehe für alle Formen des menschlichen Zusammenlebens öffnen. Und liebe Leute, der Ansatz, das ist zu schwer umzusetzen. Und deswegen lassen wir es lieber gleich. Das kann doch kein ernsthaftes Argument sein. Vor 30 Jahren, vor 30 Jahren hätte auch niemand an die Öffnung der Ehe für Homosexuelle geglaubt. Aber diese Standhaftigkeit hat sich jetzt, glaube ich, ausgezahlt. Als GJ halten wir es deswegen für einen falschen Politikansatz, aus purer Angst vor möglichen gesellschaftlichen und politischen Widerständen die eigenen Vorstellungen von einer freiheitlichen Gesellschaft zurückzustellen. Wir bitten euch daher, euch nicht einlullen zu lassen von einem Politikverständnis, das immer nur das Nichtmögliche greifbare, aber nie das Visionär-Machbare umsetzen will. Euch nicht überreden zu lassen von einem Politikverständnis, das vor lauter kleinen Schritten nicht mehr weiß... Hey, langsam, bitte ruhig. Nicht mehr weiß, in welche Richtung es überhaupt laufen soll. Das Ziel muss unserer Meinung klar definiert sein und dann finden wir alle gemeinsam auch einen Weg dorthin. In diesem Sinne bitte ich euch, den Änderungsantrag abzulehnen. Danke. Dankeschön, Robin. Es folgt nun eine Pro-Rede von Anja Kofbinger und es hält sich bitte bereit für die letzte Konterrede. Kati Bachnick. Anja, du hast das Wort und sie hat jetzt wirklich das Wort. Also bitte Ruhe. Liebe Grüne Jugend, ich freue mich sehr, dass ihr hier mit so einem Applomb und einer solchen Werf auftritt. Also da ist mir um meine Zukunft bei den Grünen auch nicht bange und ich weiß, ich kann irgendwann mal beruhigt in Rente gehen, aber nicht gerade heute und deshalb werde ich noch mal ganz kurz eine Rede halten, die in die Richtung geht, wie Ronny sie schon gehalten hat. Im Prinzip ist das ein Antrag, den kann man so annehmen, weil er das, was wir bereits beschlossen haben und woran wir zum Beispiel der uralte Thomas Birk und ich seit circa 20 Jahren arbeiten. Aber schön, dass auch die grüne Jugend jetzt schon der Meinung ist, wir müssten da mal was tun. Und deshalb ist das überhaupt nicht schädlich, den Änderungsantrag, aber eben ohne diese beiden Passagen mit Abschaffung der Ehe und Streichung aus dem Grundgesetz anzunehmen. Das ist das, was wir schon seit vielen, vielen Jahren in den BAG in der Besserenpolitik, Schwulenpolitik und so weiter machen. Auch ich bin hier angetreten vor 25 Jahren mit, ich möchte gerne die Ehe abschaffen. Das ist sicherlich langfristig auch etwas, was man durchaus machen kann, was auch durchaus kommen könnte. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber wir müssen uns jetzt erst mal auf das konzentrieren, was wir de facto machen müssen. Und da rede ich jetzt gar nicht über die Machtverhältnisse im Bundestag, wie sie sich leider gerade konkret abbilden. 80 Prozent Coa, 20 Prozent Oppo. Das ist auch sicherlich ein Fakt. Nein, man kann auch einfach visionäre Forderungen stellen. Nur sie passen einfach überhaupt nicht in das Konzept, was wir also auch schon seit vielen Jahren jetzt erarbeitet und in unserem Bundestagsprogramm niedergeschrieben haben. Das ist ja durchaus konkret, den Sozialvertrag. Familienvertrag haben wir das vor fünf Jahren übrigens genannt. Das war uns dann aber zu sehr, sagen wir mal, beschränkt und haben das dann geöffnet, diesen Begriff Sozialvertrag, mit dem wir jetzt arbeiten. Das heißt nach wie vor, liebe grüne Jugend, ihr seid auf dem Stand von vor ungefähr fünf Jahren. Das ist so. Da haben wir uns mal versammelt und haben genau einen ähnlich lautenden, viel umfassenderen Antrag hier 2008 verabschiedet. Der Sebastian Walter hat es gerade gesagt. Da haben wir alle dran mitgeschrieben, waren wir ganz stolz. Damals war das auch wirklich ganz neu. Das muss man sagen. Heute leider nicht mehr. Aber nochmal, es geht, man kann das trotzdem nochmal bekräftigend machen. Wir haben ja jetzt mit der zu erwartenden großen Koalition auch einen großen Gegner, der das nicht mit uns zusammen machen will. zum Beispiel die Öffnung für Homosexuelle, die ist noch lange nicht durch und darauf würde ich mich gerne mit Thomas, mit Sebastian, mit Ronny und all den anderen mal konzentrieren und da die nächsten vier Jahre weiterarbeiten, bevor ich mich aufreibe in irgendwelchen Verfassungsänderungen. Die Verfassung ist mir nicht heilig, aber ich mag sie schon sehr. Ich bin Verfassungsfan, möchte mich hier auch mal outen und ich möchte eigentlich an dieser Verfassung möglichst wenig ändern. Ich weiß noch, was für ein müdevoller Weg das ist. Deshalb bitte ich euch, den Antrag anzunehmen, aber die Änderung, wie schon gesagt, abzulehnen. Dankeschön. Dankeschön, Anja. Kathi Bachnick hat für die letzte Wortmeldung das Wort. Hallo. Liebe Freundinnen und Freunde, nochmal um das zu betonen, es geht hier um eine langfristige Vision. Es geht nicht darum, das Morgen einzuführen. Das haben wir auch in unserem Antrag so formuliert. Und jetzt sich darauf zu beziehen, dass wir quasi das sofort einführen wollen und so was, das ist also absoluter Quatsch. Und uns haben viele Leute gesagt im Laufe der Verhandlungen, dass sie auch mal die Ehe abschaffen wollten, als sie noch in der GJ waren. Heute wollen wir all diesen Menschen die Möglichkeit dazu geben. Also los. Wenn man Ehe hört, dann hat man eine bestimmte Vorstellung im Kopf. Und das ist eben nicht das, was wir wollen. Wir wollen eben diese Ehe durch einen Familienvertrag ersetzen, um uns von dieser Norm zu lösen. Und ich will nochmal diese Langfristigkeit betonen. Also wir wollen das nicht morgen einführen, sondern wir wollen eben ein Konzept entwickeln. Das ist eine Vision. Und wenn wir eine Ehe haben, die gleichzeitig zu einem Familienvertrag besteht, dann ist es genau das Gleiche wie bei einer Gesamtschule, neben der es noch ein Gymnasium gibt. Dann wirkt dieses Konzept nicht. Dann bringt es es nicht. Und wenn uns hier jetzt vorgeworfen wird, dass wir hier mit so viel Werf auftreten, dann nochmal daran zu erinnern, wir sind nicht die, die gerade dazwischen gerufen und unterbrochen haben. Sondern wir sind die, die gerade unterbrochen wurden. Also Leute, es geht um etwas Langfristiges, um eine Vision. Und diese Vision wollen wir hier noch reinschreiben. Und wir bitten euch dann, da zuzustimmen und euch alle eure Visionen aus der grünen Jugendzeit quasi heute zu beschließen. Danke schön, Kathi. Danke schön für diese lebhafte Diskussion. Dann kommen wir nun zur Abstimmung. Es geht um den Antrag, nochmal zur Erinnerung, falls jemand während der Diskussion ausgestiegen ist, geistig, um den Leitantrag V039, der euch in diesem Blatt als Tischvorlage vorliegt. Und wir stimmen zuerst über den vorliegenden Änderungsantrag an. Der Änderungsantrag sieht vor, die beiden hier hinten kursiv gestrichenen Spiegelstriche zu streichen. Daher frage ich euch jetzt, wer möchte diesem Änderungsantrag zustimmen? Der hebe bitte seine Karte. Der Streichung dieser Spiegelstriche zustimmen. Dankeschön. Wer möchte dagegen stimmen? Konzentration, dagegen stimmen, Enthaltungen? Es ist ziemlich eindeutig, dieser Änderungsantrag wurde so angenommen. Kommen wir nun zur Abstimmung des Antrags V039. Ohne diese beiden kursiv gestrichenen Spiegelstriche. Wer möchte diesem Leitantrag in dieser modifizierten Form zustimmen? Der hebe bitte seine Karte. Dankeschön. Wer ist dort dagegen? Dankeschön. Enthaltungen? Dieser Antrag ist so angenommen. Auch herzlichen Glückwunsch an den Grünen Jugend. Dann übergebe ich an meinen Kollegen Wärme. Somit kommen wir zum Antrag V04. Und den wird... Nicht, dass ich es wieder falsch mache. Julian Schwarze vorstellt. Bitte. Währenddessen Julian den vorstellt, können sich wieder hier links die Leute für Pro und Contra einschmeißen. Julian, The stage is yours. Und bitte Ruhe. Und bitte Ruhe im Saal. Pssst. Liebe Freundinnen und Freunde, lasst mich zu Beginn direkt eine Sache betonen. Wir haben nichts gegen Tourismus in Berlin und wir haben auch nichts gegen Touristen, die unsere Stadt besuchen. Ganz im Gegenteil. Wir freuen uns, dass so viele Menschen aus der ganzen Welt nach Berlin kommen und ihnen unsere Stadt genauso gefällt wie uns. Doch das Wachstum der letzten Jahre, besonders im Tourismussektor, hat seine Folgen. Die sich rasant entwickelnde Hotellandschaft der Stadt zeigt dies sehr deutlich. Zwar braucht Berlin reguläre Übernachtungsmöglichkeiten, doch sind Hotels und Hostels keine solitäre im Stadtgefüge. Sie beeinflussen ihre Umgebung. Oft passt sich das umliegende Gewerbe nicht mehr an die Nachfrage der Anwohnden an, sondern an die der Übernachtungsgäste. Traditionsgeschäfte weichen Souvenirläden oder Bars. Dabei sind es doch gerade die Kieze mit der sprichwörtlichen Berliner Mischung, die die Stadt erst so einzigartig machen und die Besucher aus aller Welt anziehen. Durch immer neue, größere Bettenburgen aber brechen genau diese Strukturen weg. Dadurch verliert Berlin als Stadt gewaltig und am Ende auch der Tourismus. Die Kieze sind nicht bloß eine Ergänzung der klassischen Sehenswürdigkeiten, sie sind vielmehr ein bestimmender Faktor für die Attraktivität und die Authentizität unserer Stadt. Der Tourismus ist zwar ein entscheidender Wirtschaftsfaktor und das soll auch so bleiben, aber er muss anders gestaltet werden. Darum geht es. Und das gilt ganz besonders für die Hotels und Hostels unserer Stadt. Die unzureichende Steuerung in den letzten Jahren oder in den letzten Jahrzehnten hat dazu geführt, dass sich die Kieze ungeplant zu Tourismushochburen entwickeln, insbesondere im innerstädtischen Bereich, ohne dabei die Bewohnerinnen und Bewohner mitzunehmen. Ein Hotelentwicklungsplan wäre hier ein erster wichtiger Schritt hin zu einer nachhaltigen Gestaltung. Damit könnten Neuansiedlungen von Übernachtungsbetrieben endlich sinnvoll gelenkt und eine übermäßige Konzentration von Bettenburgen in stark betroffenen Kiezen vermieden werden. Heute ist es so, dass den Bezirksämtern oft die Hände gebunden sind. Sie müssen Neubauten genehmigen und sind an gegebene Vorschriften gebunden. Selbst dann, wenn sie die Neubauten und Neuerrichtungen stadtentwicklungspolitisch ablehnen. Hier würde ein Hotelentwicklungsplan ein neues Instrument darstellen, was helfen könnte. Zum Einsatz könnte an dieser Stelle die sogenannte besondere städtebauliche Planung kommen. Diese wird übrigens bereits eingesetzt im Land Berlin, nämlich dann, wenn es um Einkaufszentren und Baumärkte geht. Diese werden nämlich genau mit diesem Instrument für die gesamte Stadt gesteuert. Eben gerade weil alleine die Marktmechanismen es offensichtlich nicht im Sinne der gesamten Stadt richten. Es wird Zeit, dass so ein Instrument auch für Hotels und Hostels zum Einsatz kommt. Denn der Tourismus ist zu wichtig für die Stadt, um ihn in seiner Entwicklung sich selber zu überlassen. Deshalb bitte ich euch, diesen Antrag zuzustimmen. Danke, Julian. Uns liegt nur eine weitere Wortmeldung pro männlich vor. Deshalb würde ich Hans bitten, das Wort zu ergreifen. Hans Panoff. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich habe den Eindruck, dass dieser Antrag doch eher auf Zustimmung rechnen darf. Trotzdem möchte ich noch kurz sagen, als jemand, der im Bezirk arbeitet, als Stadtrat und mit der täglichen Praxis von Genehmigen oder Nichtgenehmigen zu tun hat. Wir brauchen dieses Rechtsinstrument, weil es uns sonst nicht möglich ist, rechtssicher zu verhindern, dass sich Konzentration in Hotels, insbesondere in Wohngebieten und auch in Mischgebieten, die eigentlich überwiegend dem Wohnen dienen, ansammeln und damit letzten Endes die Strukturen vernichten, weshalb die Touristen ja in die Stadt kommen. Das ist ja auch irgendwie eine absurde Angelegenheit. Wir haben in Friedrichshain-Kreuzberg für Gebiete nach § 34 schon einen Beschluss gefasst, dass Hotels dort nicht mehr genehmigt werden, wenn sie entweder zu einer vollkommenen Störung der Wohngebiete oder Wohnstraßen führt, aber auch wenn sie eben einen Schwellenwert überschreiten von 80 Betten pro Einheit. 80 Betten, das ist schon eine Menge. Und das können wir in anderen Gebieten, zum Beispiel, wo nicht § 34 gilt, gar nicht verhindern. Wir meinen, wir brauchen dringend einen etwas planvolleren Umgang mit diesen Einrichtungen, die wir ja nicht per se ablehnen, aber die wir besser einfügen wollen, sodass sich der Tourismus eben auch positiv auf die Entwicklung der Stadtteile und des Bezirks auswirken und auswirken können. Deswegen bitte ich auch nochmal dringend um Zustimmung für diesen Antrag. Und es ist, das möchte ich nochmal sagen, nicht, dass wir etwas verbieten wollen, weil wir sind ja hier leicht unter Druck, was das angeht. Nein, wir wollen steuern und wenn wir das Steuern aufgeben wollen, dann brauchen wir auch keine Politik mehr zu machen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Hans. Es liegen ja keine Änderungsanträge vor, deshalb kommen wir gleich zur Abstimmung. Wer ist für diesen Antrag? Bitte um das Kartenzeichen. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Bei ein paar Enthaltungen und einer Gegenstimme ist dieser Antrag mit übergroßer Mehrheit angenommen. Danke sehr. Dankeschön. Jetzt treten wir in den heiß erwarteten Themenblock aus drei verschiedenen Anträgen ein. Wir beginnen mit dem V02-Säkularismus-Neuen-Denken von der Grünen Jugend Berlin. Dieser wird eingebracht durch Kati Bachnick. Bevor es wieder zu so heißen Diskussionen kommt, bitte ich doch auf gegenseitige Rücksichtnahme und Respekt. Kati, du hast das Wort. Liebe Freundinnen und Freunde, Säkularismus heißt nicht, Menschen ihren Glauben zu nehmen, sie in diesem einzuschränken oder religionsfeindlich zu sein. Die meisten Menschen glauben. Bei den Grünen glauben wir gemeinsam an Menschenrechte, Meinungsfreiheit und einen säkulären Staat. Die Debatte um das Verhältnis zwischen Staat und Kirche ist kontrovers und wird auch seit Jahren in unserer Partei kontrovers geführt. Nun soll die lang angekündigte Kommission endlich an die Arbeit gehen, an die bereits zahlreiche Anträge überwiesen würden. Wir wollen der Kommission nichts vorwegnehmen. Deshalb ist unser Antrag keine endgültige Beschlusslage, sondern ein Arbeitsauftrag, der Probleme und Gemeinsamkeiten aufzeigt und Freiräume für Details lässt. Wir fordern von anderen Staaten, säkulär zu sein, den Staat streng von den Kirchen zu trennen, Gesetze und Rechtsprechung von Glaubensvorstellungen zu befreien und die universellen Menschenrechte zu achten und durchzusetzen. Dennoch leben wir in Deutschland in einem Staat, der viele dieser Forderungen nicht nachkommt. Die Geschichte ist von der christlichen Religion beeinflusst worden. Auch im Staat hat sie ihre Spuren hinterlassen. Das Grundgesetz bezieht sich auf Gott. Kritik an Religionsgemeinschaften werden im Strafgesetzbuch durch den sogenannten Gotteslästerungsparagrafen bestraft. Stille Feiertage schränken nicht christliche Menschen ein. Christliche Krankenhäuser verweigern die Pille danach rauszugeben. Kirchen müssen sich als ArbeitgeberInnen nicht an das Arbeitsrecht halten, sondern können Menschen wegen ihrer religiösen Einstellung, Familienstand oder sexueller Orientierung kündigen. Man stelle sich diesmal nicht kirchlichen Unternehmen vor. Das Geschrei wäre groß. Doch der Staat unterstützt die großen christlichen Kirchen auch organisatorisch durch den direkten Einzug der Kirchensteuer. Dies ist nicht nur ein einseitiges Privileg, sondern auch ein krasser Eingriff in die Privatsphäre. Viele dieser Gesetze stammen noch aus der Zeit der Weimarer Republik, als 95 Prozent der Menschen in Deutschland den beiden christlichen Kirchen angehörten. Diese Zeit haben wir hinter uns gelassen. Heute gehören mindestens 30 Millionen Leute in Deutschland nicht mehr den großen christlichen Religionen an. Dies zeigt auch, wie überfällig es ist, diese Diskussion zu führen. Religion, Glaube und Kirche spielen eine große Rolle im Leben vieler Menschen. Für viele andere ist das jedoch auch nicht so. Die staatliche Ordnung muss diese Rechte und Freiheiten für alle sichern. Säkularismus, das heißt weder staatliche Bevorzugung noch Diskriminierung von Religionsgemeinschaften und individuell glaubenden Menschen. Säkularismus, das heißt nicht, Kooperation und Zusammenarbeit mit Kirchen und Religionsgemeinschaften zu unterbinden, abzuschaffen oder zu verhindern. Säkularismus, das heißt für uns eine strikte Trennung zwischen Religionsgemeinschaften und Staat, ohne Privilegien oder Diskriminierung, für gläubige und nichtgläubige Menschen. Deshalb bitten wir euch, diesen Antrag anzunehmen. Wir freuen uns auf die heutige und die weitere Diskussion in unserem Landesverband. Danke. Danke schön, Kathi. Es gab zahlreiche Wortmeldungen. Wir beginnen mit Reha Niggemann von der Grünen Jugend. Das ist eine Pro-Rede. Danach folgt Alexander Bartelt von der LRG Christinnen. Eine Konterrede. Und danach folgt wieder eine Pro-Rede von Walter Otte. Es gibt noch die Möglichkeit, eine Konterrede von Frauen zuzulassen. Ja, liebe Leute, wie Kathi schon erwähnt hat, soll der Antrag der Kommission lediglich einige Gesichtspunkte aufzeigen, die sie in ihrer Arbeit berücksichtigen kann. Wir gehen dabei davon aus, dass die Gesichtspunkte, die wir nennen, wesentliche sind, wenn man über eine Reform des Verhältnisses zwischen Staat, Kirchen und Weltanschauungsgemeinschaften spricht. In unserem Antrag betonen wir stark die wichtige Rolle, die Religionsgemeinschaften und besonders die beiden großen Kirchen in diesem Staat spielen. Wir heben ihr Engagement hervor und betonen, dass es nicht unser Ziel ist, dieses zu behindern. Aber wir möchten es von einer staatlichen Ebene getrennt wissen. Und in den Bereichen, in denen eine Verquickung stattfindet, fordern wir die Einhaltung der in diesem Staat für vergleichbare Institutionen geltenden Rechte und Gesetze. Wir sind uns dessen bewusst, dass eine vollständige rechtliche und organisatorische Trennung von Staats- und Religionsgemeinschaften nicht von heute auf morgen erfolgen kann. Aber unsere Vision ist ein neutraler Staat, der keine Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft bevorzugt oder benachteiligt, in dem alle Menschen ihre Religion frei wählen können und dessen Grundlage das Grundgesetz und die Menschenrechte bilden. Unsere Forderungen beziehen sich auf Weichen, die hierfür auf jeden Fall gestellt werden müssen. Ein Staat ist eben nicht säkular, wenn er Krankenhäuser finanziert, in denen Menschen keine Bluttransfusion oder die Pille bekommen. Und er ist auch nicht säkular, wenn die Präambel seines Grundgesetzes mit den Worten in seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen beginnt. Denn dies schließt nicht und anders Gläubige aus und entbehrt für uns der Grundlage für einen Staat, der das Verbindende betont und nicht das Trennende. Ja, die Intention unseres Antrages ist es, der Kommission Gesichtspunkte mit auf den Weg zu geben, die für eine klare Trennung von Staat und Religion sowie Weltanschauungsgemeinschaften erfüllt sein müssen. Und obwohl wir uns dessen bewusst sind, dass für diese Trennung viele Punkte mitbedacht werden sollen, möchten wir dennoch das Ziel betonen. Ich bitte euch deshalb darum, dem Antrag zuzustimmen. Heute habt ihr als Basis die Möglichkeit, der Kommission zu sagen, wo es eurer Meinung nach hingehen soll. Hin zu einem neutralen Staat, dessen Grundlage es allen Menschen ermöglicht, sich mit dieser zu identifizieren. Vielen Dank. Dankeschön, Reha. Es folgt nun Alexander Bartel von der LRG Christinnen mit einer Kontrarede. Bitteschön. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, Fachpolitik ist meistens und häufig das Bohrendecker Brett, aber manchmal gibt es auch Momente, da scheint alles möglich zu sein. Und dies ist gerade im Falle für die Kirchenpolitik gekommen. Das nächste Jahr wird wirklich spannend werden. Nachdem wir jahrelang auf der Startlinie standen und nicht vorankamen, wo die Grüne Jugend, die Säkularen und wir Grüne Christen auf der BDK häufig vom Bundesvorstand vertröstet worden sind, soll es jetzt losgehen mit dem neuen Bundesvorstand, wo auch unsere Landesvorsitzende Bettina Jarasch reingewählt worden ist, die uns ja jetzt versprochen hat, dass noch in diesem Dezember die Religionspolitische Kommission tagen will. Und ich bin zuversichtlich, dass wir gerade, wenn es um die Frage geht, überkommene Rechtsstrukturen im Religionsverfassungsrecht abzuschaffen, dass wir da schnell einig werden. Aber wir sollten gerade dort nicht stehen bleiben, weil erst dann stellen sich die spannenden Fragen, nämlich welche gesellschaftliche Rolle wollen wir zivilgesellschaftlichen Akteuren wie Christen, Moslems, Juden und dem humanistischen Verband einräumen? Wollen wir einen Laizismus nach französischer Prägung oder wollen wir, wie das Bundesverfassungsgericht es immer in seiner ständigen Rechtsprechung formuliert, einen positiven Neutralität wagen? Was bedeutet positive Neutralität? Neutralität, klar, bedeutet, dass alle Gruppen gleich behandelt werden müssen. Und positive Neutralität bedeutet, dass der Staat anerkennt, dass zivilgesellschaftliche Akteure, wie die vorher genannten, Wertelieferanten für den Staat sind. Und, wie es einmal ein Verfassungsrechtler formuliert hat, dass der Staat von Werten lebt, die er selber nicht bilden kann. Was kann aus solch einer Erkenntnis folgen? Soll der Staat solche Wertelieferanten fördern? Soll er sie nicht fördern? Und wie viel Staatsnähe ist für solche Wertelieferanten überhaupt gut? Sowohl bei den Säkularen als bei uns grünen Christen gibt es darauf keine eindeutige Antwort. Bei uns in der LAG Christen gibt es viele Bürgerrechtspfarrer aus der DDR, die nach 40 Jahren SED-Diktatur ganz klar für eine Staatsferne eintreten. Auf der anderen Seite gibt es bei den Säkularen im humanistischen Verband, die ja auch Pflegeheime betreiben, durchaus Stimmen, die eine Staatsförderung gut finden. Aufgrund dieser Gemengelage bin ich auf die Debatte im nächsten Jahr gespannt, hoffe auf Antworten. Deswegen bitte ich euch, diesen Antrag eben jetzt nicht zuzustimmen, sondern zu überweisen. Weil ich finde, wir können nur eine ergebnisoffene Debatte führen, wenn man zuerst diskutiert und dann abstimmt und es nicht umgekehrt macht. Danke. Dankeschön, Alexander. Es folgt nun ein Wortbeitrag von Walter Otto. Bitte schön. Liebe Freundinnen und Freunde, mein Name ist Walter Otte. Ich bin einer der Sprecher des bundesweiten Arbeitskreises Säkulare Grüne. Ich bin hier noch nicht so bekannt. Du bringst mich natürlich jetzt in eine schwierige Situation mit deiner Vorrede, weil jetzt wäre es so richtig schön, in die einzelnen Punkte einzusteigen. Und wir haben ja schon oft darüber debattiert, aber leider haben wir jetzt hier nicht den Rahmen. Vorab mal das Szenario geschildert, was wir vorfinden. Die säkularen Grünen und die BAG Christen haben schon an vielen Punkten nicht die Kommissionsergebnisse vorweggenommen, aber an vielen Punkten diskutiert und gesehen, dass es eine ganze Reihe von Punkten gibt, wo wir im Übrigen tendenziell übereinstimmen. Also es wird hier kein Kirchen- und kein Kulturkampf oder sowas stattfinden, sondern es wird gemeinsam diskutiert werden. Der Antrag der Grünen Jugend, für den ich eigentlich meine Achtung und Hochachtung hier aussprechen muss, skizziert ja heute nicht ein Ergebnis oder nimmt ein Ergebnis weg, sondern nennt einige Grundpositionen, die sozusagen als Gesichtspunkte in die Kommission mit hineingenommen werden sollen. Der Antrag der Grünen Jugend, ich weiß nicht, wie weit das hier gesagt worden ist, ist ja modifiziert. Das findet sich da in diesem Kleingedruckten und dort geht es eindeutig um Empfehlungen und es geht um Allgemeines. Um Allgemeines, nämlich was sollen die Orientierungspunkte der Arbeit der Kommission sein und das auch nur als Empfehlung. Orientierungspunkte, nicht dies oder jenes, sondern Orientierungspunkte, die allgemeinen und unveräußerlichen Menschenrechte, wie wir sie im Grundgesetz stehen haben und wie wir sie 1946, in den 40er Jahren, in der internationalen Deklaration haben. Und diese sollen Maßstab sein. Ich finde, einen solchen Maßstab zu nennen, ist nicht nur legitim, sondern es ist richtig. Es wird ferner, es sind natürlich ja nur kurze Formulierungen, es wird ferner völlig zu Recht angesprochen, dass wir nicht von irgendeiner nebulösen, ideologischen Seite herkommen und auch nicht von der Seite, das haben wir immer so gemacht und irgendwie hat es sich bewährt, sondern dass genau gesagt wird, wir haben heute gegenüber der Weimarer Reichsverfassung, der Schaffung dieser Weimarer Reichsverfassung, wir haben gegenüber der Schaffung des Grundgesetzes eine veränderte, reale Lage in Deutschland. Sehr viele Konfessionsfreie, das gab es damals so nicht so. Wir haben aus Gründen der Migration, aus anderen Gründen auch andere Religionen, die Player in diesem Verfahren sein werden. Und hier werden wir aufgrund der Realitäten zu diskutieren haben und zu fragen, wie können wir einen inneren Frieden herstellen, wie können wir einen Religionsfrieden in diesem Land gewährleisten, so dass alle mitwirken können und da gibt es viel zu tun. Und ich denke, man sollte deshalb vielleicht nochmal genau prüfen, was jetzt, ich weiß nicht wie weit ihr das gelesen habt, was jetzt also in dem modifizierten Papier der grünen Jugend steht und ich würde bitten, darüber dann auch nochmal nachzudenken und es zu unterstützen. Danke. Dankeschön für diese Wortmeldung. Wir haben tatsächlich noch eine weibliche Redemeldung für eine Kontrarede und daher gebe ich jetzt Gisela Hagen-Guth aus dem KV Pankow das Wort. Drei Minuten, bitteschön. Ja, also ich hoffe, es wird ganz kurz, weil ich im Wesentlichen dem erstmal allen zustimmen möchte, was Alexander Bartel gesagt hat. Da er ja auch Jurist ist und Kirchenverfassungsrecht kennt oder so, kann er dann natürlich da viel tiefer und auch in gewisser Weise fachlich sehr gut argumentieren. Ich möchte jetzt nur nochmal zu diesem Antrag von der grünen Jugend reden und den letzten Satz in Zukunft auf Religionsfrieden und auf respektvollen Miteinander sagen, dass ich da gegen eines Einwände habe, wenn zum Beispiel jetzt hier gesagt wurde, dass die Bezahlung der Kirchensteuer ein Eingriff in die persönliche Freiheit ist. Also dem kann ich nur wirklich nicht ganz zustimmen. Das wird keiner gezwungen, in der Kirche zu sein. Und ich möchte erstmal auch voraussetzen, dass in der Kirche, sowohl in der evangelischen und auch, was in meiner großen Freude in der katholischen Kirche jetzt so viel im Fluss ist, wo solche Dinge ja innerkirchlich auch debattiert wird. Zum Beispiel wird über die Kirchensteuer debattiert, ob man damit anders umgeht oder nicht. Und ihr, wenn ihr jetzt sagt, also die Kirchensteuer eben ablehnt, ihr sagt aber nicht, wer die sechs bis acht Millionen, wo die herkommen soll, die der Staat durch sein Einzugsverfahren so viel an den Staat davon geht. Das ist auch ein Punkt, denn man müsste das immer gegenüber setzen, was nicht heißen soll, dass es eine bessere, das andere schlechter ist. Aber die andere Seite sagen, genauso wenn immer mich stört das Wort Privilegien. Ja, es wird immer von Privilegien gesprochen, aber die Dienste, die dem gegenüberstehen, die dafür erbracht werden, ja, die werden nicht gegenübergestellt. Da steht das Wort Privilegien, Punkt, Schlusskomma. Ja, um nochmal zu sagen, wie viel im Fluss ist, möchte ich nur mal ganz kurz erinnern an die heftige Debatte, die wir über den Religionsunterricht hatten. Jetzt wird es, ist es ein, als ganz großes Plus wird es angesehen, dass jetzt in den Schulen islamischer Religionsunterricht, ihr könnt euch denken, warum, ja, eingeführt wird. Und da wird auch, es wird auch an die anderen, an die anderen Religionen gedacht. Ja, ich bin fertig und, also das wollte ich jetzt nur noch so anfügen. Dankeschön, Gisela. Dann gebe ich Katrin Schmidberger von der Antragskommission das Wort. Es ist, glaube ich, etwas komplexer, daher Konzentration. Genau, ihr Lieben, es ist etwas komplexer. Es ist so, dass es ja gleich noch einen GO-Antrag auf Überweisung des Antrags an die Kommission im Bund geben wird. Ich möchte euch aber ganz kurz schon mal sozusagen die Textgrundlage, um die es jetzt geht, darstellen. Und zwar gab es da einmal von Jürgen Roth aus dem Kreisverband Tempelhof-Schöneberg einen Änderungsantrag, den seht ihr auch in der Tischvorlage 2. Das ist V02-E11-1. Da gab es eine Übernahme, das war lediglich eine Präzisierung, die im Antrag vorgenommen wurde. Dann gab es noch einen weiteren Antrag von Jürgen Roth, der V02-E13-1. Das war ein Ersetzungsantrag, Teile 13 bis 36. Da geht es um die Neutralität des Staates gegenüber allen Religionen und keine Schlechterstellung des Christentums, sowie eine ziemlich lange historische Erläuterung dazu. Das wurde auch übernommen. Dann gibt es von Bernhard Müller aus dem Kreisverband Reinigendorf einen sehr langen Antrag, der zurückgezogen wurde. Und dann gibt es noch mal von Bernhard Müller aus Reinigendorf einen Änderungsantrag V02-E59-1. Da gibt es jetzt eine modifizierte Übernahme. Das könnt ihr ja auch in der Übersicht sehen. Da wurde jetzt sozusagen der Paragraf 167 Strafgesetzbuch noch mit reingenommen. Und es gibt einen Prüfauftrag an die Kommission, dabei das Strafmaß herabzusetzen. Und als letztes noch von Bernhard Müller aus Reinigendorf V02-E162-1. Dieser Antrag wurde auch zurückgezogen. Alle anderen verbleibenden Anträge werden dann gegebenenfalls abgestimmt. Recht herzlichen Dank, Katrin. Gibt es einen GO-Antrag? Anscheinend gibt es den. Daniel wird den begründen. Ja, liebe Freundinnen und Freunde. Er wurde schon gestellt, aber ich darf ihn für den LAFO begründen. Und ich will euch vielleicht erst mal erzählen, wie wir das diskutiert haben. Wir haben uns über diesen Antrag gefreut, weil wir alle der Meinung sind, da hat die Partei in den vergangenen Jahren immer wieder ein Thema geschoben, geschoben und geschoben. Wir freuen uns gemeinsam darüber, dass es jetzt mit dieser religionspolitischen Kommission endlich losgeht. Geht, aber ich verstehe, dass viele ungeduldig sind. Auch viele ungeduldig sind, die heute diesen Antrag gestellt haben. Wir haben im LAFO auch ein bisschen gestritten, denn es gab sehr unterschiedliche Meinungen, wie wahrscheinlich hier im Saal. Und wir hatten vor allem dasselbe Problem, was Walter Otte hier angebracht hat. Er sagte, der Raum reicht eigentlich nicht. Für ein so wichtiges, ein so komplexes Thema, wo wir viele Jahre an Diskussionen, ohne dass sie mal einen Fluchtpunkt hatten, geführt haben, wird dieser Raum, wird diese LDK nicht ausreichen, dem gerecht zu werden. Wir sind deswegen zu dem Schluss gekommen, dass wir gerne diesen Antrag überweisen würden in die Religionspolitische Kommission. Wir glauben, dass wir damit der grünen Jugend kein Unrecht tun, denn diese Überweisung bedeutet, dass wir als Berlinerinnen und Berliner, als LDK sagen, ja, das sind die Themen, die ihr bitte diskutieren sollt. Das sind die Themen, die geben wir euch mit auf den Weg. Ich möchte allerdings auch sagen, was bedeutet das, wenn wir das hier abstimmen? Da steht was von Vorschlägen drin. Ja, das mag sein, aber es ist ein Beschluss. Es ist ein Beschluss dieser LDK und wir legen uns damit fest. Und ich sage das jetzt nun mal für mich persönlich. Ich finde weite Passagen in diesem Antrag richtig. Aber ich finde es als Grüner richtig, sich auch mit denjenigen auseinanderzusetzen, die das anders sehen. Innerhalb der Partei wie außerhalb der Partei. Diese Chance haben wir nur in der Religionspolitischen Kommission. Jetzt als Berliner Grüne zu sagen, wir haben das schon hinter uns, wir beschließen und damit haben wir eine Position, dann sollen die mal schön weiter diskutieren. Das, glaube ich, ist nicht zielführend. Und deswegen sage ich das als jemand, der sich zum Säkularismus und zu einer stärkeren Trennung von Staat und Kirche ganz offen bekennt. Ich wünsche mir, dass insbesondere diejenigen, die dafür sind, die für diese Forderungen sind, die für diese Vorschläge sind, sagen, lasst uns das dahin überweisen, wo er hingehört, wo der Raum ist für Debatten, auch für kontroverse Debatten. Lasst uns dieses wichtige Thema nicht mit fünf, sechs Wortbeiträgen bei der LDK abhandeln, sondern lasst es ihm endlich gerecht werden. Dankeschön. Dankeschön, Daniel. Gibt es eine Gegenrede? Robin, bitte, du hast das Wort. Liebe Leute, ich finde es manchmal interessant in der Debatte, dass teilweise so getan wird, als ob wir vor einem völlig neuen Problem stünden und jetzt erst überhaupt beginnen müssen, uns über dieses Problem Gedanken zu machen. Ich glaube aber, dass diese Debatte heute zeigt und die Zahl der Anträge und Änderungsanträge, dass sich ja schon viele Menschen in der Partei, im Übrigen eben auch die grüne Jugend, die sich auch inhaltlich mit Dingen beschäftigen kann, mit diesem Thema ausführlichst befasst hat. Wir sind also, glaube ich, nicht am Anfang einer Debatte, sondern wir sind schon sehr lange mittendrin. Und seit Jahren wird diese Kommission versprochen und fast jeder Antrag zu diesem Thema ist mit dem Vorwand der Einrichtung einer Kommission zu Fall gebracht worden. Ich glaube, deswegen ist eine gewisse Skepsis und Frustration mehr als gerechtfertigt. Und wir freuen uns natürlich, dass Bettina jetzt ernsthaft versucht, die Arbeit in der Kommission aufzunehmen. Wir anerkennen ja auch in diesem Antrag natürlich die Komplexität dieses Themas. Deswegen will dieser Antrag ja auch ganz bewusst keine endgültige Beschlusslage zu diesem Thema sein. Daher sagen wir auch am Anfang des Antrages auch klar und deutlich, als Bündnis 90 Die Grünen Berlin möchten wir der Kommission folgende Gesichtspunkte zur Berücksichtigung bei ihrer Tätigkeit unterbreiten. Für mich ist das kein Ende der Diskussion oder der Debatte innerhalb des Landesverbands. Dieser Antrag will also in keinster Weise einem Ergebnis vorgreifen. Als grüne Jugend glauben wir aber, dass echte Basisdemokratie auch beinhaltet, dass Entscheidungsprozesse nicht einfach immer in eine Kommission ausgelagert werden können und dann losgelöst von aktiver Beteiligung der Basisergebnisse fabrizieren kann. Sondern ich glaube, es ist in Ordnung und angemessen, dieser Kommission Vorschläge unterbreiten zu dürfen. Und es ist nun mal ein signifikanter Unterschied, ob ein Antrag einfach so überwiesen wird oder ob er mit einem Votum der Mehrheit der Delegierten gestärkt wird. Denn ich glaube, das eindeutigste Zeichen von Mitbestimmung ist nun mal am Ende auch die Abstimmung. Als grüne Jugend und als Antragstellerin wünschen wir uns daher ein geordnetes Antrags- und Abstimmungsverfahren für diesen Antrag. Und am Ende der Debatte haben doch alle die Möglichkeit, zu entscheiden, ob sie den Zielen des Antrags zustimmen oder nicht. Das ist ja weiter gegeben, um am Ende zu sagen Ja, Nein oder Enthaltung. Deswegen bitte ich euch, gegen die Überweisung zu stimmen und dass wir hier weiter über den Antrag diskutieren können. Dankeschön. Dankeschön, Robin. Nach dieser Gegenrede kommen wir zur Abstimmung des GO-Antrags des Landesvorstandes, diesen Antrag zu überweisen. Wer für die Überweisung dieses Antrags ist, hebe bitte sein Kärtchen in die Höhe. Gegenstimmen? Enthaltungen? Wir müssen auszählen. Also bitte ich noch mal all diejenigen, die für die Überweisung sind, aufzustehen, besonders die kleinen Menschen, ihre Hände besonders in die Höhe zu strecken. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Kleinen Moment. Ihr seid ganz tapfer. Dann bitte die Gegenstimmen. Dankeschön. Vielen Dank. Ihr könnt euch wieder hinsetzen. Danke. Wir haben uns alle lieb und wollen uns heute hier noch ganz lange sehen. Deswegen müssen wir leider als Präsidium eine schriftliche Abstimmung vorschlagen. Da bitte ich euch, sofern ihr sie nicht habt, eure Antragsblöcke mit der Nummer 2 hervorzukramen. Und ich möchte bitte die Wahlkommission bitten, nach vorne zu kommen. Die Wahlkommission findet hier langsam einen. Haben alle den Stimmzettel mit der Nummer 2? Ruhe bitte. Ihr müsst mir jetzt mal zuhören. Und dann habt ihr alle den Stimmzettel mit der Nummer 2? Oder hat da jetzt schon jemand Einkaufslisten draufgeschrieben? Sonstiges. Super. Okay, also es gibt hier Schmierzettel, Verbraucherinnen. Ich gucke keinen an. Wir brauchen jetzt den Zettel mit der Nummer 4, bitte. Also die 2, 3, abreißen, die Nummer 4. Wiederholte Frage. Haben alle einen Block mit dem Stimmzettel Nummer 4? Dem ist anscheinend so. Dann könnt ihr jetzt folgendermaßen abstimmen. Wettet ihr für die Überweisung seid, schreibt ihr auf den Zettel Ja. Wenn ihr gegen die Überweisung seid, schreibt ihr Nein. Mir wurde gerade zugezwitschert, da es ein GO-Antrag ist, gibt es keine Enthaltung. Das heißt, ihr könnt nur mit Ja oder Nein stimmen. Dann ist hiermit, wenn das alle verstanden haben, der Wahlgang eröffnet. Für Christian Beck, der gerade nachkommt, Wahlzettel 4, bitte. Vielen Dank. Wir werden keine Pause machen, hat das Präsidium gerade beschlossen, da es jetzt schon drei Viertel fünf ist und wir uns schon langsam dem Ende dieser Veranstaltung nähern sollten. Bitte nicht rauchen gehen, bitte alle fleißig Stimmen abgeben und wieder an den zugehörigen Platz setzen. Wer seine Stimme noch nicht abgegeben hat, wähle bitte mal mit dem Zettel, man kann sich auch zu den Abstimmerinnen, Einsammlerinnen hinbewegen. Gibt es noch Personen, die ihre Stimme abgeben wollen? Haben alle Personen ihre Stimmen abgegeben? Haben alle Personen ihre Stimmen abgegeben? Ich sehe da keinen Widerspruch. Dann ist hiermit die Abstimmung geschlossen. Ich danke der Wahlkommission und übergebe an Werner für den nächsten Antrag. Dankeschön. Super, wir machen dann auch gleich mit dem V05 weiter. Ja, es gibt einen GU-Antrag, bitte. Liebe Freundinnen und Freunde, ich bitte darum, dass wir diese religionspolitischen Themen jetzt nicht weitermachen, bis wir das Ergebnis kennen. Weil wenn wir das so annehmen, wie es jetzt beschlossen wird, dann können wir die anderen beiden Anträge auch vergessen, weil die sind dann gegenstandslos. Wir sind dann für eine fundamental säkuläre Gesellschaft, dann brauchen wir den Rest nicht mehr. Und deswegen bitte ich, dass wir vielleicht die anderen V-Anträge vorziehen und uns dann damit beschäftigen. Gut, wenn es keine Gegenrede dazu gibt, ist dieser GU-Antrag angenommen und wir unterbrechen bis zum Ergebnis. Danke, Herr Gieser. Nee, stopp, stopp, stopp. Warte mal, kann der Antragsteller noch mal kurz zum Präsidium kommen? Ach, du willst dagegen reden? Warte mal kurz. Das würde ich nicht machen. Wir können... So, nochmal ganz kurz. Hier herrscht ein bisschen Unklarheit, was genau beantragt wurde. Wir machen auf jeden Fall jetzt eine Pause, warten das Ergebnis der Abstimmung ab. Nein, wir warten das Ergebnis der Abstimmung ab, Johannes. Alles ganz easy. Und dann gucken wir und klären noch mal mit dem Antragsteller, was er genau gemeint hat. Ob es um die restlichen V-Anträge ging oder um andere. Also insofern ein bisschen Geduld. Vielen Dank. 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 Ich verkünde jetzt einfach das Ergebnis, alle die draußen sind, werden es dann schon erfahren. Es gab 117 abgegebene Stimmen, dafür haben 62 Stimmen für eine Überweisung votiert und 55 Stimmen dagegen. Damit ist dieser Antrag überwiesen. Das heißt, dem GO-Antrag wurde stattgegeben. Daher jetzt weiter mit V5. Wir kommen jetzt zu V5. Werner reden will, müsste sich erneut einschmeißen. Es sind jetzt mit dem Anfang keine Redner mehr in der Box. Jürgen, du hast drei Minuten das Wort. Ja, liebe Freundinnen, liebe Freunde. Ich denke, ich denke, die Diskussion hat gezeigt, dass dieser Themenkomplex, wie organisieren wir das Verhältnis von Staat, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, wie modernisieren wir das? Ich denke, dass das für alle ein ganz wichtiges Thema ist. Und deshalb bin ich froh, dass wir hier auch eben diese Diskussion hatten. Und jetzt ist es halt die Überweisung auf die Bundesebene. Was wir jetzt besprechen, ist ein landespolitisches Thema. Insofern, das Argument, das ist Sache der Bundeskommission, wird hier nicht greifen. Es geht hier um die Frage, um die Zinszahlungen für den Verlust von kirchlichen Vermögen aus vergangenen Jahrhunderten. Das sind die sogenannten historischen Staatsleistungen. Das muss man ganz streng trennen von Zuwendungen von anderen Fragen. Es geht hier auch um eine hohe Summe. Und ich finde, der Antrag, der hier diskutiert wird, den wir hier vorgelegt haben, Walter Otto und ich, der Antrag sagt, zu dem gehen wir doch mal auf den Grund. Fragen mal, woher kommt das Geld, wie ist das zustande gekommen. Und wir haben auch Überlegungen angestellt, wie wir mit diesem Geld, was wir mit diesem Geld machen, dass wir da auch soziale Hilfe leisten. Denn im Moment fließt dieses Geld in den kirchlichen Apparat und nicht in soziale Zwecke. Das muss man wissen. Das sind Zahlungen, die gehen in den Personalbestand rein. Es sind Zahlungen, wie gesagt, aus den Verlusten von früher. Und meines Erachtens können diese Regelungen, die wir jetzt haben, so keinen Bestand haben. Die Steuerzahlerinnen und Steuerzahlerinnen und Steuerzahler heute bezahlen für Vermögensverluste aus der Zeit von Napoleon. Das sind Vermögensverschiebungen seiner Zeit auf der linksvereinischen Zeit, ich will es jetzt nicht vertiefen, die dazu geführt haben, dass man die Fürstbischöfe tatsächlich enteignet hat. Man hat ihnen ihre Macht genommen und hat ihnen dafür eine Dotation versprochen, eine staatliche Zahlung für ihre Lebzeiten. So, die Lebzeiten haben sich seit über 200 Jahren bis heute gehalten. Gezahlt wird immer. Ich nehme mal nur ein Beispiel. Berlin zum Beispiel zahlt 10 Millionen Euro im Jahr. Wofür? Darf man das nicht mal fragen, woher das kommt? Und noch ein anderes Beispiel. Baden-Württemberg beispielsweise zahlt jedes Jahr über 40 Millionen Euro. Also da ist schon einiges zu machen. Und da finde ich auch, dass auch unsere Landesregierung da hier eine andere Politik machen muss. Und deshalb finde ich, sollten wir Kirchen nicht an den Pranger stellen, darum geht es nicht. Aber wir müssen einfach verlangen, dass hier eine saubere Grundlage geschaffen wird, mit dem Ergebnis, dass wir das mal genau überprüfen und dann das Ergebnis dann auch zur Grundlage machen, die Staatsleistung abzulösen, was seit 94 Jahren Verfassungsrecht ist. In der Weimarer Verfassung, später im Grundgesetz. Und ich finde, jetzt ist mal an der Zeit hier ruhig, solide vorbereitet, ohne Schaum vor dem Mund, aber doch mit einer ganz klaren, deutlichen politischen Option hier voranzugehen. Und ich finde, das ist unsere Aufgabe, denn was die Koalition in ihren Vertrag, in ihren Koalitionsvertrag reingeschrieben hat, das ist das Bestehen, die Garantie des Bestehenden. Und das kann nicht unsere Position sein, unsere Position von Bündnis 90 die Grünen. Vielen Dank. Danke Jürgen. Es liegt uns eine Wortmeldung pro von Otto Walter vor und eine contra von Johannes Sievers. Bisher noch keine weibliche, weder pro noch contra, die können sich noch weiter anwerfen. Dann bitten wir jetzt Walter Otto um das Wort. Liebe Freundinnen und Freunde, als Mitantragsteller möchte ich noch einige Anmerkungen zu dem Antrag machen. Es geht um 10 Millionen im Jahr im Bundesland Berlin. Es geht auf der Bundesebene um etwa 450 bis 500 Millionen altrechtliche oder historische Staatsleistungen. In drei Minuten kann man wenig sagen. Stichwort Reichsdeputationshauptschuss von 1800 oder Anfang des 19. Jahrhunderts. Ich glaube 1804, wenn ich mich nicht täusche. Es geht nicht um das klarzustellen. Es geht nicht um neurechtliche Staatsleistungen, etwa an die jüdische Gemeinde. Also das sollte man hier in aller Form nochmal klarstellen. Um diesen Bereich geht es nicht. Der ist nicht in der Diskussion. Was das Wesentliche an diesem Antrag ist, ist, dass wir hier nicht warten wollen. Ihr kennt die Diskussion, humanistische Union, seit Jahren tätig auf dem Gebiet mit Vorschlägen, vorgeprescht in der letzten Legislaturperiode die Linke. Wir haben im Wahlprogramm drin gehabt, dass wir in dieser Legislaturperiode dieses Thema angehen. Und dank eines gewissen Herrn aus Limburg mit seiner großen Badewanne ist das Thema jetzt nochmal in den Vordergrund gerückt und in der allgemeinen Diskussion und es kommen auch aus dem Zentralkomitee der Katholiken zumindest vereinzelt Stimmen, die sagen, jetzt müssen wir an das Thema ran und es wird auch von der evangelischen Kirche forciert. Der Antrag nimmt nichts vorweg, was die Kommission beschließt, sondern er ist ein Appell, eine Aufforderung an das Land Berlin, an den Senat von Berlin, zunächst einmal Ermittlungen durchzuführen, welche Leistungen sind tatsächlich in welcher Höhe, aus welchem Rechtsgrund da. Das ist eine Vorarbeit. Viel wichtiger finde ich aber, möchte ich euer Augenmerk nochmal auf den dritten Punkt des Antrags lenken, dass wir hier und in die Diskussion, das haben wir auch mit Bettina, darf ich ja so sagen, auch schon mal ein bisschen angepeilt, sich die Frage stellt, wo soll denn dieses Geld eigentlich hingehen? Wenn die Staatsleistungen in welcher Form auch immer abgelöst werden, verschwinden diese Summen im allgemeinen Staatshaushalt. Und wir können überlegen, ob wir nicht hier einen historischen Deal vielleicht auch mit den Kirchen, mit der katholischen und mit diesen evangelischen Gliedkirchen und so weiter machen, dass wir sagen, kommt uns entgegen, wir wollen den Prozess beschleunigen, das Geld geht wirklich in Bereiche, die man christlich ausgedrückt, als Bereiche der Nächstenliebe, der Mitmenschlichkeit bezeichnet, in karitative, in soziale Zwecke. Also wir wollen hier auch ein Stück weit mit einem solchen Antrag die Initiative ergreifen. Das ist Sinn und Zweck der Geschichte und deswegen bitte ich um eure Zustimmung. Ein letztes Wort. Nach allem, was ich weiß, die Kommission wird in Kürze mit ihrer Arbeit beginnen, Bettina wird die Vorsitzende und ich weiß zumindest von mir, dass ich Mitglied sein werde. Ich verstehe die Kommission als eine sehr ernsthafte Aufgabe und es muss gründlich diskutiert werden, auch mit Externen, mit Kirchenleuten, mit Wissenschaftlern, mit Philosophen, möglicherweise auch mit Ökonomen, mit wem auch immer. Und ich denke, das sollte ein gutes grünes Projekt sein, was zeigt, wo genau ausgearbeitet wird, wohin auch diese Gesellschaft gehen soll. Die anderen bringen nichts. Es ist zwar auf dem SPD-Parteitag in der letzten oder vorletzten Woche ist zwar einiges beschlossen worden, aufgrund der Parteitagsregie war das wohl nicht ganz zu verhindern, so wie ich gehört habe, zum kirchlichen Arbeitsrecht. Aber wenn man sich die Koalitionsergebnisse, den Koalitionsvertrag ansieht, dann ist klar, Jürgen hatte darauf hingewiesen, dann wird aus dieser Ecke in der nächsten Zeit gar nichts kommen. Die Themen sind wichtig. Sie sind in der gesellschaftlichen Diskussion. Und es ist vorhin, ich mache noch zwei Sätze, vorhin mal gesagt worden, in der katholischen Kirche bewegt sich was. Darauf möchte ich nochmal zurückkommen. Wir sehen im Moment eine ungeheure Bewegung durch den neuen Papst. Ungenau ein, wie ich meine, Aufmachen der Fenster, ein Aufmachen der Türen. Und diese historische Situation, denke ich, sollten nicht nur unsere katholischen Freunde nutzen, in der katholischen Kirche und in den Gremien, sondern die sollten wir auch mitnutzen. Danke. So, hier gibt es noch eine Gegenrede von Johannes Sievers. Und dann hat sich noch Katarzyni-Langewitsch für eine Prorede gemeldet. Ja, liebe Freunde und Freunde, erstmal vielen Dank für die sachliche Form gerade. Es ist sehr emotional für mich auch teilweise und die Art und Weise, wie hier diskutiert wird, ist schon sehr schwer. Ich versuche mich jetzt auch zurückzunehmen. Wenn dieser Antrag in der Form einzeln darstände, würde ich sagen, super, machen wir als Pilotprojekt. Wir haben aber gerade beschlossen, einer Kommission Sachen zu überweisen, die viel, viel weiter gehen. Und da müssen wir uns entscheiden, wollen wir den großen Wurf oder wollen wir klein, klein. Ich halte in diesem Fall keinen Teil für sinnvoll, aber wir haben uns gerade auch für etwas anderes entschieden, für die Kommission. Und ein Teil dieser Kommission ist ja gerade auch diese Staatsleistung. Da stand ja in dem Antrag von dir, der ursprünglich zur BDK, der dann verkürzt wurde, ja auch so mit drin. Deswegen verstehe ich, finde ich, dieses Argument zu sagen, das hat damit nichts zu tun, hier einfach nicht richtig. Wir sollten uns daher überlegen, wollen wir diese Kommission in der Hoffnung, dass wir dann als Gesamtpartei, es wird schwierig, einen Konsens finden, auf dessen Basis wir sowas machen können. Oder aber machen wir das und wissen, dass die Leute, und wir müssen ehrlich sein, eine Organisation, wo viele Leute arbeiten, der Größe, wie es die Kirchen sind, ist vollkommen egal, was für eine Organisation, die so eine Größe hat, wird sich gegen jedes bisschen Geld wegnehmen wehren. Und wenn dann gleichzeitig die große Axt der Kirchensteuer mit dasteht und wie in dem Fall eigentlich jedes einzelne Kirchenrecht in Frage gestellt wird, was über das Vereinsrecht hinausgeht, und das steht ja, das ist aus dem Antrag so rauszulesen, vielleicht habe ich es falsch gemacht, aber ich lese das aus dem Antrag so raus, dann werden wir das nicht hinbekommen. Und deswegen kann ich diesem Antrag so nicht zustimmen. Wenn er einzeln wäre, wäre das eine tolle Sache, aber so mit dem Ganzen, glaube ich, finden wir diese Debatte nicht hin. Die Vorstellung, dass wir am Ende so einen Kommissionsantrag haben und den dann komplett durchbringen, halte ich auch für ein Irrglaube, ehrlich gesagt. Das haben wir einmal gehabt mit einer Kommission unter einem Peter Harz, ich will jetzt nicht den Vergleich ziehen, nur strukturell, nicht inhaltlich, wo dann jemand Basta auf den Tisch gehauen hat, das wird nicht funktionieren. Das heißt, auch mit den Kommissionsdingen werden wir dann diskutieren und werden arbeiten. Ich glaube, das kommt da mit rein. Aber jetzt so dieses nebenbei zu machen, halte ich für falsch. Dankeschön. Danke, Johannes. Und nun Kataschini. Kataschina. Kataschina. Danke sehr. Was mich am meisten jetzt in diesem Rederbeitrag, dem letzten überrascht hat, das war Ausdruck von Angst. Da die Hauptaussage dessen war, lass uns stillhalten, die Diskussion inhaltlich als Großentwurf ist übergeben worden, eine Kommission, sollen Sie das machen, sollen wir uns keine Feinde machen. Dieses Wort machen wir uns bloß keine Feinde, ist ein paar Mal gefallen, im Gespräch auch mit anderen. Was soll das heißen? Wir sind Bürger dieses Staates, wir sind Grüne, wir haben das Recht und die Selbstverpflichtung, Sachen, die mit den Grundlagen unserer Gesellschaft zu tun haben, klar auszudiskutieren. Wir haben vor niemandem Angst zu haben. So. Ich bin froh, dass es diese Kommission gibt. Man kann aber trotzdem, das ist auch schon ein paar Mal gesagt worden, nicht alles irgendwelche Kommissionen überlassen. Wir müssen als Basis, und wir verstehen uns als eine Basispartei, wir müssen als Basis bestimmte Impulse aussenden, bestimmte Aussagen treffen. Wir müssen uns selbst auch bilden. Wir müssen uns selbst bestimmte Bilder verschaffen. Die meisten Leute wissen immer noch nicht, denke ich, also die Grünen, hoffe ich, sind mittlerweile auch eine Ausnahme, aber die meisten Teile der Bevölkerung wissen nicht, dass die Kirchen, beide Kirchen, jedes Jahr diese halbe Milliarde Euro bekommen. Und zwar nicht zur Erbringung von sozialen Leistungen, da sind Gelder aus dem Sozialhaushalt, sondern für ihren Vorpack, für ihre Kleidung, für alles Mögliche, für Unterhalt der Bischöfe, des Personals. Gut, ich denke, jetzt denken meine, dass ich, das sind einige, dass ich jetzt zu weit gehe. Gut. Okay. Was ich sagen wollte. Wir müssen jetzt als Partei bestimmte Diskussionen führen und sie dann in die Mitte der Gesellschaft weiterführen. Es gibt großes Interesse. Wir hatten die Badewanne. Das ist ein Anlass, in der Gesellschaft eine Diskussion über Finanzierung der Kirchen zu führen. Wir müssen die Diskussion, die uns so in den Schuss gefallen ist, aufnehmen, Interesse als Partei zeigen. Vielleicht anlässlich dessen ein paar Stimmen abgreifen, weil wir uns mit solchen Themen auffassen. Aber was wir nicht haben dürfen, das ist Angst haben. Es gibt nichts und niemanden, vor dem wir Angst haben müssen. Also, gut. Danke, Katarzyna. Dann kommen wir zum Verfahrensvorschlag der Antragskommission. Karo. Ja, vielen Dank. Es geht um den Antrag V5, Staatsleistung des Landes Berlin an die Kirchen ablösen. Und am besten guckt ihr in die Antragsübersicht der Tischvorlage 2, da auf die vorletzte Seite, weil es gegenüber dem ursprünglich eingebrachten Antrag einiges an Änderungen gibt. Und zwar vor allem auf der letzten Seite. Die ist erstmal die wichtige, da hat der Antragsteller selbst sozusagen seinen Antrag modifiziert. Das führt dazu, dass von dem Ursprungstext die Zeilen 1 bis 7 erhalten bleiben und es ab da eine Neufassung gibt. Und die findet ihr auf der allerletzten Seite der Antragsübersicht-Tischvorlage 2. Dann gibt es einen zweiten Änderungsantrag, den findet ihr auf der Vorseite. Das ist der V05E 18-1 von Bernhard Müller. Der wird modifiziert übernommen in die neue Fassung. Da wird ergänzt bei der Forderung 2, da müsst ihr wieder da umblättern, da wird folgende zwei Sätze ergänzt. Soweit möglich soll die Fachkommission nicht nur untersuchen, welche Vermögenswerte die Kirchen bei der Säkularisierung Anfang des 19. Jahrhunderts weggenommen wurden, sondern auch, wie diese Vermögenswerte zuvor in den Besitz der Kirchen gekommen wurden. Da geht es also sozusagen nochmal um die Prähistorie. Und das wird ergänzt nach oder in die Forderung 2, am Ende der Forderung 2, wo die Fachkommission eingerichtet wird. Und das ist sozusagen dann nochmal der zusätzliche Antrag. Der wurde insofern modifiziert übernommen. Es war jetzt ein bisschen kompliziert. Ich hoffe, es war trotzdem halbwegs nachvollziehbar. Also ihr findet alle relevanten Informationen auf den letzten beiden Seiten der Antragsübersicht Tischvorlage 2. Danke sehr. Wenn es hiergegen keine Einwände gibt zu diesem Verfahren, kämen wir auch schon zur Abstimmung über den Antrag. Wer ist für diesen Antrag? Bitte um das Kartenzeichen. In geänderter Form natürlich. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Dann ist bei einigen Enthaltungen und einigen Gegenstimmen mit der großen Mehrheit dieser Antrag angenommen. Dann übergebe ich an Caroline. Die Stimmung im Raum nähert sich dem Siedepunkt. Daher freue ich mich sehr, den V06 anzukündigen. Da brauche ich ein bisschen Hilfe und muss ablesen. Der heißt nämlich Keine Kirchenaustrittsgebühren im Land Berlin. Bezahlung des dem Land Berlin entstehenden Aufwandes für Kircheneintritte und Kirchenaustritte durch die Kirchen. Dieser Antrag ist von Walter Artho, der ihn nun auch einbringen wird. Ihr habt wieder Möglichkeit, zwei Kontrareden zu halten. Bitte werft euch ein. Bitte schön, Walter. Vielen Dank. Also das ist das letzte Mal, dass ich mich heute hier hinbegebe. Nächstes Mal komme ich allerdings wieder vermutlich. Ja, an dem Titel merkt ihr schon, dass ich Rechtsanwalt bin und dass ich irgendwie aus einer Verordnung versucht habe abzuschreiben oder mich an den Stil anzupassen. Worum geht es? Es geht darum, dass im Land Berlin eine Debatte stattfindet auf Abgeordnetenhausebene, nachdem der rot-schwarze Senat die Idee hatte, Kirchenaustrittsgebühren zu erheben. Berlin und Brandenburg sind die einzigen Bundesländer, noch in der Bundesrepublik Deutschland, die für derartige Tätigkeiten keine Gebühren verlangen. Alle anderen machen das. Da gehen die Gebühren von 25 zum Teil bis 60 Euro hoch. Bundesverfassungsgericht hat mal gesagt, ohne nähere Prüfung 30 Euro. Ginge ohne Probleme durch. Ob diese Initiative in Berlin einfach der Haushaltslage des Landes geschuldet ist, ob dahinter, wie manche Mutmaßen, Besuche hochrangiger Kirchenvertreter der katholischen evangelischen Kirche beim regierenden Bürgermeister oder ich weiß nicht, ob er vielleicht bei denen war, stehen oder ob man einfach steigende Austrittszahlen bekämpfen will, kann ich nicht abschließend beurteilen. Das hat nur für mich dann, nachdem ich diese Debatte mitverfolgt habe, die Protokolle der Äußerungen im Abgeordnetenhaus, die ja sehr unterschiedlich sind, also auch von Seiten SPD, nicht nur von den Grünen, gibt es eine tendenzielle Ablehnung. SPD gibt es dann soziale Modifikationen und ähnliches. Jetzt habe ich mir dann einfach mal die Frage gestellt, was soll das Ganze eigentlich? Es ist so, dass im Land Berlin Kirchenaustritte bei denjenigen Kirchen, die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind und dafür votiert haben, das Verfahren so zu machen, das sind auf jeden Fall die katholische und die evangelische Kirche, Kirchenaustritte über die Amtsgerichte erklärt werden. Es ist logisch, wenn das übers Amtsgericht läuft, entsteht ein sächlicher und ein personeller Aufwand, wie immer man mit Ziffern nagt. Bislang ist der getragen worden von der Gesamtheit der Steuerzahler und Zahlerinnen in Berlin. 60% der Berliner Bevölkerung sind religionsfrei. Oh Gott, schon wieder nur noch eine Minute. Na gut, ich versuche es. Also 60% sind religionsfrei, haben damit nichts zu tun und die restlichen 40% sind nicht alle Mitglieder dieser Kirchen. Das heißt also, auch diese Steuerzahler, 60 bis 70%, die mit diesen Vorgängen überhaupt nichts zu tun haben, tragen die Zahlungen. Warum soll eigentlich diese Mehrheit der Steuerbürger und Bürgerinnen belastet werden? Und deshalb die klare Aussage, wenn hier ein Aufwand entsteht, dann sollen ihn diejenigen Religionsgemeinschaften tragen, die damit zu tun haben. Bei dem Einzug der Kirchensteuer wird ja von den Kirchen, für die die Kirchensteuer eingezogen wird, auch eine Gebühr verlangt. Also es wird ein bestimmter Prozentsatz abgegeben für die staatliche Tätigkeit, die ja nicht umsonst ist. Und Kraft Sachzusammenhangs, es ist nicht eine Tätigkeit, die den Kirchen nutzt, wenn die Leute austreten, aber es gibt einen Sachzusammenhang, der aus meiner Sicht unabweislich ist. Und dann sollen die, in deren Interesse diese Gesamtregelung ist, auch die Kosten tragen. Darauf zielt der Antrag ab. Und ich bitte um eure Unterstützung, damit auch unseren Abgeordneten im Abgeordnetenhaus eine Art gedanklicher Hilfestellung für ihre weiteren Entscheidungen gegeben wird. Danke. Dankeschön. Ja, wir sehen, das Thema wirft doch zur Abendstunde noch große Interessen auf. Das zeigt eben, wie groß auch der Rückstand in der Partei ist bei dieser Diskussion. Aber wir sind ja dabei, ihn aufzuheben. Ich möchte vielleicht noch einen Punkt sagen, der sich auch durch mehr Redebeiträge geschwungen hat. Es geht hier natürlich um die Frage der Gebühr, also um die ganz formale Frage, ob der Austritt aus einer Kirche mit 30 Euro zu Buche schlägt, was natürlich bei sozial Schwachen auch eine stolze Summe ist, muss man sagen. Es muss ja erst mal aufgebracht werden. Und ich frage mich jetzt, wir sind ja alle Grüne, wenn einer von uns auf die Idee kommt, das tut natürlich keiner, aus der Partei auszutreten, ja, müssen wir dafür Geld bezahlen? Oder wenn wir aus einem Verband, aus einem Verein austreten, müssen wir dann dafür eine Art Strafzoll bezahlen? Nein. Wieso haben wir eigentlich hier im Bereich der Kirchen eine völlig andere Regelung? Und da ist doch das Problem, und da müssen wir das, glaube ich, auch über diese Gebührenfrage hinaus noch mal betrachten, dass wir hier, wir haben hier, das kommt, jetzt wird es ein bisschen rechtstechnisch, aus dem alten Denken der sogenannten Bipolarität zwischen Staat und Kirchen. Sozusagen der Staat steht den beiden Großkirchen gegenüber als gleichberechtigter Partner. So, das ist das alte Denken aus der Zeit, als die jetzigen Verfassungsregeln gemacht wurden, als 94, 95 Prozent auch noch den beiden Großkirchen angehörten. Die waren quasi Teil des Staates, als des Staatsapparats. Und das setzt sich bis heute fort, auch im Bereich der Steuer. Die Finanzämter, die ziehen ja nicht einfach nur mal eben so die Kirchensteuer ein, wie eben mal gesagt wurde. Nein, das ist ja, was ja freiwillig ist, sondern die setzen es auch mit Zwangsmitteln um. Zum Beispiel bei Freiberuflern oder bei Arbeitgebern, die jetzt für ihre, zum Beispiel für Geringfügige Beschäftigte nicht abführen oder so. Das heißt, der Staat nutzt seine Machtmittel, um hier kirchliche Interessen durchzusetzen. Und genau das ist das, was dem Gedanken der Trennung von Staat und Kirche fundamental widerspricht. Fundamental widerspricht. Es geht, es geht. Ich sage es nochmal, es geht nicht darum, es kann nicht darum gehen, hier den Kirchen sozusagen den Teppich unter den Füßen wegzuziehen, damit die plötzlich ohne Gelder stehen. Auch da gibt es Vertrauensgrundsätze, es gibt Pensionen, die zahlen sind alles möglich. Aber es kann nicht sein, dass wir hier auf einer alten und überlebten und in sich widersprüchlichen Rechtslage einfach so fortfahren. Und vielleicht noch ein abschließender Gedanke, weil das immer auch sich durch die Beiträge zog. Ja, wir haben ja die Kommission, ist ja richtig. Nur in diesem Fall muss das Abgeordnetenhaus sich positionieren, muss sich auch unsere Fraktion positionieren. Da können wir nicht warten, bis nach eineinhalb Jahren oder nach einem Jahr das Kommissionsergebnis kommt. Das muss jetzt passieren. Deshalb bitte ich wirklich hier um ein klares Votum dieser LDK. Vielen Dank. Dankeschön, Jürgen. Es gibt momentan zwei Redewünsche im Bereich Konter. Ich würde daher bitten, Bettina Jarasch für eine Wortmeldung. Danach redet, sofern sich keine Frau mehr für eine Pro-Rede einredet, Norbert Schellberg. Bitteschön, Bettina. Ja, unsere Fraktion im Abgeordnetenhaus hat sich tatsächlich positioniert, meines Wissens, indem sie sich gegen Austrittsgebühren, also sich dagegen ausgesprochen hat, dass der Senat da jetzt Austrittsgebühren erheben will. Die Geschichte, die Jürgen aber angesprochen hat, dass stattdessen die Kirchen die Gebühren übernehmen sollen, die ist einfach zweierlei. Erstens ist sie nicht einleuchten, sie ist nicht logisch, weil es ist bei uns einfach festgelegt, gesetzlich, dass der Staat im Moment diese ganzen Verwaltungshandlungen übernimmt. Kirchensteuereinzug, Ein- und Austrittsakte und tatsächlich ist es so, dass der wie bei jedem Verwaltungshandeln, also auch wenn du einen Reisepass bekommst oder so, eine Gebühr erheben kann oder eben auch nicht. Und da finde ich es sehr berechtigt zu sagen, Moment mal, da muss man aber berücksichtigen, dass es Leute gibt, die sozial schwach sind. Aber ihr habt ja nicht eine soziale Staffelung oder irgendwas dergleichen vorgeschlagen, sondern ihr habt gesagt, die Kirchen sollen stattdessen zahlen. Das wäre der einzige Verein, der sozusagen die Austrittsgebühren seiner Mitglieder übernehmen soll. Also es ist nicht logisch und es ist an der Stelle halt auch Stückwerk, weil, wie Jürgen zu Recht gesagt hat, das gehört in diesen Gesamtzusammenhang, dass wie bei uns der Staat finanzielle Dienstleistungen für die Kirchen macht, also Kirchensteuer einzieht und, und, und. Und darüber werden wir ganz sicher in der Kommission sprechen, aber in diesem Gesamtzusammenhang ist es Stückwerk, das jetzt im Land Berlin diese Sache auf diese Weise zu regeln. Es ist nicht, in dem Fall nicht ausgegoren und da würde ich wirklich lieber über das Thema Kirchensteuer und wie wir Grüne uns dazu positionieren, insgesamt in der Kommission drüber sprechen. Das passt ja einfach nicht. Dankeschön, Bettina. Gerade kommt noch eine weibliche Pro-Rede rein, daher bitte ich Katarzyna auf die Bühne, bitteschön. Du bist dran. Also jetzt habe ich nicht mitbekommen, wie mein Name ausgesprochen wurde, aber mittlerweile glaube ich richtig. So, noch mal zwei Punkte. Also zunächst erstmal die Frage, Stückwerk oder nicht, diese kleine Gebühr oder nicht. Gut, dann ist es eben Stückwerk. In Ordnung, ja. Dann wird eben in diesem einen konkreten Punktchen eben ein, wieder ein kleines Flickenstückchen an Rechtsprechung gemacht, das eben die Bürger entlastet. So, und dann wird es eben so sein. Und zweitens, da wurde öfters ja von Kirchensteuer gesprochen, dass der Staat erhebt Kirchensteuer. Der Staat hat einen Verwaltungsaufwand, um diese Kirchensteuer zu erheben. Dieser Verwaltungsaufwand wird ihm in der Tat auch von der Kirche erstattet. Gut, das heißt, so rum geht es. Der Staat hat Aufwand und wird, bei Erhebung der Kirchensteuer, und das wird erstattet, dann kann ja auch gerne der Aufwand bei Kirchenaustritt erstattet werden. Es ist ja gerade, das würde ja gerade zusammenpassen, dass das wäre systemkonform, wenn beide Punkte der staatlichen Tätigkeit für die Kirche von ihr bezahlt werden. Daher stimmt zu. Dankeschön. Dann kommt jetzt mit dem letzten Wortbeitrag Norbert Schellberg aus Stegle Zehendorf. Lieber Jürgen, wo ist er? Ja, dein Beitrag eben hat doch eindeutig gezeigt, dass es sich hier im Kern eigentlich um einen Rückholantrag handelt. Weil die Fragen, die wir überwiesen haben, naja, jetzt nicht formal, sondern politisch, weil die Fragen, die wir überwiesen haben an die Kommission, sind genau die Fragen, die du hier angesprochen hast, und zwar völlig zu Recht angesprochen hast. Die Kirchen diskutieren ja selber, sehr vehement im Moment darüber, angeführt durch den Papst, ob die Sattheit der Kirche mit der Staatsnähe und der Überausstattung und so weiter nicht dazu führt, dass man sich von seinen eigentlichen Aufgaben abgewandt hat und dergleichen mehr. Das ist ja eine Frage, die absolut berechtigt ist und diskutiert werden muss. In dem Zusammenhang ist das deutsche Recht, dass der Staat für die Kirchen Steuereinzieht, Beiträge einzieht und so weiter und diese Verwaltungsaufgaben mit übernimmt. Ein Punkt, der in der Kommission, die ihr jetzt da glücklicherweise einrichtet, ja auch behandelt werden muss. Die Frage aber, ob der Staat für diese Verwaltungsleistung sich selbst entscheidet, eine Gebühr zu nehmen, Das macht er im Verwaltungshandeln regelmäßig. Der Staat nimmt manchmal Gebühren, manchmal nicht für Verwaltungsleistung. Für Demonstrationsanmeldungen meines Erachtens gibt es keine Gebühren, aber wenn ich einen Führerschein ausstellen lasse, muss ich dafür eine Gebühr zahlen. Da kommt auch keiner auf die Idee, das jetzt dem Automobilhersteller in eine Rechnung zu stellen, weil ich kann ja da ein Auto fahren, dann kann ich ein Auto kaufen oder sowas. Das wäre völlig absurd. Deswegen bitte ich euch, diese berechtigte Frage so zu behandeln, wie sie behandelt werden muss, Wir müssen nämlich im Abgeordnetenhaus, und das ist ja richtig gesagt worden, im Abgeordnetenhaus euch dafür einzusetzen, dass das Land Berlin für diese Leistung keine Gebühr erhebt. Und ansonsten die Frage, ob der Staat für dieses Verwaltungshandeln der Kirchen für dahin mit zuständig sein soll, in die Kommission zu verlegen. Ich bin dafür, dass das Land Berlin keine Gebühr dafür erhebt und dass wir uns dagegen wenden. Und ich werbe dafür, dass die Abgeordnete das auch tut. Aber ich bin nicht dafür, jetzt den Schritt zu machen und zu sagen, und dann sollen die das von den Kirchen holen. Das wäre die Diskussion, die woanders geführt werden muss. Danke. Dankeschön, Norbert. Da keine Änderungsanträge zu dem Antrag V06 vorliegen, kommen wir jetzt schon zur Abstimmung. Zur Erinnerung, für alle, die jetzt wieder aufgewacht sind, wir sind bei V06, keine Kirchenaustrittsgebühren im Land Berlin, Bezahlung des dem Land Berlin entstehenden Aufwandes für Kircheneintritte und Kirchenaustritte durch die Kirchen. Ein Antrag von Walter Otto. Wer diesem Antrag zustimmt, der hebe bitte sein grünes Kärtchen. Dankeschön. Gegenstimmen? Enthaltungen? Dankeschön. Dann ist dieser Antrag angenommen. Und jetzt kommen wir zu einem ganz schönen Antrag und ich übergebe Herrn Werner. Ja, wir kommen noch zu dem letzten Antrag in dem V-Ranking. V07, neue Wege in der Drogenpolitik. Den wird einbringen Jonas Schemmel. Wer dazu Pro- oder Contra-Reden halten will, kann sich hier vorne links einschmeißen. Jonas, du hast das Wort. Liebe Freundinnen und Freunde, dass wir neue Wege in der Drogenpolitik brauchen, sieht man sehr gut im Görlitzer Park in Kreuzberg, aber ich bin mir sicher nicht dort. Ihr werdet mir verzeihen, dass ich mich trotzdem als Friedrichsein Kreuzberger auf dieses Beispiel beziehe. Nicht ein einziger von den vielen Polizeieinsätzen im Görlitzer Park hat in den letzten Jahren dazu geführt, dass der Handel mit Cannabis irgendwie eingeschränkt worden wäre. Der Handel hat vielleicht kurz Pause gemacht oder er hat sich in die Hauseingänge nebenan verlagert, aber am Ende ist die Situation immer dieselbe geblieben. Jeder und jede kommt dort an Gras und nicht ein einziger Polizist hat daran jemals etwas geändert. Und trotzdem gibt es Leute, die sagen, okay, wir machen einfach so weiter wie bisher. Wir verbieten einfach Cannabis und wir hetzen den Leuten so lange Polizisten auf den Hals, bis sie einfach nicht mehr kiffen und der Schwarzmarkt hat sich dann von selbst gelöst. Wir glauben, dass das der falsche Weg ist. Wir glauben, dass wenn diese Leute mit offenen Augen durch diese Stadt gehen würden und sich die Probleme anschauen würden, dass sie sich hinstellen würden und offen sagen würden, die Drogenpolitik, die auf Verbote setzt und auf Verfolgung, ist gescheitert und sie scheitert jeden Tag aufs Neue. Die aktuelle Strategie ist nicht nur teuer und absolut sinnlos, sondern sie ist auch kontraproduktiv, weil sie schadet den Menschen. Sie schadet den Menschen, weil der Schwarzmarkt überhaupt erst dafür sorgt, dass wir nicht wissen, wer das Zeug kauft. Wir wissen nicht, was genau dort drin ist und ob irgendwelche gefährlichen Beimischungen dabei sind. Wir sind auch nicht mehr so gut in der Lage, Präventionsarbeit zu leisten und wir kommen an diejenigen, die wirklich problematische Konsummuster aufweisen, einfach nicht mehr so gut ran. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich erwarte von einem Senator, der für Gesundheit zuständig ist, ein bisschen mehr zu dem Thema, als einfach nur zu sagen, Cannabis ist keine harmlose Substanz. Weil ganz ehrlich, lieber Herr Czaja, das hat nie irgendjemand behauptet. Aber, wenn man es tatsächlich ernst meint mit diesem Satz und nicht einfach nur eine Phrase drischt, dann muss man auch ernst machen und tatsächlich dafür sorgen, dass wir hier Gesundheitsschutz und Schutz für die Konsumentinnen und Konsumenten anbieten können. Und genau das ist es, was wir machen wollen. Wir wollen hier nicht Werbung für Drogen machen, wir wollen auch nicht verharmlosen, sondern wir wollen die Verbraucherinnen und Verbraucher, die Konsumentinnen und Konsumenten schützen, weil das ist staatliche Aufgabe. Berlin ist nicht Amsterdam und Berlin soll auch nicht Amsterdam werden. Wir wollen es nicht dort durchziehen, wie wir es in Amsterdam gemacht haben. Wir stellen es uns besser vor. Wir möchten gerne die Abgabe, die kontrollierte und die Prävention, den Gesundheitsschutz, die Aufklärung, alles unter einem Dach zusammenfassen. Wir wollen gerne mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gemeinsam evaluieren, ob wir tatsächlich besser Jugendschutz, Präventionsarbeit und Gesundheitsschutz durchführen können. Wenn wir das Ganze legal kontrolliert abgeben. Und wir wollen endlich Kontrolle über einen völlig unregulierten und freien Schwarzmarkt haben, weil genau das ist, was im Moment nicht der Fall ist. Wir brauchen Kontrolle über das Zeug und wir dürfen das nicht in irgendwelche dunklen Ecken abschieben. Und was wir in Friedrichshain-Kreuzberg hier vorgeschlagen haben, ist ja eigentlich gar nichts Revolutionäres. Wir wollen ja überhaupt gar kein Gesetz brechen. Wir wollen auch gar kein Gesetz ändern. Wir wollen den gesetzlichen Spielraum nutzen, den das Betäubungsmittelgesetz hat. Und zwar deshalb, weil wir glauben, dass wir damit sehr viel besser Sinn und Zweck des Betäubungsmittelgesetzes umsetzen können. Und das ist, Schaden der Gesellschaft durch den Drogenkonsum abzuwenden. Und dass ausgerechnet die CDU das nicht möchte und sagt, das dürfen wir eigentlich nicht machen, finde ich ehrlich gesagt komisch. Habe ich noch nicht verstanden. Kommst du zum Schluss? Habe ich noch nicht verstanden, kann mir vielleicht hinterher mal jemand erklären. Schluss. Ich komme zum Schluss. Jetzt ist endgültig Schluss? Ja. Okay. Ich bitte um Unterstützung für den Antrag. Es liegen bisher nur weitere Pro-Wort-Meldungen vor. Die haben wir auch schon gezogen. Das ist einmal Katrin Schmidberger und dann Tibor Harrach. Kontrareden könnten sich noch einschmeißen. Katrin, du hast das Wort. Das Ding ist irgendwie viel zu hoch, aber okay. Liebe Freundinnen und Freunde, als Anwohnerin des Görlitzer Parks kann ich jeden Tag vor meinem Fenster aus der Drogenpolitik beim Scheitern zusehen. Tag für Tag dasselbe Bild. Der Handel mit Cannabis floriert, die Nachfrage steigt, das Angebot natürlich auch. Und so ist das in der Marktwirtschaft. Es stimmt, ein Spaziergang durch den Park und man kann sich kaum vor Grasangeboten retten. Das nervt uns Anwohnerinnen und Anwohner. Die Menschen vor Ort, ich im Übrigen auch, verlangen zu Recht Lösungen von der Politik. Die einen, zum Beispiel Herr Henkel und seine CDU, singen das alte Lied der Repression. Wir verbieten, Drogen zu nehmen, wir verbieten, mit ihnen zu handeln und wer sich nicht dran hält, der kriegt Stress mit der Polizei. Dabei war die Polizei am Görli mehr als präsent. 113 Polizeieinsätze in neun Monaten, über 7000 Einsatzstunden. Im Schnitt war die Polizei also 28 Stunden am Tag im Görli. Rund um die Uhr ist also gar kein Ausdruck. Nur, geholfen hat es nichts. Kaum ist die Polizei wieder weg, geht der Handel weiter. Henkel brüstet sich mit seinen Einsatzzahlen und findet, sein Job sei getan. Damit macht er es sich aber viel, viel zu leicht, liebe Freundinnen und Freunde. Da dürft ihr ruhig klatschen. Politik heißt nämlich nicht, auf altbekannte Probleme mit gescheiterten Maßnahmen zu reagieren. Politik muss heißen, neue Wege zu gehen, rechtliche Spielräume zu nutzen und effektive Lösungen anzubieten. Was im Moment aber der Berliner Senat anzubieten hat, ist ein reines Armutszeugnis. Was Herr Henkel und seine CDU mit ihren Polizeieinsätzen vorschlagen, ist nicht nur sinnlos, sondern auch schädlich. Es verbannt Konsumentinnen und Konsumenten in den illegalen Raum und schafft auch noch zusätzliche Probleme. Deshalb, liebe Freundinnen und Freunde in den BVVen, es wäre ganz toll, denn nicht nur den Anwohnerinnen und Anwohnern des Görli würde ein Coffeeshop weiterhelfen. Es wäre also ganz toll, wenn auch ihr in euren Bezirken solche Anträge stellen würdet. Denn ihr wisst ja, Kiffen kennt keine Bezugsgrenzen. Danke, Katrin. Jetzt hat Tibor Harach das Wort. Liebe Freundinnen und Freunde, als Sprecher der Landesarbeitsgemeinschaft Drogenpolitik ist es sicherlich nicht verwunderlich, dass ich mich hier für diesen Antrag aussprechen werde. Ich habe in den letzten halben Jahren so einen Marathon an Veranstaltungen mitgemacht im Bereich Suchtprävention, Suchttherapie. Zuletzt hier in Berlin die Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Suchtmedizin. Davor in Padua, Italien eine Fachtagung zur Gesundheitsförderung im Nachtleben. Und überall war das Thema Coffeeshops am Görli ein zentrales Thema. Es wurde darüber intensiv diskutiert. Und man kann wirklich sagen, auch Menschen, auch Institutionen, die sich früher eher kritisch einer Legalisierung von Substanzen oder einer legalen Abgabe ausgesprochen haben, haben mittlerweile diesen ideologischen Graben offensichtlich überwunden und sehen dem Ansinnen hier der Kreuzberger Grünen sehr positiv, stehen dem sehr positiv gegenüber. Ja, man kann sagen, Europa guckt, gerade in Europa, guckt auch auf den Görlitzer Park und hoffnungsvoll, hoffnungsvoll auf den Görlitzer Park und sieht, dass da endlich mal was anderes aus Berlin kommt, außer Merkels Spardiktaten, die für die Jugendlichen in ganz Europa, gerade in Südeuropa, wirklich deprimierend sind. Ich möchte hier und heute die Perspektive der Drogenhilfe, der Berliner Drogenhilfe, auf die Möglichkeit, Cannabis über Coffeeshops legal abzugeben, darstellen. Wir haben mit der Berliner Drogenhilfe in der letzten Zeit dieses Projekt wirklich sehr intensiv diskutiert. Während vor 15 Jahren noch sich eine große Kluft auftat zwischen der Legalisierungsbewegung und den Suchttherapeuten oder Suchtprävention, scheint dieser ideologische Graben mittlerweile überwunden zu sein. Auch die Berliner Drogenhilfe und Suchttherapie begrüßt mittlerweile die Möglichkeit, Cannabis an erwachsene Konsumenten kontrolliert abzugeben. Warum das? Gerade die Drogenhilfe muss in den letzten Jahren erkennen, dass eine repressive Drogenpolitik den Konsum von Cannabis nicht verhindern konnte, sondern im Gegenteil eskalierend wirkt. Menschen, die einen problematischen Konsum entwickeln, werden durch die Kriminalisierung von der Drogenhilfe regelrecht abgetrennt. Aber gerade für diese Menschen, die beginnen, einen problematischen Konsum zu entwickeln, ist es wichtig, möglichst frühzeitig von der Drogenhilfe erreicht zu werden. Und wo könnte man das besser als an Orten, wo sie ihre Cannabis-Produkte erhalten? Es bedarf also pädagogisch und medizinisch geschulten Personal, der in den zu konzeptionierenden Abgabestellen. So kann eine solche Abgabestelle Teil eines sehr effektiven Präventions- und Frühinterventionsprogrammes werden. Damit möchte ich aufhören und euch bitten, auch aus diesen Gründen für den Antrag zu den Coffeeshops hier in Berlin und in Kreuzberg zu stimmen. Vielen Dank. Danke, Tibor. Da es zu dem Antrag keine Änderungsanträge gibt, kommen wir auch hier sofort zur Abstimmung. Wer für diesen Antrag ist, bitte ich um das Kartenzeichen. Wer dagegen ist, bitte ich jetzt um das Kartenzeichen. Enthaltungen? Bei wenigen Enthaltungen einer Gegenstimmung und einer sehr großen Zustimmung ist der Antrag angenommen. Kann ich nur noch sagen, Kifferinnen und Kiffer, schaut auf diesen Shop. Okay, damit haben wir den Top 7 abgeschlossen und kommen zum Top 8 Verschiedenes. Da liegen uns keine weiteren Themenwünsche vor. Deswegen gebe ich ab an unseren Landesvorstand. Ja, am Ende einer LDK, wo wir vor unserem eigenen Zeitplan fertig sind, danke ich euch. Danke ich euch erstmal allen fürs Dabeisein, fürs Mitdiskutieren. Ich selber stelle mir selbstkritisch die Frage, ob wir vielleicht ein paar strittigere Anträge an den Anfang hätten stellen sollen. Denn wir sind erst richtig aufgewacht, als es ans Streiten ging. Ich danke euch trotzdem vom Ergebnis her. Danke ich euch für das, was wir heute alles diskutiert und beschlossen haben. Aber wie gesagt, ich habe mich fast schon gewundert, wo ihr alle seid. Aber danke. Genau und ich mache mal nicht mit dem Danken weiter, sondern wir hätten auch noch eine Bitte an euch, beziehungsweise unser Team hätte eine Bitte. Es wäre ganz, 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 ganz toll, wenn ihr das Geschirr mitnehmen würdet nach draußen, Papier und Rest räumen wir selber weg. Aber das mit dem Geschirr wäre einfach klasse. Und ich bleibe bei dem Team, bei dem Team der LGS. Ich sage da stellvertretend unserem Landesgeschäftsführer Mirko Sefzig. Herzlichen Dank. Ich will aber auch Henriette wie Christopher namentlich erwähnen. Aber das gilt natürlich auch für alle anderen fabelhaften Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der LGS. Außerdem danken wir unserem Präsidium, dem Ersten und dem Zweiten, die uns jetzt sehr gut durchgeführt haben. Und wir haben Blumen für euch. Die werde ich euch jetzt überreichen. Genau. Und solange du die Blumen fehlmachst, Bettina, mache ich weiter mit der Antragskommission, die die ganze Arbeit geleistet hat, mit einer Zählkommission, die es heute brauchte und die kurzfristig eingesprungen ist, mit dem Protokoll. Britta und Jörg, vielen Dank dafür. Wir sagen Danke an die professionellen wie ehrenamtlichen Gebärdendolmetscherinnen. Und ein extra großer Applaus bitte an unsere Webredaktion, Sebastian da hinten. Herzlichen Dank dir und deinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern. Und solange Bettina noch mit den Blumen unterwegs ist. Bettina, danke ich dem Haus, ja? Genau. Vielen Dank fürs Hiersein, liebe Jerusalemkirche, liebes Umweltforum. Und jetzt, wo alle Blumen untergebracht sind, habt einen wunderschönen Nachhauseweg. Bis bald. Vielen Dank. Vielen Dank.